Also, ich darf euch herzlich begrüßen zu unserem heutigen Seminar mit dem Titel Kosmologie antiker Kulturen. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, habe ich als Titelbild für dieses Seminar dieses Bild gewählt. Man sieht hier eine Waage, die zwei verschiedene Grundkräfte im Kosmos charakterisiert. Das eine ist eine männliche Kraft, die mit der Figur des Hermes Trismegistus verknüpft ist. Und das andere ist eine weibliche Kraft, die mit der Hathor, die auch als Priesterin der Isis stellvertretend hier fungiert, das Gleichgewicht der Kräfte darstellt. Das es aber eben, wie gesagt, erst zu erreichen gibt. Denn wir befinden uns momentan in einer Situation, in der ein gewisses Ungleichgewicht auf der Welt herrscht, das hier unten dargestellt ist, man erkennt hier links einen sumerischen Sphinx-Pharaonen und auf der anderen Seite einen ägyptischen weiblichen Pharaonen-Sphinx, eine Pharaonen-Sphinx. Und dazwischen drinnen ist ein Würfel, der symbolisch für die Verdichtung der Materie steht. Das bedeutet, die Situation, in der wir uns momentan befinden, nämlich dass wir innerhalb dieser Materie körperlich, physisch existieren. Und da ist ein Schloss erkennbar innerhalb dieses Hexagrammes mit einer goldenen Kugel. Und jetzt wird in diesen Würfel, der auch als Bundeslandwürfel bekannt ist, ein Schlüssel hineingesteckt, der diesen Würfel öffnet und die Entmaterialisierung unserer körperlichen Verdichtung kann beginnen. Und diesen Aufstieg nennt man auch die Befreiung der brennenden Flamme. Und dann wird das neue Gleichgewicht der Kräfte zwischen dem solaren und lunaren Aspekt, der die Weiblichkeit und die Männlichkeit im Kosmos darstellt, wieder hergestellt sein. Um jetzt das näher zu verstehen, in welchem Zusammenhang das jetzt mit dem konkreten Geschehen auf diesem Planeten steht, ist es eben notwendig, sich mit den Bewegungen der Erde als stellare Bewegungen genau auseinanderzusetzen. Das heißt, es gibt ja drei Bewegungen. Das eine ist eine normale Rotationsbewegung in 24 Stunden um die eigene Achse, die man auch Tag- und Nachtzyklus bezeichnet. Das zweite ist ein Jahreszyklus mit 365 Tagen in etwa. Und während dieser Zeit tauchen auch die Tierkreise am Horizont auf. So ist jeder zum Beispiel in einem Sternzeichen geboren. Und es gibt eine dritte unsichtbare Bewegung, die weniger bekannt ist, die aber die Erde in seiner kosmologischen Entwicklung sehr beeinflusst, ist die sogenannte Präzision, eine Daumelbewegung der Erde, wie bei einem Kimmelkreisel, das sich sehr schnell dreht. Je schneller die Bewegung, desto langsamer die Daumel- oder Kreiselbewegung. Und da die Erde ein sehr großer Körper mit sehr großer Masse ist, dauert diese Daumelbewegung, in der sich der Polarstern an einem Kreis durch die Zirkumpolarsterne bewegt, ungefähr 26.000 Jahre. Und während dieser Zeit gehen am Horizont des Äquators die Tierkreise ebenfalls auf und unter, allerdings genau in der verkehrten Reihenfolge wie beim normalen Tierkreis. Das heißt, das bedeutet, dass wir uns in dieser Richtung bewegen, von den Fischen zum Wassermann, zum Steinbock, zum Schützen, zum Skorpion, zur Waage, zur Jungfrau und wieder zum Löwen zurück. Jedes Tierkreiszeichen braucht ungefähr für seinen Aufstieg am Horizont, circa 2160 Jahre, bis es voll, ständig sichtbar ist, währenddessen auf der anderen Seite des Tierkreises das andere Zeichen sinngemäß untergeht. Die momentane Schnittstelle, an der wir uns befinden, ist über diese Achse dargestellt. Sie zeigt hier zum Fischezeitalter, wir befinden uns am Ende des Fischezeitalters und am Beginn des Wassermannzeitalters. Und der Deichselpunkt des kleinen Bären ist momentan unser Polarstern. Und dieser wandert jetzt in Richtung Cassiopeia, Pegasus-Pferd, und wird dann in ungefähr 13.000 Jahren hier beim System Vega wieder angekommen sein. Man kann auch erkennen, dass das gegenüberliegende Tierkreiszeichen zum Wassermann der Löwe ist. Das bedeutet, dass vor ungefähr 13.000 Jahren die Energie des Löwen hier geherrscht hat. Und das ist verbunden mit einer Kultur, die auf diesem Planeten einen nachweislichen, wie soll ich sagen, nachweisliche Spuren hinterlassen hat. Und das ist die Kultur der Ägypter, wo der Löwe als Sphinx vor den großen Pyramiden postiert ist. Und deswegen ist auch diese Kultur der Ägypter von so zentraler Bedeutung mit diesem Gebäude, das jetzt übrigens eingemauert wird, weil da wird jetzt eine große Mauer rundherum gebaut, die schon fast fertig ist. 90% sind fertig und ist 20 Kilometer lang. Und man will die letzten Geheimnisse der Pyramiden von Gisee sozusagen lüften. Das ist die sogenannte Teilungsachse, in der die Präzision in zwei Hälften zerfällt. Das nennt man den sogenannten Abstiegszyklus. Dieser Abstiegszyklus vollzieht sich über Krebs, Zwillinge, Stier, Blieder und Fische. Und der Aufstiegszyklus vollzieht sich vom Wassermann über den Steinbock zum Schützen, zum Skorpion, über die Waage zur Jungfer und zurück zum Löwen. Und dieses Bild illustriert die Situation, in der wir uns jetzt geistig befinden am Beginn des Wassermannseitalters. Man sieht hier den Wassermann, der eine ätherische Flüssigkeit auf diese sieben Blüten hier unten ausschüttet. Das soll symbolisieren, dass die sieben verschiedenen Körper, in die wir momentan eingeschlossen sind, jetzt entsiegelt werden. Das ist das Aufbrechen der sieben Siegel. Und die kosmische Energie des Wassermannseitalters erleuchtet eine Ebene nach der anderen. Das ist übrigens auch so winkelmäßig angeordnet. Denn wir haben drei untere Dimensionen des Seins, die man als die physische, emotionale und aurale Dimension bezeichnet. Dann haben wir eine Verbindungsdimension zu den inneren Dimensionen. Das ist das sogenannte Herzchakra mit dem Energiechakra, also mit dem Energiekörper. Und dann haben wir die sogenannten feinstofflichen Chakren, den feinstofflichen Körper, den astralen Körper, den Intuitionskörper der Geistigkeit und den kausalen Körper der Zeit, wo auf der subtilsten Ebene die Gesetze der Kausalität zwischen Ursache und Wirkung festgelegt sind. Und alle sieben Körper werden jetzt aufgebrochen. Und diese Energie schenkt dem Menschen ein neues Leben. Gleichzeitig durchwandern wir dieses symbolische Tor. Da ist ein Totenkopf zu sehen. Das bedeutet, dass wir jetzt momentan am tiefsten Punkt der Verdichtung angekommen sind zwischen Fische und Wassermann. Und mit dem Durchschreiten dieses Tores, dieses Todestores, kommen wir auf der anderen Seite im neuen Leben des Wassermann-Zeitalters wieder heraus. Und da hinten ist eine kleine Pyramide zu sehen, die von innen erleuchtet ist. Das ist das sogenannte neue atlantische Zeitalter der nächsten 13.000 Jahre, das dann auf uns in der Zukunft wartet, wenn dieser Prozess einmal so richtig gestartet ist. Ja, es gibt auch ein Ereignis, das damit in einem zentralen Zusammenhang steht. Solche Ereignisse finden sehr, sehr selten statt. Und zwar war am 11.08.1999 gab es eine große Sonnenfinsternis, die über Zentraleuropa und dem Iran und Irak und Indien auch gefallen ist. Das ging also von Bermuda-Dreik über England herüber. Und parallel dazu, und das ist das Entscheidende, sind die Planeten unseres Sonnensystems in einem sogenannten Kreuz gestanden. Ja, ich habe das hier eingezeichnet. Zwei Planeten befanden sich im Wassermann, zwei Planeten im Skorpion, zwei Planeten im Löwen und zwei Planeten im Stier. Das macht acht Planeten und der neunte ist die Erde, für die dieses Zeichen gegolten hat. Und so eine Konstellation des Planeten genau in diesem Achsenkreuz zum Stehen kommen, während der Zeit einer Sonnenfinsternis, ist sehr, sehr, sehr selten und kommt in der Tat nur alle 5000 Jahre vor. Das bedeutet, das nächste Mal wird so ein Ereignis erst in 5000 Jahren ungefähr geben. Und deswegen ist dieses Ereignis vom 11.08.1999 so bedeutungsvoll und läuft auch synchron mit verschiedenen anderen Strukturen, wie zum Beispiel der Kalibrierung des Maya-Kalenders, durch die Mayas, die den Solkin-Kalender auf 5200 Jahre kalibriert haben, oder der Installation der Weißen Pferde in Südengland, wobei das Originalpferd in Affington, das von den Kelten angelegt wurde, schätzungsweise 3000 Jahre alt ist, aber wahrscheinlich wohl eher 5000 Jahre alt ist und sich ebenfalls auf diesen Zeitpunkt bezieht, wo diese Periode eben begonnen hat. Und die geht jetzt eben zu Ende. Man sagt auch, dass seit dem 11.08.1999 in einer Epoche von 14 Jahren bis 2012, 12-13 im Übergang, dann alle Siegel nach der Reihe, alle zwei Jahre aufgebrochen werden seit dieser Zeit. Da gibt es also eine massive Veränderung und das ist eben vor allen Kulturen entsprechend festgehalten worden. Wobei die Kultur der Maya sein eigenes Kapitel für sich eigentlich darstellt, die diesen Übergang in Form des Solkin-Kalenders dargestellt haben, der da abgebildet ist, um sich mit dem zu beschäftigen. Da muss man natürlich weiter ausholen und da müssen wir ein ganzes Seminar dazu halten. Das wäre, glaube ich, am Sonntag angesetzt und ist sicherlich ein sehr interessantes Thema, dass man mal intensiv mit dem Solkin-Kalender zu arbeiten bietet. Das magst du aber dann, oder? Ja, ich mag es dann ein anderes Mal, weil diesmal einfach zu wenig Anwendung ist. Ein Phänomen, das mit diesem Öffnen der sogenannten sieben Siegel einhergeht, ist natürlich das Hornkreis-Phänomen, keine Frage. Und dieses hat in den frühen 80er-Jahren begonnen, also genau in den späten 80er-Jahren eigentlich, weil 1988 war die sogenannte harmonische Konvergenz. Darunter versteht man den Umstand, dass die Erde den Strahlungsgürtel des pleiadischen Systems zum ersten Mal berührt hat und wir jetzt in diesen sogenannten Photonenring oder auch manasischen Ring eintreten werden. Die Sonne tritt in diesen Gürtel ungefähr 2012 ein und ungefähr 2027 sind alle Planeten permanent von der Energie des Photonenrings der Pleiaden eingeschlossen und dann kann es zu einer Veränderung der Frequenz auf der Erde in massiver Weise kommen, mit dem Ergebnis, dass wir dann möglicherweise sogar eine Art Dimensionsverschiebung im Wassermann-Zeitalter für das ganze Sonnensystem bekommen. Und seit dieser Zeit gibt es auch hier ganz massiv Kornkreise, die in Südengland und auch anderen Regionen überall auftauchen, in zahlreichen Mustern sind über 2000 Symbole bisher schon erschienen, in allen möglichen Größen, Dimensionen. Die Aussage ist zum Teil unbekannt, zum Teil weiß man sehr viel darüber, da ist zum Beispiel die Struktur des Maya-Kalenders, die da erschienen ist, das da ist ein Kalender, eine Struktur, die heuer erschienen ist, die eine Weiterentwicklung des Maya-Kalenders vom letzten Jahr darstellt. Man kann an dem zum Beispiel ablesen, dass heuer das erste Christusschloss besetzt wurde. Da unten sind die vier Christusschlösser und der Kielkreis erschienen. Das ist auch ein sehr wichtiges Symbol, schaut ein bisschen bedrohlich aus, ist es auch. Das ist ein Morgenstern, der in der Symbolik für den Ritter Morgenstern steht, der als Waffe benutzt wird und mit einer alten Prophezeiung des Hermes Trismegistus verknüpft ist. Und andererseits aber auch für die Venus und für den Sirius, der als Morgenstern ebenfalls in dieser Formation dann zu sehen ist. Das ist auch eine interessante Kornkreis-Formation, die eine Art zerbrochenen Spiegel darstellt, aus dem dann heuer der apokalyptische Reiter zum ersten Mal sichtbar geworden ist und so weiter und so weiter. Also das ist eine Vielzahl von Symbolen, da könnte man jetzt stundenlang nur über Kornkreise sprechen. Das soll aber jetzt nicht unser Programm sein, wir wollen uns ein bisschen mehr mit der Kosmologie, der antiken Kulturen beschäftigen. Und da kommen wir zunächst einmal auf die Pyramiden von Gizeh zurück. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Bauwerk auf dem Planeten, weil es innerhalb der Landmassen dieses Planeten exakt in der Mitte steht. Das wissen auch die wenigsten, warum die Pyramiden eigentlich dort stehen, wo sie stehen. Weil dort der Mittelpunkt der Zentralmassen des ganzen Kontinenten, also der vier Kontinentalsonen in einer sehr wichtigen Schnittstelle zusammengestellt. Entgegen landläufiger Meinung, die Pyramiden von Gizeh seien von dem König Cheops gebaut worden vor etwa 3-4.000 Jahren, muss man zur Verteidigung anderer Thesen sagen, dass es in den Pyramiden keinerlei Inschriften gibt. Keine einzige Inschrift. Und die Behauptung, man hätte im oberen Bereich der Königskammer, und zwar, wenn man jetzt die Pyramide von Gizeh einmal genauer anschaut, so, und am Seitenriss ist da die Königskammer, und da ist die Königin-Kammer, da ist die große Galerie. Im oberen Bereich der Königskammer eine Inschrift vom König Cheops gefunden, stimmt das so nicht? Denn de facto war es so, dass die Pyramidenforscher, wie sie zum ersten Mal in diese Schächte hineingegangen sind, mirigens irgendwo auch nur den kleinsten Hinweis auf eine Inschrift gefunden haben, und aus lauter Verzweiflung dann bei Sprengungen in die oberen Entlastungskammern da oben eine Gravur anbringen haben lassen, die auf den König Cheops hindeutet, aber es ist heute mehr oder weniger historisch erwiesen, dass das eine Fälschung ist. Und damit ist einmal grundsätzlich klar, dass man nicht weiß, wer die Erbauer der Pyramiden waren. Dazu kommt, dass, wie man an diesem Bild sehr schön erkennen kann, zu ganz bestimmten Zeiten bestimmte Schächte der großen Pyramide von Giese auf bestimmte Sterne gezeigt haben. Und zwar ist es so, dass von jeder Kammer, der Königskammer und der Königin-Kammer, jeweils links und rechts zwei Schächte direkt quer aus der Pyramide herausragen. Diese haben einen sehr kleinen Durchmesser, und die sind nur 8x8 cm. Ja, ich habe gerade kein Bild davon da. Die sind nur 8x8 cm, also so klein, dass da niemand hineingehen kann. Man hat die ursprünglich für Lüftungsschäfte gehalten, bis man draufgekommen ist, dass zum Beispiel dieser Schacht und dieser Schacht hier an einer bestimmten Stelle gar nicht bis zum Ende hinausgehen, sondern dort verschlossen sind mit einer Tür. Und im 96er Jahr ist der deutsche Ingenieur Rudolf Gandenbrink beauftragt gewesen, mit einem Mini-Roboter in dem Schacht, des der Königskammer hineinzufahren, die auf den Orion-Stern gezeigt hat, zu einer bestimmten Zeit, ob das kommen wir noch zu sprechen, und hat eben festgestellt, dass da eine Tür ist und hinter dieser Tür möglicherweise eine Kammer. Man hat dann die Tür aufgebrochen mit dem Roboter und hat dann festgestellt, dass noch eine zweite Tür dort zu finden ist und wahrscheinlich noch eine dritte. Und derzeit werden Bemühungen unternommen von der Königskammer, in diese Region, weil die Kammer liegt ungefähr hier, einen Schacht zu treiben von innen hinaus, sodass man da Zugriff bekommt auf diese kleine Kammer, die sonst komplett abgeschlossen ist, hermetisch von allen Seiten, damit man das dort drinnen bergen kann, was dort vermutlich versteckt ist. Und damit das niemand mitverfolgen kann, baut man jetzt eine sehr, sehr große Mauer rund um das ganze Pyramiden-Gefüge. Das ist also eine sehr interessante Geschichte, die mit den Pyramiden von Gizeh zu tun hat, dass sie hier momentan sehr viel tut, aber es gibt noch ganz andere Hintergründe. Und das hat sehr viel mit der Figur zu tun, von der wir da vorher gesprochen haben, nämlich mit dem Hermes Trismegistus. Man sagt, dass es in der ägyptischen Mythologie vier verschiedene Götter gegeben hat, die einen wesentlichen Nachlass auf dieser Welt hinterlassen haben. Und das war der Seth oder Hermes Trismegistus, wie er auch genannt wird, die Isis, der Osiris und die Nephtois oder die Königin der Nacht. Und wenn man das abkürzt, heißt das S-I-O-N und das Geheimwort dafür war Sion. Und es gibt heute noch eine geheime Organisation, die nennt man Brilleur de Sion, die Oberen von Sion, die dann später mit der Gründung des Templerordens sehr viel zu tun hatte, die eigentlich die Nachlassverwalter dieses geistigen Erbes der Ägypter eigentlich darstellt. Und es ist auch bekannt, dass der Hermes Trismegistus, der geistige, konzeptionelle Vater, für den Bau der Pyramiden von Gizeh eigentlich gewesen ist. Dazu muss man sagen, dass er in den unterschiedlichen Kulturen überall bekannt war und dass das nicht nur eine rein ägyptische mythologische Überlieferung ist, sondern es gibt den Hermes auch in der griechischen Tradition, wo er traditionellerweise mit dem Hermesstab dargestellt wird, hier zu sehen. Es gibt ihn in der deutschen Tradition, wo er der heilige Hermann auch heißt und ebenfalls mit dem sogenannten Kaduceus, auf den ich noch zu sprechen kommen werde, dargestellt wird. Es gibt ihn in der Tradition der nordischen Völker, der Kelten, als den sogenannten Barden und Pfahrenden Sänger, der die Aufgabe hatte, das Wissen weiter zu vermitteln. Es gibt ihn in der indischen Tradition als den Zölibadären Mönch mit der Laute, mit diesem Instrument, einer Wiener, mit der er durchs Weltraum, wie durch den Weltraum reist und eben der verschiedenen Menschen, die das Wissen und die Erleuchtung und bestimmte Zusammenhänge liefert. Und in der ägyptischen Tradition wird er traditionellerweise als ibisköpfiger Engel dargestellt, der zwischen zwei Schlangen hier sichtbar wird, die man als die rot-violette und blau-violette Schlange auch darstellt. Und der Hermes Trismegistus ist eine sehr, sehr zentrale Figur, denn von ihm kommt die sogenannte hermetische Tradition. Und das ist immer noch die Tradition, der heute die Freimaurerei folgt und die hat immerhin das Sagen auf der politischen und wirtschaftlichen Bühne im Hintergrund. Denn es gilt das Gesetz der Hermetik oder des hermetischen Abschließens. Im weitesten Sinn kann man sagen, dass die Philosophie des Hermes Trismegistus eine geheime Philosophie ist, die darauf abzielt, das Wissen dem Menschen nur im Sinne einer Schülernachfolge, vom Meister zu Schüler, in einer bestimmten Tradition weiter zu vermitteln. Und nachdem in vielen Traditionen der Hermes Trismegistus auch noch als zölibatärer Mönch dargestellt wird, gilt auch das Prinzip der sexuellen Enthaltsamkeit für diejenigen, die in diesem Wissensschatz eingeweiht werden wollen, womit der Hermes zur Wurzel des Problems des Ungleichgewichtes der weiblichen und männlichen Energie geworden ist, denn die Freimaurerei beansprucht bis zum heutigen Tage für sich eine rein männliche Gesellschaft zu sein, die aus diesem Grund heraus eine patriarchale Ordnung auf diesem Planeten errichtet hat, unter Ausschluss der weiblichen Kräfte. Und das ist auch gleichzeitig das Problem der hermetischen Tradition. Man sagt, dass die Heimat des Hermes Trismegistus da im Vega-System liegt. Lyrer-System heißt es auch, das ist der Stern Vega im Lyrer-System und da kommt auch der Name die Leier her. Das Lyrer-System, das liegt da in der Nähe dieses anderen Systems, das nennt man das Sygnis-System und das heißt auch der Schwan oder der weiße Schwan. Dieses Sternensystem wird in der Zukunft sehr bedeutungsvoll, denn wir befinden uns momentan mit der Präzision hier und bewegen uns jetzt in dieser Richtung, langsam in Richtung Deneb, das ist der zentrale Gestirn im Kopfbereich des Schwanes. Das bedeutet, dass die Energie des Schwanes immer stärkeren Einfluss auf die Welt nimmt und eine andere Energie, die dieser parallel sozusagen gegenübersteht, abschwächt und das nennt man die Energie des großen Drachen, dessen wichtigster Stern für uns der sogenannte Alpha-Drakonis ist und von dort kommt auch der berühmte Drachenorden und andere überlieferte Worte wie die drakonische Strafe etc. drakonische Maßnahmen ergreifen, das alles kommt eigentlich aus dem Drachensternensystem, dessen Alpha-Drakonis-Stern wir vor ca. 5000 Jahren zum ersten Mal berührt haben. Und zwar zeige ich das anhand einer anderen Grafik, kann man das also noch einmal besser erkennen. Hier sieht man noch einmal die Erde mit dem Präzisionszyklus, der sich hier in 26.000 Jahren einmal im Kreise schließt. Derzeit befinden wir uns am äußersten Deichselpunkt des kleinen Bären und vor ca. 3200 Jahren vor Christus, diese Zahl stimmt ja nicht, haben wir diesen Deichselpunkt als Nordpolarstern gehabt und das ist der Alpha-Drakonis und das ist ein Stern aus dem Drachensternensystem. Das ist hier zu sehen, das Drachensternensystem. Und wir berühren das Drachensternensystem nur ein einziges Mal in 26.000 Jahren und das war vor 5200 Jahren. Und deswegen ist der Zeitpunkt auch so wichtig und wurde von allen Völkern festgehalten. Wenn man sich die Pyramide von Gysi noch einmal anschaut, dann war die so ausgerichtet, dass wenn man die Präzision zurückdreht, zur Zeit, 3200 v. Chr. in etwa, dann zeigen diese Schächte genau auf diese vier Sterne hier. Dieser Schacht hier von da oben, von der Königskammer, zeigt auf dem Tuban, der ägyptische Name für den Alpha-Drakonis war, das ist das Rachensternensystem. Dieser Stern hier unten von der Königinnenkammer, zeigt auf dem Ursaor Minor, das ist der kleine Bär. Wir haben ja jetzt den äußersten Weichselpunkt erreicht mit dem Nordpolarstern. Dieser Schacht zeigt auf das Orion-Sternensystem, das ist auch der Sitz des Osiris. Und dieser Stern zeigt auf das Sirius-Sternensystem, was auch gleichzeitig der Sitz der Isis ist. Wobei dieser Stern dann für die Nephtois steht und dieser Stern natürlich selbstverständlich für den Seth indirekt, mit dem er auch verknüpft ist im Drakon-Sternensystem. Das heißt, auch die Ägypter haben dasselbe gemacht, dass die Inder in Angkor Wat in Kambodscha gemacht haben, in der größten Vishnu-Tempelanlage der Welt, in der weißen Pyramide ist es so dargestellt worden, in der Darstellung des Maya-Kalindes haben wir einen Zyklus von 5200 Jahren, in der keltischen Darstellung des weißen Pferdes haben wir einen Zyklus von 5200 Jahren und der geht jetzt zu Ende. Und diese Epoche, die hat auch einen Namen, sie ist das Zeitalter der Dunkelheit oder des Eisens gewesen, von den großen vier Zeitaltern, nämlich das goldene, silberne, bronzene und eiserne Zeitalter, aber das ist das dunkle Zeitalter. Das Zeitalter des apokalyptischen Reiters, nennt man das auch, der auf dem weißen Pferd reitet und ein Schwert hält und dessen Epoche jetzt zu Ende geht. Die Inder haben dieses Zeitalter auch das Zeitalter des Kali genannt, oder der Kali, das dunkle Zeitalter, in dem sozusagen die geistige Entwicklung am absoluten Tiefpunkt angekommen ist und jetzt ist das Ende dieses Tiefpunktes eben erreicht. Ja, das sind die Symbole. Das Seed, Nadadamuni, Heromestris, Megistus, Tod ist auch ein Name. Es ist der berühmte Kaduceus-Stab und die Leier, das Instrument. Und der Kaduceus-Stab ist ja heute noch in Verwendung bei den Apothekern. Er soll symbolisieren, dass es um die Gesundheit geht. Doch die Bedeutung scheint verloren gegangen zu sein, denn es geht ja nicht um eine sozusagen rein äußerliche Gesundheit, dass wir da auch ein paar Billen schlucken, sondern es geht um die Tatsache, dass diese beiden Stränge, die als Schlangen dargestellt sind, mit einem dritten Stab, auf dem Flügel montiert sind, eine Verbindung bekommt. Diese zwei Stränge, die stehen, heute weiß man es besser, aus der sozusagen Biologie, für die DNS, für die beiden DNS-Stränge. Und diese beiden DNS-Stränge, die sind unser Erbgut und gleichzeitig auch unser materieller Körper. Die sind momentan mit dieser, dritten Energie, die durch diese Flügel der Engel symbolisch dargestellt ist, noch nicht verknüpft. Und das nennt man die sogenannte Lichtachse oder die dritte DNS-Achse, die von oben herunterkommt und sich mit den beiden physischen DNS-Strängen verbinden muss, damit aus dem dritten Strang mal den vier Basenbahnen, die in der DNS drinnen sind, drei mal vier, nämlich zwölf, Matrizen des Lichtes entstehen. Das nennt man eine Zwölfstrang-DNS. Das ist keine chemische Zwölfstrang-DNS, sondern es ist eine Licht-Zwölfstrang-DNS, auf die das Ganze abzielt. Und jetzt hat der Prozess begonnen, dass die sieben Verankerungspunkte innerhalb der DNS aufgebrochen worden sind und das Licht der Sonne, wenn es den Photonenring der Pleiaden kontaktieren wird, da einstrahlt und eine Entmaterialisierung des DNS-Schleifenmateriales hervorbringen wird. Und das ist der große Aufstiegszyklus des goldenen Lichtzeitalters, auf die wir da zusteuern. Und deswegen ist auch voriges Jahr der Hermesstab als Kornkreis erschienen vor so einem weißen Pferd. Das ist eine alte Tradition der Engeländer, dass sie diese weißen Pferde da in die Hügel hinein machen, wobei das älteste, wie gesagt, das in Affington ist, das ist über 5000 Jahre alt. Und da zu Füßen dieses alten Bahnspferd erschien der Hermesstab. Allerdings in einer sehr interessanten Darstellung. Man sieht da gewisse Eigenheiten, die man sonst nicht so kennt. Da sind Flügel drauf, das schaut wie ein Insekt aus, wie eine Biene oder sowas. Da sieht man auch den Brustkorb, mit dem das verknüpft ist. Innerhalb des Brustkorbes kann man da so einen Schmetterling erkennen. Da ist eine Haube mit so Hörnern oben, was ein bisschen an diese Büffelhauben erinnert, die die Schweizer Garde auch trägt, beim Vatikan und ähnliche Dinge. Da oben, diese Flügel sind so gestaltet, dass das wie Schalen wirkt, wie so Pralschalen, also eine ganze Menge von Informationen im Hermesstab, die wir so eigentlich nicht kennen. Um diese sieben hermetischen Prinzipien geht's, von denen man sagt, der Hermes Trismegistus hätte sie auf die Smaragdtafeln geschrieben, aus einem bestimmten Grund, denn das Smaragd hat eine grüne Farbe und das zentrale Chakra, das alle anderen Chakren, nämlich die der Feinstofflichkeit und die der Grobstofflichkeit, an einem Punkt zusammenhält, nämlich das Herzchakra hat die Farbe grün. Und der innerste Wert dieses Herzchakras, das als sozusagen sutilster Pol für den Zusammenhang der inneren und äußeren Wirklichkeiten fungiert, hängt sehr, sehr stark mit dem Smaragd zusammen und deshalb hat der Hermes Trismegistus die sieben Gesetze der Hermetik auch auf die Smaragdtafeln geschrieben. Ja, das sind die drei Pyramiden von Giese. Sie sind übrigens nach dem Vorbild des Orion-Sternensystems gebaut. Wenn man da von oben drauf schaut, sind diese drei Pyramiden stellvertretend für die drei großen Orion-Sterne, von denen man sagt, dass dort der Sitz des Osiris ist. Die Isis und der Osiris sind die beiden Götter für den Wiederaufstieg, währenddessen das Seed und die Neftäus, Naftali, die Königin der Nacht, auch für den Abstiegszyklus gilt. Ja, Neftüs heißt ja die Nacht, die Frau mit dem schwarzen Mantel, auch von den Freimaurern oft die Witwe genannt. Und die Freimaurerei bezeichnet sich selber als die Kinder des Hermes und der Witwe Naftali. Ja, so wird das heute noch traditionellerweise in der Loge gehandhabt. Und daher kann man also sagen, dass von dieser Ecke ausgehend die Tradition des Abstiegs in die Dunkelheit des Kali-Yugas hinein eingeleitet worden ist. Und die Freimaurerei hält diesen Faden bis zum heutigen Tag fest in der Hand. Ja, damit sind wir ja schon mitten im Thema bei den Logen. Was ist das eigentlich für ein merkwürdiger Verein im dauerigen Hintergrund? Es geht hier um die sogenannte Bruderschaft im Sinne, dass von Mann zu Mann ein Bündnis hier geschlossen wurde unter der Tradition des Hermes und der Gäste, der für sich beansprucht, die Welt zu kontrollieren und die Ideale der Freimaurerei innerhalb der menschlichen Gesellschaft umzusetzen. Und das zentrale Ideal der Freimaurerei ist der Bau des Salomonischen Tempels der Weisheit, der natürlich auch aufs Alte Testament zurückgeht, und zwar auf die Geschichte von König Salomon. Und zu dieser Zeit es einen Baumeister gegeben hat mit dem Namen Hiram Abiff, der zentral an der Verwirklichung dieses Bauwerks beschäftigt war. Und dort geht die ganze Ideologie der Freimaurerei eigentlich hin. Man sieht hier auch natürlich viele Symbole. Die Boderkette, ein ganz wichtiges Symbol, der dann hier auch umgehängt wird. Dann andere Symbole, Inklimas und Zirkel. Der Logen-Schurz, der heute so benutzt wird, dass er da am Bürgel aufgehängt wird und dann was er nach unten hängt, soll symbolisieren, dass dieser Bereich unterhalb des Solarplexus, also des Nabelchakra, mit dem dann auch der sakrale Bereich der Sexualität in Verbindung steht, wo ja auch die Geschlechtsorgane liegen, verdeckt wird. Und damit illustriert werden soll, dass die kreative Energie der Sexualität innerhalb der Freimaurerei zurückgehalten werden soll, was natürlich wieder zu der Frage führt, welche Position hat denn der Gegenpol des Mannes hier, nämlich die Frau. Und die Antwort ist natürlich gar keiner, weil ja die Energie hermetisch zurückgezogen wird und deswegen auch mit der Logen-Schurz bedeckt wird. Und aus diesem Grund sich hier einfach über die Loge eine patriarchale Männergesellschaft etabliert hat, die die Macht für sich beansprucht. Das Ganze ist auch hierarchisch. Das heißt, der Grundsatz einer Loge funktioniert nach der Pyramide von Gizeh. Da oben sitzt die zentrale Weisheit, ja, des Hermes und des Königs Salomons und von dort aus werden alle anderen Stellen in einem pyramidalen, auseinanderlaufenden Strukturgefühl kontrolliert, nach dem Motto, oben sitzt einer und unten zwei andere, die nicht so viel Macht haben, die polarisiert sind. Und das heißt im Lateinischen, nach dem berühmten Freimaurer Machiavelli, divide et impera, teile und herrsche. Teile die Macht unter zwei Bereichen auf und herrsche über sie, indem du beide Parteien gleichzeitig bedienst. Ja, was natürlich dann in sehr unliebsamer Weise oft praktiziert wird, indem man beide Kriegsparteien zum Beispiel mit Waffen versorgt und dann als dritte Partei neutral im Hintergrund operiert. Und die Pyramide von Gizeh ist das große Vorbild der Loge geblieben bis zum heutigen Tage. Es hat sich allerdings im Laufe der Jahrhunderte und der Tausende, muss man ja sagen, ein bestimmtes System herauskristallisiert, das heute praktiziert wird. Und das System, das heute praktiziert wird, das nennt man in England zum Beispiel den schoptischen Ritus. Und innerhalb der Loge gibt es Einweihungsgrade, das heißt nach Graden ist es gestuft, die vom ersten bis zum 32. Grad laufen, wobei dann der 33. Grad der sogenannte illuminierte Grad ist, der dann mit dem allsehenden Auge zusammenfällt. Warum das ausgerechnet 32 plus 1 gerade sind, auf das kommen wir später noch einmal genauer zu sprechen. In Amerika sind die verschiedenen Gradabstufungen in 13 Stufen zusammengefasst worden, was man auch als die 13-stufige Pyramide bezeichnet, wo es um 12 Grundstrukturen plus einen zusätzlichen Grad gibt. Es gibt dann zwar noch ein komplementäres System dazu, das ist das System nach dem Ritus von Memphis und Mishraim, das in Frankreich, in Paris praktiziert wird, in der großen Loge des vorderen Organs. Das hat ein bisschen eine andere Funktion, damit wir es nicht so weit ausholen, weil wir kommen von 100.000. Die Freimaurerei beansprucht es bis zum heutigen Tag in dieser Weise und tut es auch so bewerten. Hier praktisches Beispiel, Sonderbeilage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von 1996. Man sieht ein Mädchen mit Winkelmaßschritt auf einem Würfel, auf einer Kiste stehen. Der Würfel steht für den Bundesladen, Würfel mit dreifachem Kleid, ein Schachbrettmuster und den zwei Blumen der Freimaurerei und hält das Kleid nach oben, was symbolisieren soll, in dieser Ausgabe der Sonderbeilage der FAZ werden einige Geheimnisse der Freimaurerei gelüftet. Da muss man natürlich blättern dann, ja. Und dann gibt es eine ganze Menge Artikel da drinnen, in denen das gelüftet wird, unter anderem solche, wo man eine Pyramide sieht, aus lauter goldenen Teddybären, wo oben in den traditionellen Farben des blau-violetten und rot-magentafarbenen Strahles jeweils eine männliche und weibliche Energie als Kinder dargestellt sind, die, in der sich die Tradition der Freimaurerei selber versteht, denn sie selber sehen sich ja als die Kinder der Witwe Nafterli. Und die haben einen weißen Teddybären in der Hand. Das bedeutet, sie stellen den Führungsanspruch auf die Masse. Und wieso da lauter Teddybären liegen, das hat was damit zu tun, dass wir jetzt am äußersten Teilchenbuch des kleinen Bären mit unserem Polarstern hinzeigen. Und das ist halt nach der weißen Bären-Vorgung. So wird es dann in der Werbung abgedruckt. Nur unten steht dann Kindergroß in Mode. Naja, wer jetzt nicht ganz hell auf der Platte ist, wird es vielleicht nicht ganz mitbekommen, was die Artikel eigentlich wirklich raus hat. Tatsächlich ist auch dieses Symbol selbstverständlich als Quantis erschienen, und zwar in den Jahren 2001 auf 2. Sind alle Symbole für die Öffnung des dritten Auges erschienen, unter anderem dieses Auge. Hier sieht man die Pyramide. Von jeder Seite gehen 11 Strahlen heraus, was insgesamt 33 Strahlen darstellt, plus also das Auge in der Pyramide, wobei dieser Teil des Auges als Sechseck dargestellt ist und im Raum, wenn man es genauer anschaut, einen Würfel darstellt, um dessen Öffnung es eigentlich geht. Wenn man jetzt die Zusammenhänge und diesen Paradigmenwechsel besser verstehen will, dann muss man sich natürlich mehr mit der Figur des Baumeisters des Salomonischen Tempels da beschäftigen. Und der Name dieses Baumeisters, der heißt Hiram Abif. Tatsächlich gibt es dieses Bauwerk auch in physischer Dimension. Es steht in Israel, in Jerusalem, und ist dieses Bauwerk, und das Besondere an dem Bauwerk ist, es ist streng nach dem goldenen Schnitt gebaut, und jede einzelne Mauer und jeder einzelne Ziegel ist nach einem Verhältnis des goldenen Schnittes von 1 zu 1,618 gebaut. Das ist das einzige Gebäude, in dem das 100%ig bei jeder Mauer und bei jedem Ziegelstein so verwirklicht wird. Was ist überhaupt dieser Salomonische Tempel? Was machen die Freimaurer? Das heißt ja schon so, die Freimaurer mauern eine Mauer. Wobei dieser Tempel nur ein Symbol darstellt für die Gesellschaft, und das sind wir selbst. Das bedeutet, die Freimaurer fassen den Menschen als einen Baustein auf, der für sich zuerst mal in einer rohen Masse existiert, das ist der sogenannte rohe Stein, und jetzt mit den Idealen der Freimaurerei behauen wird, zu einem Ziegelstein wird, den man benutzen kann, und diesen Stein, der wird dann eingesetzt in die Mauer des Salomonischen Tempels. Und wenn der Tempel fertig gebaut ist, dann ist die gesamte Gesellschaft nach den Idealen der Freimaurerei geformt. Das ist die eigentliche Vorstellung, die sich dann hinter diesem Tempelbau verbirgt. Wobei der zentrale Eckstein, der zum Schluss in das Gebäude eingesetzt wird, nachdem die Durchleuchtung oder Vergeistigung der Gesellschaft ihren Endpunkt erreicht hat, der sogenannte Eckstein dann auch als Bundeslade im zentralen Heiligtum im Salomonischen Tempel zum Liegen kommt. Und wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist, dann beginnt die Macht der Freimaurerei zu schwinden, weil in gewisser Weise der nicht benutzt werden kann. Das war der Stein, der verworfen werden musste, und dann stürzt dieses Gebäude während der Gegenteil. So wird es auch auf den Schurzen der Freimaurer dargestellt. Das ist ein klassischer Freimaurerschurz. Man sieht da zwei Säulen. Auf der einen Seite steht J und auf der anderen Seite B. Es gibt zwei wesentliche Kräfte. Das sind halt alles gleich in der Loge. Das nennt man die dunkle Seite des einen Bruders und die lichte Seite des anderen Bruders, dargestellt auch durch den Vorhof dieses Salomonischen Tempels in Form eines Schachbretters, wobei hier 8 mal 8 Kästchen zum Tragen kommen. Und das ergibt 64 Schattierungen von politischen Möglichkeiten und wirtschaftlichen Möglichkeiten zwischen diesen beiden Naturkräften. Und daher auch 32 von je einer Seite, weshalb es 32 Grundgrade in der Loge gibt, nach denen die ganze Politik gestaltet wird. Hintergrund auch zu sehen, die Spitze der Pyramide. Das ist der Anspruch, worauf die Freimaurerei eigentlich zurückgeht, beziehungsweise hier der Obelisk, auf den wir dann später noch gesondert zu sprechen kommen. Hier sieht man jetzt, wie das passiert, wenn man in die Loge eingeweiht wird, nur für Männer, zugänglich. Man kommt in eine Kammer hinein mit diesem Symbol da, darf dann einmal ein bisschen brüten über das, was da so liegt. und einen Fragebogen ausfüllen, wird dann in diese Felsenkleider gesteckt, einen Strick um den Hals mit einer Augenbinde, mit einer schwarzen, wo die Augen zugebunden werden. Und dann darf man in der Loge anklopfen und unter einer speziellen rituellen Handlung um Einlass bitten, wird dann in die Loge aufgenommen, die Augenbinde wird abgenommen, der Strick wird auch abgenommen, man bekommt einen Brack angezogen und ist von Bruder zu Bruder in die Loge aufgenommen und hat von dort an keine finanziellen Sorgen mehr. Und wenn man dann aber was ausplauscht von diesen Idealen der Freimaurerei, dann hat man ja diesen Strick schon vorher drauf gehabt, der sich natürlich selbstverständlich genau zu diesem Zeitpunkt dann wieder zuzieht. Und es gibt in der Freimaurerei einen Hochgraden, dann sogenannten Ritualmorde, die dann einfach vollzogen werden, wenn ein Hochgrad Freimaurer mitgeht, einfach zu viel ausplauscht, was nicht opportun ist und das hat meistens mit einer Strabulierung etwas zu tun. Da treffen sich die Brüder der Freimaurerei, das ist die große Loge in England, man sieht da die verschiedenen Ableger, der große Meister sitzt auf einem Sessel, auf der es noch besonders zwischen welchen kommen. Es gibt viele Symole, das ist ein unübersichtliches Feld, aber die wichtigsten sollte man sich merken, Zirkel und Winkelmaß stehen für die beiden Grundkräfte der Freimaurerei, wobei das Winkelmaß für die dunkle Seite und die Zirkel für die Lichtseite steht. Das G da drinnen steht unter anderem für Geometry auf der einen Seite, Geometrie oder auch heilige Geometrie. Das Wissen für die Erlösung der Welt läuft über die Geometrie, steht aber auch für Gates, das Tor, das Tor zwischen der inneren und äußeren Dimension, das vom Großmeister zu diesem Zeitpunkt noch besetzt ist, was natürlich dann wieder zu der Frage führt, was hat der Bill Gates damit zu tun, der zunächst einmal ein Fenster geöffnet hat und das heißt dann Windows. Beziehungsweise der Würfel, in verschiedenen Variationen als Bundeslade auch dargestellt, ist ebenfalls als Quantis erschienen, dass ich mir Würfel, man erkennt da, eine Ecke ist da besonders herausgegriffen, wo da so ein Schlips hineingeht und so ein Bogen und die Öffnung dieses Würfels ist eine symbolische Darstellung, dass jetzt das Ende dieser Zeit der Freimaurerei gekommen ist, weshalb auch der Schlüssel dazu zu dieser Bundeslade selbstverständlich vorfällig erschienen ist. Das sind die zwei wichtigsten Werkzeuge, Symbolwerkzeuge, mit denen die Freimaurerei arbeitet, der sogenannte Unbehaune Stein und auch der Behaune Stein, auf dem dann meistens oben noch eine Pyramidenspitze hinaufkommt und wenn das etwas länger wird, entsteht ein sogenannter Obelisk daraus, auch der Obelisk ist ein sehr, sehr wichtiges Symbol für den erleuchteten Zustand eines Mitglieds innerhalb der Loge und Logeneingänge sind meistens mit unbehaunen Steinen geschmückt. Da steht da, das ist einer der zentralen Obelisken der heutigen Zeit, vor dem Weißen Haus, da wo das Pentagon auch ist und der steht nicht ohne Grund dort. Der steht dort, weil die Politik der Amerikaner samt und sonders von der Freimaurerei beherrscht wird. Deswegen steht der Obelisk da. Und erst wenn dieser Obelisk fällt und auch alle anderen Obelisten fallen, dann beginnt sozusagen der Wechsel der Zeit. Es gibt auch in der Schweiz eine große Loge, in der alle anderen Loge zusammengefasst worden sind in Genf, die heißt Alpina, das kann man sich auch merken, das ist das offizielle Journal der Loge Alpina in Genf. Man sieht auch hier den Salomonischen zentralen Tempel mit den beiden Säulen vorne und dem Schachbrett. Das ist jetzt der Sitzungssaal der großen Loge von England, wo die Mitglieder, die im Hintergrund die tatsächliche Politik betreiben, sich treffen und der Großmeister sitzt auf einem Stuhl innerhalb dieses Türrahmens, auf den ich dann noch näher zu sprechen komme. Und da sind unsere Freunde versammelt alljährlich und halten die große Politik ab. Und samt und sonders alles, was heute Rang und Namen in Wirtschaft, Politik, Militär, Bankenwesen, Finanzwesen, Energie, Bildung und so weiter hat, sitzt da hundertprozentig drinnen. Hundertprozentig. Ohne Ausnahme. Und das bedeutet, hier laufen wirklich die Fäden des Weltgeschehens zusammen, wenngleich dies in der Öffentlichkeit und in den Medien so nicht propagiert wird. Weil wer hat schon mal was davon gehört, dass sich die Freimaurer in der Großloge von England getroffen haben und was dort möglicherweise besprochen wurde. Es gibt viele Symbole, hier steht zum Beispiel eins, das ist der sogenannte Pendel der Freimaurerei, das ist auf einen Stein auf Fäden aufgehängt, der unten noch einen breiten Stein hat und der innerhalb dieses Gerüstes da hin und her schwingen kann. Das ist der sogenannte verkehrte T. es bezieht sich auf den Hammer des Thor und auf die Tarotkarte der Gehengte, der da verkehrt mit den Händen nach hinten im Baum des Lebens hängt. Das ist eigentlich der König Odin auf der nordischen Tradition oder auf der griechischen Tradition der Zeus mit der Blitzwaffe in der Hand, der, solange er im Baum des Lebens hängt, hier inaktiv bleibt und erst am Ende seiner Bußzeit, so könnte man das auch formulieren, von diesem Baum des Lebens heruntersteigt, das Zepter oder die Blitzwaffe oder auch das sogenannte Schwert Exkalibur in die Hand nimmt und dann, wenn das Pendel der Freimaurerei stehen bleibt, ist der Beitrag der Loge für die Welt sozusagen überlebt. Und da steuern wir jetzt zu, im letzten Jahr wird das Schwert herausgezogen aus der Mauer, das hält der Großmeister des 32. Grades mit den Grallen des Doppeladlers derzeit noch fest und wenn der sozusagen rechtmäßige König der Tafelrunde, die mit der Roundtable-Gesellschaft etwas zu tun hat, jetzt dieses Schwert herausziehen wird in den nächsten zwei Jahren, dann beginnt der neue Zyklus und das alte System stürzt in sich zusammen, wo es natürlich massive wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen wird. Und deswegen muss man sich natürlich gleich die Frage stellen, ja wie kam es denn überhaupt, dass die Freimaurerei, abgesehen von ihrem ideologischen Hintergrund, in der Lage gewesen ist, so viel Macht auf diesem Planeten anzuhelfen? Und die Antwort steckt in diesem Wort Hiram, von dem wir vorher schon gesprochen haben, der Baumeister heißt der Hiram Arif, das ist ein altes Sanskrit-Wort und dahinter verbirgt sich auch eine Übersetzung wie zum Beispiel die große Intelligenz, das leuchtende Licht der solare Logos. Es hat etwas mit dem Sonnenlicht zu tun, und zwar in der Gestalt, dass früher ja die Christus-Darstellung des Warenkönigs auch mit dem Solar-Logos immer identifiziert wurde. Hier ist sehr schön zu sehen, die 12 Apostel als Tierkreise dargestellt und Christus in der Mitte mit einer Krone obendrauf oder der Streuen rauskommt, wo es sich auch die Sonnenenergie bezeichnet. Die Kraft der Sonne heißt ja auch in der Übersetzung Qi, Qi, die Lebenskraft, Qi Gong zum Beispiel, Qi Ra, Ra, der Sonnengott in der ägyptischen Tradition und heute noch heißt das traditionelle Petro-Siegel mit dem P und diesem komischen X da drauf Qi Ro, nicht? Das heißt, die Lebenskraft des Sohnes oder der Heiligen Sonne repräsentiert durch den derzeitigen Papst, die jetzt aber zu Ende geht, nicht? Und diese goldene Energie, die hat verschiedene Formen, wenn sie hoch schwingt, ist sie lichtförmig und wenn sie dann anfängt, niedriger zu schwingen, dann fängt sie an, sich zu fertig und die präzipierte oder materialisierte Form des Sonnenlichtes, das ist das Gold. Guckstädlich, die Goldmünze, also ursprünglich hat es ja keine Goldmünze gegeben, sondern das Gold präzipiert im Gestein der Materie und hat dort ganz bestimmte Bewusstseinsaufgaben und es war immer ein Anliegen der Freimaurerei, sich dieses Gold unter den Nagel zu reißen, auf das kommen wir ein bisschen später zu sprechen, warum überhaupt? Und durch die Verdichtung des Goldes kam es dann zur Formung der sogenannten Ziegelsteine, die werden ja nicht ohne Grund so geformt, man könnte das auch um, als hat sich noch niemand gefragt, warum eigentlich die Goldbaren Goldbaren sind und warum sie dann zu einem Würfel aufgestapelt werden, der dann in den Tresoren der Banken herumliegt, weil das der zentrale Bundesladenwürfel ist, um den es da eigentlich geht und mit der Beherrschung des Goldes in Form von Ziegelsteinen hat die Loge die Macht an sich gezogen, indem sie als Ersatzmittel Papiergeld ausgeben hat. Und das ist das da. Ein nicht gedecktes Geld, ein inflationäres Geld des apokalyptischen Reiters, das in dem Maße, wie die Inflation und die Deflation dieses Geldes zunimmt, auch das Potenzial für Zerstörung und Krieg darauf folgen und solange wir an diesem Kreislauf dieses Papierscheines geknüpft sind, währenddessen die Loge den wahren Wert der Gesellschaft in Form des verdichteten Goldes im Keller der Tresore der Banken eingeschlossen hat, gibt es keine Veränderung des Status Quo. Und daher wurden die Symbole der Freimauerei auf diesem Papierzettel fixiert. Da sind sie drauf. Da ist die Pyramide mit dem Allsehen Auge. Und hier ist der Doppeladler, der das Fruchtbarkeitszweiglein der Zukunft und auch die sogenannten heiligen Pfeile der Dana, die komme ich auch noch zu sprechen, festhält. Und vorne ist der Stempel für den sogenannten Schwarzenbruder und für den Weißenbruder mit dem B, Boas steht für die Weisheit und da auf dem Schwarzenbruder seiner Stempelstruktur ist das Winkelmaß der Freimauer zu sehen. Hier. Und unterhalb dieses Winkelmaßes liegt der Schlüssel zur Bundeslade und im Eck, da wo der Eckstein eigentlich ist, wenn man das Winkelmaß an der Basis anlegt, des Würfels ist hier eine Waage angebracht, die steht für das jüngste Gericht und wenn der Zeitpunkt des jüngsten Gerichtes gekommen ist, dann wird der Schlüssel in die Bundeslade hineingesteckt und dann erlischt die Vormachtstellung der Freimauerei im Wirtschaftssystem. Und deswegen ist da ein Fenster und in dem Fenster sitzt der Präsident als äußerer Stellvertreter des Großmeisters drin und signalisiert hier kein Durchgang, bevor sich dieses Szenario des jüngsten Gerichtes nicht erfüllt hat. Und auf das schreiten wir mit massiven Schritten jetzt zu. Innerhalb der nächsten sechs Jahre bis 2012 wird sich da ganz gewaltig viel ändern. Und daher kommt das hier ins Trudel. Das beginnt jetzt zum Trudeln. Das Weltwirtschaftssystem hängt samt und sonders von Dollar ab und ist vor allen Dingen über den Ölzyklus gekoppelt. Und in dem Maße wie der Ölzyklus die prometoische Energie jetzt von Zeus eingefordert wird, indem der heruntersteigt und sich den einfach schnappt und dann an die Felswand schmiedet und dann eine alternative Energie Einführt, eine naturnahe Energie, die eben die Welt nicht entzündet und dann den Rand des Ruins bringt, an dem wir momentan dazu stehen scheinen, in dem Maße wird der Welt Wirtschafts-, die Vormacht Stegung des Dollars zusammenbröseln. Und das ist in den nächsten zwei, drei Jahren zu befürchten, dass das auf uns zukommt, ganz muss ich. Und eingefädelt worden ist das eben durch die Erfindung des Papiergeldes, die ja nichts anderes war als ein Ersten haben wir nichts anderes gemacht, als dass die einfach eine Sicherstellung für einen Waren Wert geleistet haben, weil die Leute Angst gehabt haben, dass ihnen das Gold abhanden kommt, wenn sie das Haus rumliegen haben. Jetzt haben sie diese Goldmünzen einfach eingesammelt und mit Versorg gegeben und dann für diese Goldmünzen eine Quittung ausgestellt, in dem Sinne, dass damit ein Garantieschein hinausgegeben wurde, mit dem der sein Gold wieder einlösen konnte. Also es geht ja um die Deckung bei diesem Papierschein. Das ist ja der Sinn der Sache. Nur die Banken haben sehr schnell bemerkt und das war der zentrale Clou der Loge, dass die meisten, die ein Gold hinterlegt haben, dieses Jahr gar nicht beanspruchen, sondern nur ungefähr 10% dieses Gold sporadisch einmal aus dem Tresor herausgeholt wird und der Rest liegt einfach herum. Also kam sehr schnell die Frage nach der Deckung, ob es nicht legitim wäre, die im Safe verschwundenen Goldmengen mehrfach zu belasten. Also indem man nicht nur eine einfache Garantiescheingeschichte in Umlauf bringt, sondern eine bis zu 10-fachen nicht gesicherte Papierdeckung in Umlauf bringt. Und das nennt man heute Fiat Lux, es werde Geld. Was dann in der Fachsprache tatsächlich so heißt Fiat Money, Lichtgeld. Also mit anderen Worten erfundenes Geld oder Kreditgeld. So, wie schaut das in der Praxis aus? Jede Bank ist heute berechtigt, auf das Einlagevolumen des Sparguthabens eine zehnfache Menge an Krediten auszustellen. Das ist so. Und zwar einfach nur, indem sie den Rest ins Sportbüchen reinschreiben. Wenn ich heute zur Deutschen Bank gehe und der Deutschen Bank 1000 Euro auf Sparbuch lege, weil ich das anspare, ist die Deutsche Bank berechtigt, 10.000 Euro Kredite an andere Personen zu vergeben. Weil ich 1000 Euro eingelegt habe, Sparguthabens. Was bedeutet, die 9000 anderen Euro, die dann plötzlich auf den Sparbüchern anderer Personen auftauchen, die existieren überhaupt gar nicht, die sind nur hineingetippt worden als Nummern. Sie gelten aber als realer Zahlungswert. Geld. Das ist das Entscheidende. Das nennt man Lichtgeld oder Fiatgeld. Ich kann mal die Ziele zu wissen. Bitte? Ja, 20%. Und die Folge von dem ist natürlich Inflation. Das kann man sich erforsten. Die ersten, die damit angefangen haben, waren unter anderem das Bankhaus der Rothschilds, das aus Frankfurt gekommen ist. Ein gutes Beispiel dafür war der Napoleonische Krieg, durch den die Rothschilds sehr reich geworden sind. Sie haben damals 72.000 Pfund Deckung in Gold in der Kassa gehabt. Dann für den Duke of Wellington, der den Krieg, die zentrale Figur im Krieg gegen Napoleon gewesen ist, ein Darlehen von 1,2 Millionen Pfund gegeben, was einer 16,6 fachen Deckung dieser 72.000 Pfund entspricht, die sie tatsächlich in der Kassa gehabt haben. So, mit der Folge, dass der Rest von dieser Summe da ungedeckt war, aber eine Wirtschaftsleistung erbringen konnte, weil vorgespiegelt wurde, dass tatsächlich eine Deckung dafür existiert hat. Naja, man kann sich schon vorstellen, wie das weitergeht. Man hat das mit 8% verzinst und alleine die Zinsen, die pro Jahr zurückgeflossen sind, haben diese Summe bei weitem überstiegen. Also mit anderen Zinsenrückzahlungen als das, was tatsächlich eine Golddeckung in der Kassa gehört ist. Das ist das, was das eigentlich ist. Inflation ist nichts als heiße Luft. Und so schaut das aus, wenn das dann überhand nimmt, dass wenn die Inflation zu weit getrieben wird, dass dann eine Liter Milch eine Billion D-Mark oder Euro oder sonst was kostet. Und so schaut das dann in der Realität aus, dass nämlich da ein Missverhältnis entsteht zwischen Papier, das im aufgeblasenen Zustand sehr übermächtig erscheint, aber de facto zu den realen Werten wie Häuser, Grund und Boden, Autos, Wirtschaftsleistung eigentlich nichts wirkliches darstellt, sondern nur so ausschaut, als ob es so wäre. Und was passiert dann, wenn die Bank da das Geld ausgibt und diese Menschen hier als arbeitende Masse da diese Papierscheine im Übermaß bekommen, de facto bei der Bank hintenherum die Werte abfließen. Und so ist es ja auch in der Praxis, keine Bank gewährt einen Kredit ohne Sicherstellung. Das heißt, es funktioniert halt so, dass nur deren Kredit kriegt, auch einen Wert hat. Da diese Kredite aber nicht gesichert sind von der Bankseite her, weil es ja nur Papiergeld ist, was de facto gedruckt worden ist, fließt der Wert des echten Kapitals in Form von Grund und Boden bei der Bank auch muss ja zwangsläufig dort abfließen. Das ist der Tausch. Wie geht die Bank damit um, um nachher die Situation in den Griff zu kriegen? Da sind jetzt die Papierscheine und da hinten bei der Bank sind die Warenwerte. Wir haben also da Wertetauscheinen um sich Baren gehabt. Das heißt, die eigentlichen Besitzer dieser Werte zum Beispiel in Form von Nahrungsmitteln, in Form von Gütern, Immobilien, Arbeitskraft, Grundstück und so weiter ist dorthin gewandert, wo die Produzenten des Geldes sind und das Geld ist daher gewandert zu den Besitzern, dass man jetzt den Ballon wieder ablassen muss. Man muss jetzt die Kurve nach unten treiben und das nennt man Deflation. Deflation ist das Ablassen des Ballons, indem man 50 Mark Wert und damit das nicht so auffällt, dass das keine Mark mehr sind, tut man die Währung tauschen. Weil dann ist es nicht offensichtlich, dass hier eigentlich die arbeitende Bevölkerung ihrer Werte beraubt wurde, wobei aber die in die Grundbücher eingeschriebenen Banken noch wie vor da drin stehen. Weil de facto müsst ihr mal sagen, wenn ihr uns die Schuldscheine kürzt, indem ihr sagt, das ist nicht mehr 50% wert, dann kürzen wir euch die Grundbuchseintragungen um 50%. So müsste das ja eigentlich funktionieren. Aber genau das ist nicht der Fall, weil man unter der Verschleierung der geänderten Währung den Leuten vorspiegelt, dass der Wert von 1 zu 1 getauscht war. Das ist natürlich nicht der Fall. Machen wir die Probe aufs Exempel. Mit Papierscheine kann Goldmünzenshaus in der Kasse hat, da kann niemand kommen und sagen, das wird jetzt entwertet. Wenn ich einen goldenen Philharmonica oder irgendeine andere Münze Liberty von Amerika habe, die heute 300 Euro wert ist in der Unze und das kommt jemand und sagt, das ist nur die Hälfte wert, dann gibt es ein müdes lächeln mehr nicht, weil den lache aus, weil wie kommt der dazu, mir meine Goldmünzen zu entwerten, der kann überhaupt nichts machen. Und daher war das Gold der Freimauern immer schon verhasst. Und es wurde immer die Bemühung unternommen, Silber und Goldmünzen, Dinge, die einen wahren wert haben, aus dem Verkehr zu ziehen. Dabei ist es durchaus legitim, das als normales Zahlungsmittel im Umlauf zu haben. So, das schaut dann so aus, wenn das Geldvermögen steigt, die Summe der Geldscheine steigt die Verschuldung der Bevölkerung parallel dazu an, automatisch. Und in dem Maße, wie das Geldvermögen verschwindet, verschwindet eigentlich auch die Verschuldung der Bevölkerung. Aber leider haben sich inzwischen die Bankiers daran bereichert, was in dem Buch so zum Tragen kommt. Billions for the bankers, debts for the people. Schulden für die Leute und Billionen für Menge. Es ist nicht mehr oder weniger als das. Und daher ist heute niemand mehr schuldenfrei selbstverständlich. Ganz klar. Und initiiert worden ist das von Alan Greenspan und anderen Konsorten, die die Zentralbank von Amerika in Griff haben und einfach wie wild Papierscheine drucken. So, mit der Arbeitskraft geht es nicht so einfach. Wir sind ja alle arbeitende Menschen und tun irgendetwas in irgendeinem Beruf und diese Arbeitskraft ist permanent vorhanden. Also muss man sie permanent verkonsumieren, damit man die Leute am Radl haltet und das tut man natürlich durch den Zins. Man hat also eine zusätzliche Methode gefunden, auch die Arbeitskraft in den Griff zu kriegen und das funktioniert unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Was ist Vorspiegelung falscher Tatsachen? Tödlicher Zins. Nehmen wir mal an, jemand will eine Haus bauen für 175.000 Euro, das ist so im Bereich einer Summe, die ein Haus etwa kostet und geht zur Bank und nimmt ein Darlehen auf dafür und dort heißt das kostet 6% Zins. Scheint zumindest so zu sein. Nur was man dabei übersieht das ist der Jahreszins. Also fangen wir mal an. 175.000 haben wir am Anfang dieser Laufzeit und jetzt zahlen wir vereinfacht halber 1.000 Euro pro Monat zurück aber jetzt kommt der Zins dazu sind wir schon auf 172.000 drauf weil wir 6% dazuschlagen müssen und jetzt zahlen wir im nächsten Jahr wieder ab und dann haben wir eigentlich nur 160.000 aber jetzt kommt wieder der Zins dazu und wir sind schon auf 170.000 oben und so jetzt sind wir weiter so dass wir dann in 29 Jahren den Kredit abgezahlt haben mit einer Restzahlung von 10.000 Euro und wenn wir jetzt die Summe zusammenzählen wie viel wir jetzt eigentlich wirklich gezahlt haben dann kommt da 348.000 Euro heraus und das ist das doppelte von 175.000 wir haben also nicht 6% Zinsen gezahlt sondern wir haben 100% Zinsen gezahlt 100% auf die Laufsumme das bedeutet der Kredit wäre hier schon zu Ende gewesen das sind 29 Jahre also knapp 30 Jahre in 15 Jahren wäre das schon zurück gezahlt gewesen und wir haben 15 Jahre lang nur für die Bank gearbeitet so schaut das aus in der Praxis Wucher heißt das im Fachjargon das ist nichts anderes als Wucher und das höchste Eisenbahn das mit dem Wucher Schluss ist das ist natürlich ein Angriff aufs Bankensystem aber es ginge auch anders indem man auf die Gesamtsumme in der gesamten Laufzeit 6% Zinsen das wäre 10.000 oder 15.000 Euro aber sicher nicht 175.000 Euro ja das ist das Hause Rothschild die mit diesen Methoden natürlich unendlich reich geworden sind das kann man sich vorstellen auch dieses Siegel da oben spielt eine ganz große Rolle das ist natürlich dann auch metaphysisch man sieht einen Löwen und ein Einhorn da oben ist die Hapfe des Hermes Trismegistus da sind zwei Muskelhände mit fünf Pfeilen die Pfeile spielen in einer sehr große Rolle sie haben etwas mit der Energie des Nanastrahls aufzutun so richtig mächtig ist das Haus Rothschild geworden vor allem durch die Schlacht von Botanou das war dort 1815 wo dann die Engländer gewonnen haben mit dem Ergebnis dass die damals von Rothschild aufgekauften Aktien die Englischkonsul Aktie dann enorm an Wert gestiegen sind und das Haus Rothschild so einer der mächtigsten Bankhäuser der Welt geworden ist und aus diesem Grund ist es auch heute noch so dass die Bank von England auf dem Funk hinten drauf das Rothschild Siegel hat und überhaupt das Siegel der Englischen Krone dem Rothschild Siegel entspricht Rothschild So schaut es im Detail aus und bezieht sich selbstverständlich auf die Freimaurerei Man sieht zwischen diesen beiden Wappentieren die natürlich eine eigene Symbolik haben da so eine Rittermaske hinter der sich das wahre Gesicht eines Königs verbirgt und da unten ist im Prinzip die Übersetzung was das heißt The crown rests on the head of a secret king Klammer Hiram Abif Die Krone ruht auf den Kopf eines geheimen Königs dessen Name Hiram Abif ist also der ursprüngliche Baumeister der Freimaurerei whose face is hidden dessen Gesicht verhüllt ist and is protected by seven rods of iron und der von sieben Eisenstäben sozusagen beschützt wird und da geht es natürlich das sind die Sicherheits Schlitze die man da sieht und das bezieht sich auf die sieben Siegel die dadurch versiegelt sind aber auch auf die in der äußeren Wirklichkeit damit in Verbindung stehenden Repräsentanten die sieben Ritterdauer diesen Hiram Abif nennt man auch den Ritter mit der roten Rüstung das ist der sogenannte rote Ritter aus der Basival legende von Wolfram von Meschenbach nicht der dann am Ende des Zykluses vom sogenannten kopflosen Reiter dem Basival durch einen Wurf Spieß in der Seite dieses Visiers getroffen wird und an dem Punkt das System zum Einsturz kommt daher ist zum Heuring einer der ersten Korinkreise dieser Siegel gewesen diese Maske diese Rittermaske der Ritterhelm ist heuer als erster Konkass erschienen das bedeutet dass die Zeit in der der apokalyptische Reiter der Basival mit dem Schwert in der Hand gegen den Roten Ritter antritt jetzt eigentlich gekommen ist Es hat auch sehr viel mit der Gründung des Staates Israel zu tun Das ist eine Geschichte auf die ich später noch genauer eingehen möchte weil es des israelischen Geldsystems war ja der Baron Rothschild drauf die maßgeblich durch ihr Geld für den Kauf der Ländereien einen Beitrag geleistet haben damit es überhaupt zur gründung des Staates Israel kommen konnte Ja der Machiavelli der auch moderne Fassungen heute noch vorliegen hat Machiavelli von Managers gibt es heute zum kaufen bei Hormazan da sind die Grundlagen der Machiavelli Machtpolitik drinnen der Freimaurer und das System schaut dann so aus wie diese Pyramide hier zeigt da unten steht wir füttern alle dann die nächsten sitzen da bei Tisch und da steht dann wir essen für euch und dann auf der nächsten Etage oben da steht dann wir schießen auf euch und auf der nächsten Etage sind dann die 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 das Wissen haben wir führen euch an der Nase herum wie fool und da sitzen jetzt die Freimaurer da oben wie Rulio wir regieren euch und ganz oben ist der Dollar innen eingeschlossen und außen der Dollar drauf gemalt als Doppel S mit zwei I wobei das natürlich auch ein interessantes Symbol ist praktisch umgesetzt von den Banken dergestalt russische Revolution möchte man meinen war kommunistischer Natur und die Revolution gegen das Zahn System sei ausschließlich auf den Grundlagen von Lenin passiert aber da hat man sich glaube geteischt denn das sind die Bankhäuser gewesen die dem Lenin und dem Trotzki das Geld gegeben haben die Familie Jakob Schiff die Familie Max Wabock 6 Millionen Dollar 20 Millionen Dollar die Familie Rothschild mit Alfred Miller 5 Millionen Dollar dieses ganze Geld ist doch und Lenin zusammen gelaufen und mit diesem Geld konnte die Rote Revolution überhaupt jetzt durchgezogen werden ohne dass die großen Bankhäuser rund um die Gruppe der Rothschilds daran beteiligt gewesen wäre hätte es keine kommunistische Revolution gegeben und das war im besten Fall eine Marionette das waren die Strommänner die damals das eingefädelt haben dass es diesen Geld Fluss gegeben hat wobei diese Gelder dann später zurück geflossen sind und bei der Familie Rockefeller zentral zusammen gelaufen sind das ist wieder heraus gekommen und die Familie Rockefeller spielt daher im heutigen Gefüge dieses System eine nicht unwesentliche Rolle auch hier die Amerikaner machen keinen Hehl heraus das ist eine Darstellung der amerikanischen Präsidenten bis auf zwei Ausnahmen waren alle amerikanische Präsidenten Hochgrad Freimaurer das war ohne Ausnahme und das bedeutet dass es keinen Zweifel geben kann dass Macht Politik heute von Seiten der Freimaurerei betrieben wird gar keine Frage man sieht da den George Washington mit Freimaurer Schurz Bruder Kette da oben ist das alles in die Auge da sind die beiden Säulen da braucht man glaube ich nicht viel dazu sein das ist auch ein wichtiger Mann der heißt Albert Beig war Chef Ideologe der Freimaurer in der damaligen Zeit Gründer des Kuhklubs Clan der ja in der Verfolgung der Schwarzen eine zentrale Rolle gespielt hat und ganz offen in seiner Literatur offener Satanist ja um es aber so zu formulieren der hat das auch ganz offen zugegeben und in seine Schriften hineingeschrieben und wenn man solche Bilder sieht wie die da unten dass die Hilfe in New Orleans zu spät kommt weil der Wirbelsturm da drüber geflogen ist und die anderen viele Reden gehalten haben in der Zwischenzeit die Leute da unten irgendwie abgesoffen sind dann kann man sich des Eindrucks nicht erwehren dass das mit einer gewissen Absicht passiert ist wie schon seinerzeit beim Kuhkups Clan das ebenfalls so passiert ist das ist jetzt die amerikanische Zentralbank die auch den Namen trägt Federal Reserve Bank das heißt das ist die Bank die eigentlich berechtigt ist den amerikanischen Dollar zu drucken und normalerweise befindet sich eine Nationalbank in Staatseigentum also das heißt im Klartext die Nationalbank von Amerika gehört den Amerikanern und ein Staat hat die Aufgabe dafür zu sorgen dass die umlaufende Geldmenge der Wirtschaftsleistung der Bevölkerung entspricht also das Bruttosozialprodukt ist der maßgebliche Faktor für die umlaufende Geldmenge tatsächlich ist es so dass die Federal Reserve Bank zu mehr als 51% in Privathand ist und von der Familie Warburg kontrolliert wird und seit den 70er Jahren null Deckung auf den Dollar existiert also keine Kuppelung im Wesentlichen an die Wirtschaftskraft mehr gegeben ist mit der Folge dass wir eine inflationäre Papiergeldmaschine in Amerika haben die immer mehr Dollars produziert hat die wie eine Seifenblase jetzt aufgestiegen ist und der größte Bestand dieser Seifenblase von den Chinesen aufgekauft worden ist weil dort die größte Wirtschaftsleistung momentan erbracht wird und daher die Chinesen die größten sozusagen Gläubiger sind gegenüber dem amerikanischen System und wenn die die amerikanischen Währungsressourcen plötzlich freigeben dann stößt das ganze System zu fördern Der Dollar ist die Leitwährung das ist derzeit ans Öl gekoppelt die Amerikaner haben eine Verfügung gemacht die darauf hinausläuft dass in Rotterdam und an anderen Ölmärkten niemand Öl kaufen kann wenn er nicht im Dollar bezahlt das bedeutet jetzt im Klartext dass zum Beispiel die Europäer wenn sie Öl kaufen wollen zunächst Dollarbestände aufkaufen müssen also Kredite aufnehmen müssen in Amerika und dann mit diesen Dollar dieses Öl einkaufen können naja was zur Folge hat dass die Amerikaner auf der Vorderseite auf der Butterseite sind weil sie können einfach Papieröl produzieren ohne Deckung die Öl Europäer und andere Staaten müssen diese Währung zuerst einkaufen und zwar mit Wirtschaftsleistung ich muss ja das mir besorgen und haben den Nachteil dass sie die Wirtschaftsleistung gegenüber einem nicht gedeckten Währungssystem erbringen müssen mit der Folge dass die Europäer durch Gründung des Euros zu der Auffassung gekommen sind man könne doch das Öl auch in Euro abrechnen und dieser Vorschlag wurde in Saddam Hussein gemacht der hat Schweizer Konten in der Schweiz angelegt und die Europäer wollten dass vom Irak herauskommende Öl direkt in Euro abrechnen und dann war natürlich da Feierabend auch und es war ganz gewaltig weil dort zum ersten Mal der Versuch unternommen worden ist die Abkoppelung des Euros vom amerikanischen Dollarsystem sozusagen zu initiieren mit dem Ergebnis dass dann die Amerikaner im Irak einmal schützen Diesen Versuch sich aus dem Währungssystem herauszustehlen hat es immer wieder gegeben zum Beispiel vom Präsident Lincoln der zur Zeit des Nord-Süd-Staaten-Krieges wo es überhaupt darum gegangen ist dass die amerikanischen Vereinigten Staaten entstanden sind nach dem Gewinn des Krieges dazu übergegangen ist ein eigenes Geld zu drucken der hat dann gesagt ja macht da nicht länger mit mit dieser sklavten Geldmaschinerie und hat dann 54 Millionen Dollar eigene Papierscheine gedruckt die als Greenbacks in die Geschichte eingegangen sind und das Ergebnis dieses Versuches sich aus diesem System herauszustellen hat damit geändert dass der Linken immer erschossen worden ist und jedem anderen Präsidenten der einen ähnlichen Versuch unternommen hat sich aus diesem System herauszustellen ist es nicht anders ergangen er wurde erschossen da spürt es dann keine Rolle ob man ganz oben sitzt ob man ganz unten sitzt das System hat Methode und niemand kann sich aus dem sozusagen herausstellen das war der JP Morgan der im Prinzip die Hintergrundbank für die Chase Manhattan ist die größte Bank in Amerika die es heute noch gibt und Chase Manhattan der hat damals eine Panik am Finanzmarkt erzeugt an der Börse mit dem ergeben ist dass der damalige Präsident ein Papier unterzeichnen musste dass die Mehrheitseigentümerrechte der Federal Reserve Bank an die Familie Warburg gegangen sind die bis zum heutigen Tage diese Rechte inne hat wobei der Paul Warburg im Vorstand der Federal Reserve Bank sitzt ja es kam wie es kommen musste erster Weltkrieg war natürlich dann die Folge dieser ganzen Geschichte und das Erste was verfügt worden ist zur Zeit des Ersten Weltkrieges war die Aussetzung der Golddeckung naja mit dem Ergebnis dass dann Staatskonten eingerichtet werden konnten von Seiten dieser Privatbanken in denen beliebig Papiergeld zur Verfügung gestellt wurde und die Staaten mit diesem nicht gedeckten operativen Geld dann ihren Krieg finanziert haben mit dem weiteren Ergebnis dass die Staaten dann in der Folge bei diesen Banken eine enorme Verschuldung hinterlassen haben weil ja dieses ganze Kanonenfutter dann im Krieg verschossen wurde ja und dadurch der Reichtum über den Krieg dieser Bank noch größer geworden ist Aussetzung des Goldstandards Interessant war auch dass 1914 die USA beim restlichen Staaten 3,8 Milliarden Dollar Schulden hinterlassen haben und 1919 nachdem der Krieg in Europa beendet war 12,5 Milliarden von die Europäer den Amerikanern geschuldet haben das Ende des Krieges selbstverständlich dann kam der Versailler Vertrag der ja eigentlich ein Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg hätte sein sollen und wer ist da am Tisch gesessen der amerikanische Präsident Woodruff Wilson mit seinem Unterverhändler Bernard Baruch der englische Präsident Lloyd George ja mit seinem Unterverhändler Philippe Sassou und das war ein Nachkommen aus der Familie Rothschild der französische Präsident Clemenceau und sein Unterverhändler George Mann und das war wieder ein Nachkommen aus der Familie Rothschild und die Familie Rothschild hat Samt und Saunders den Vertrag von Versailles mit ausverhandelt und die Zitate die damals gegeben worden sind vom Lloyd George zum Beispiel von England waren folgende wir haben nun ein schriftliches Dokument das uns Krieg in 20 Jahren garantiert wenn sie einem Volk Klammer Deutschland Bedingungen auferlegen die es unmöglich erfüllen kann dann zwingen sie es dazu entweder einen Vertrag zu brechen oder Krieg zu führen entweder wir modifizieren diesen Vertrag und machen ihn für das deutsche Volk erträglich oder es wird wenn die neue Generation herangewachsen ist wieder Krieg geben unmittelbar nachdem dieser Vertrag ausverhandlung ist oder der Philip Snowden der jedenfalls damals dabei war hat Folgendes gesagt der Vertrag dürfte Briganten Imperialisten und Militaristen zufrieden stellen er ist ein Todesstoß für all jenen die gehofft hatten das Ende des Krieges werde den Frieden bringen es ist kein Friedensvertrag sondern eine Erklärung für einen weiteren Krieg es ist ein Verrat an der Demokratie und an den Gefahren des Krieges naja kommt immer drauf an wer da auf dem Tisch sitzt ne wenn die Familie Rothschilds federführend an der Ausverhandlung dieses Vertrages beteiligt war und das das Zitat von den maßgeblichen Beteiligten des Versailles Vertrages gewesen ist naja was soll man dann noch darüber sagen wer den Zweiten Weltkrieg initiiert hat ne es kam wie es kommen musste es gibt heute sogar Dokumente darüber die sicherstellen dass wenn der Hitler den Angriff für den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hätte den zentralen Angriff der mit Polen mit der Invasion von Polen dann begonnen hat dann hätte sowieso der Stalin den Krieg begonnen das ist heute gesicherte historische Tatsache das heißt der Krieg wäre auf jeden Fall gekommen so oder so es gibt dann noch weitere Ungereimtheiten rund um die Person vom Adolf Hitler herum bewiesen ist es nicht aber gemunkelt wird es der Vater vom Adolf Hitler war der Alois Schickelgruber ja dessen Mutter war aber zur damaligen Zeit nach Geheimtapier die dann später auch mit der Ermorderung von Kanzler Adolfus etwas zu tun gehabt haben eine Angestellte im Hause Rothschilds in Wien beim Salomon Rothschild und wurde dann unverhofft schwanger und das besteht der begründete Verdacht dass der Salomon Rothschild möglicherweise der Vater vom Vater von Hitler war ja auf jeden Fall war es so dass der Kanzler Adolfus offenbar im Besitz dieser Papiere gewesen ist durch Ausforschung der Geschichte von Adolf Hitler indem er die Meldezettel zurückverfolgt hat von den Verwandten von Hitler insbesondere von der Anna Maria Schickelgruber und dazu eben herausgestellt dass er zu dieser Zeit in diesem Haus gearbeitet hat und dann hat er weiter recherchiert und eben Einzelheiten ans Tageslicht gefördert es hat dann später nach der Machtergreifung der NSDAP weitere Leute gegeben die zum Beispiel von Hans-Jürgen Köhler besessen worden sind und die Gestapo hat dann Papiere von Heilrich weiter verschwinden lassen die ebenfalls das dokumentieren dass es da möglicherweise eine Verbindung gegeben hat auf jeden Fall gibt es auf jeden Fall gibt es heute ein Buch das lauft der Mind das lauft der Mind der Mind von Adolf Hitler von einem gewissen Walter Langer der diese Zusammenhänge dann im Buch näher aufschlüsselt wo es um diese Dokumente geht naja unter dem Gesichtspunkt dass möglicherweise der Salomon Rothschild sozusagen der Großvater von Adolf Hitler gewesen ist ergeben sich völlig neue Perspektiven selbstverständlich und man kann sich schon denken was das wieder für ein Einfluss auf die ganze Entwicklung rund um den Zweiten Weltkrieg genommen hat sicher ist auch dass andere Leute an der Finanzierung von Hitler beteiligt gewesen sind unter anderem die Familie Warburg denn einer von den Warburgs mit Namen Sidney Warburg hat 1933 ein Buch in Amsterdam verlegt unter dem Titel der Geldbronnen von den Nationalsozialisten der Geldbronnen der Nationalsozialisten und drei Gespräche mit Hitler da ist Sidney Warburg und Sidney Warburg und in diesen drei Gesprächen rollt er eben auf wie die Kanäle von verschiedenen Banken der Warburgs und so weiter zum Hitler geflossen sind und das den Backgrund dafür geliefert hat dass da überhaupt sich etwas rührt in der Nationalsozialistischen Partei und nicht zu vergessen die Deutsche Bank wurde geleitet bereits 1935 von Halmjahr Schacht der damals Reichsbankpräsident der Deutschen Bank gewesen ist und der war Hochgrad Freimaurer das war allseits bekannt also ohne den Einfluss der Freimaurerei auf das deutsche Bankenwesen sprich auf den Hintergrund der finanziellen und einen möglichen Hintergrund des Hitlers der wieder in eine bestimmte Richtung zeigt ergibt es ein vollkommen anderes Bild was da eigentlich wirklich vor sich gegangen ist dazu kommt noch Folgendes der größte Konzern Industriekonzern Deutschlands der damals existiert hat zur Zeit des Zweiten Weltkriegs war die IG Farben hat die Kaisern Zusammenschluss von Gruppstahl und anderen Chemiekonzernen in Deutschland und dieser war ein Ableger eine Tochterfirma der American IG Chemical Company der Vorstand der American IG Chemical Company war aber der Paul Warburg der auch gleichzeitig Vorstand der Federal Reserve Bank gewesen ist von Manhattan und dessen Bruder der Max Warburg war der Vorstand der IG Farben in Deutschland naja bitte wenn der größte Industriekomplex den Deutschland überhaupt zu bieten hat vom Vorstand der Warburg Familie abgesegnet war und es sogar so weit gegangen ist dass die Pläne nach Amerika rübergefaxen worden sind wo die Zentralgebäude stehen damit sie dann später von den Bomben verschont werden und nicht niederpompadiert werden ja also da stelle ich mir natürlich die Frage wer hat jetzt den 2. Weltkrieg inszeniert der Hitler da kann ich nur noch lachen ja heute ist es so dass es ein anderes Institut gibt das maßgeblich hier eine Rolle spielt und das nennt man The Council on Foreign Relations was so viel heißt wie Amts für auswärtige Angelegenheiten es wurde von den Rockefellers gegründet und ist ebenfalls eine Erweiterung des Rothschild Imperiums unter der Familie J.P. Morgan die übrigens auch den Tesla finanziert haben und dort laufen sehr viele Fäden zusammen die etwas damit zu tun haben dass gewisse ideologische Richtlinien die von der Freimaurerei kommen in die konkrete Politik transferiert werden das ist eine Art Schnittstelle eine Drehscheibe und hier gibt es eine Liste von Johnny Stewart der das mit dem Leben bezahlt hat im Übrigen in denen er namentlich alle Vorstandsmitglieder aus den verschiedenen Sektoren auflistet mit einer amerikanischen Politik die alle im ZFR im Council on Foreign Relations sitzen da US Militärsektor da das ZFR das Smithsonian Institute das sind die Vorstände der Universitäten Dekane da oben die Vorstände der Federal Reserve Bank mit Namen aufgelistet da drüben die Vorstände der großen Energiekonzerne von Texaco angefangen die Vorstände der Mediensektoren von NBC ABC Time Magazine und so weiter Newsweek etc ja und so geht das von eines ins andere das sind hunderte von Personen sind alles Vorstandsmitglieder und sitzen alle im ZFR eine Gruppe die bei uns ein bisschen bekannt geworden ist sind die Bilderberger der Name von einem Geheimtreffen im Hotel Bilderberg gekommen ist das schon vor über 15, 20 Jahren stattgefunden hat und zum ersten Mal von Prinz von Bernhard von den Niederlanden einberufen wurde und auch dort treffen sich nahenhafte Politiker aus allen Ländern die dort persönlich geladen werden also der Stäuber war glaube ich heuer dabei wenn man nicht alles täuscht und andere hier ein Bild von John Rockefeller David Rockefeller so das ist das Hotel Versailles wo 2004 das stattgefunden hat und heuer war es da in München am Kegernsee glaube ich ist es gewesen ja im Mai war das große Bilderbergertreffen wo auch wieder David Rockefeller und viele andere beteiligt gewesen sind und über gewisse Zusammenhänge in der Politik gesprochen haben ja derzeit sieht die Situation am internationalen teilt sich das so aus Dollars Debs Debs Deficits 60 Jahre nach dem Bretton Woods Abkommen damals hat es eine eine Möglichkeit für die Amerikaner noch die Notbremse zu ziehen und zwar war das 1944 wurde von 45 Ländern in Bretton Woods daher heißt es auch so Bretton Woods Abkommen ein Abkommen unterzeichnet wo man eine gewisse Restdeckung des amerikanischen Dollars an das Gold gebunden hat und zwar mit der Vereinbarung dass eine Unse Gold 35 Dollar wert ist was natürlich auch absoluter Witz ist weil man hat bedenkt dass heute eine Unse Gold mindestens 400 Dollar kostet und das ist auch noch viel zu tief gegriffen wenn man es wirklich decken würde dann war das also einmal weit unter dem Wert aber immerhin es gab damals noch eine gewisse Restdeckung mit dem Ergebnis dass alle Staaten der Welt das gesamte Gold von Amerika sofort aufgekauft haben bis auf einen Regierungen Restprozent von weniger als 10% und als Amerika sozusagen auf leeren Tresoren gesessen ist weil die letzten 10% auch fast schon weg waren hat dann 1974 der amerikanische Präsident Nixon den Goldstandard endgültig aufgehoben und seit dieser Zeit gibt es überhaupt null Deckung auf den amerikanischen Dollar Schweizer oder? Schweizer da nichts mehr nur der Schweizer ist aber ein Grund das Gold ist auch weg wo das orientiert das weiß niemand ein Lieblingszeichen entsprechend der Präsidenten schaut so aus ja das heißt dann das da das wird harmloserweise dargestellt als Back den Stier bei den Hörnern ich werde aber dann noch später darauf zu sprechen kommen wer da auf diesem Stier da hinten eigentlich drauf sitzt da gibt es nur einen einzigen der da drauf sitzen kann der hat einen Dreizack in der Hand ja ja und da oben ein Halbmond sich da drauf und der heißt nach der vedischen Tradition Shiva ja und der reitet auf seinem Stier Nandi und das ist der Gott der Zerstörung und bei uns ist der unliebsamerweise mit dem Dreizack etwas negativer in die Geschichte eingegangen und der heißt Luzifer das ist das Luzifer Zeichen steht aber unter anderem auch wie das Wassermannsteil und da gibt es einige Vertreter die da ganz unverblümt dieses Zeichen da zeigen hier auch zu sehen da steckt halt seine Hand da so eine als Zeichen der Unterwürfigkeit gegenüber dem Putin und da den Berlusconi im Hintergrund der auch dieses Zeichen macht also mit anderen Worten das ist heute sehr beliebt und verbreitet und zeigt in etwa wo wir uns da momentan in der ganzen Entwicklungsspirale befinden es gibt ja keinen Unterwürf der schaut so aus ja das ist das Zeichen ja stimmt das hängt natürlich mit dem Hund auch zusammen ja mit dem Anubis und so weiter ja aber de facto ist es das luciferanische Kernzeichen wie sie das es kommt ja auch von Texas dort ist ja der Sport beheimatet auf den Stier zu reiten nicht und wer sich da länger umhalten kann der ist ja die Wiener die Situation am Geldmarkt ist heute so dass alles auf die Öffnung des Alls in Auges hin steuert und wir jetzt in eine Situation kommen wo man das Bargeld abschaffen möchte man wird jetzt eine weitere Krise inszenieren die erst einmal zum Dollarabsturz führt und dann in einer weiteren Folge auch noch zum Euroabsturz und wenn das so weit passiert ist dann möchte man gerne eine Kreditkarte stattdessen einführen wo überhaupt nur mehr bargeldloser Zahlungsverkehr erlaubt ist ja und das nennt man das große Zeichen das ist das große Zeichen der 666 das schaut auch so aus und hat auch diesen Wert und zwar ist es so dass jeder Strichkarte auf einem Produkt drauf ist mit dem eine Identifizierung möglich ist und der Preis abgerechnet werden kann links in der Mitte und rechts drei etwas längere Striche hat und zwar genau zwei dessen Wert dessen tatsächlicher Zahlenwert drei und drei ist das heißt hier ist drei 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 das macht dann 666 in der Summe und da gibt es die alte Prophezeiung aus der Bibel woher das kommt und da heißt es dann ungefähr an dieser Stelle da unten und es bringt alle dahin da geht es um die Anbetung des Tieres die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Knechte dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn an ihrer Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der welcher das Mahlzeichen hat den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namen hier ist die Weisheit wer Verstand hat berechnet die Zahl des Tieres denn es ist eine Menschenzahl und seine Zahl ist 666 so steht es da in der Bibel drin und genau auf das steuern wir zu auf das Geld in der rechten Hand ja Geld in der rechten Hand heißt dann Money Dexter oder Monetary Dexter und da gibt es eine Kurzformel dafür und das ist die Firma Mondex die Firma Mondex produziert nämlich derzeit den sogenannten Biochip und hat derzeit 51% Beteiligung an der Mastercard gekauft so wir haben ja alle schon unsere Kreditkarten mit denen wir fleißig bezahlen und jetzt kommt der gläserne Mensch und das erste was da passiert ist jetzt der Bio Passport ja der biologische Passport mit Fingerabdruck, Identifikation und natürlich selbstverständlich kein Papier mehr sondern nur mehr Kreditkarten dann kommt die Führerscheinkarte dann kommt die Versicherungskarte wie sie bei uns in Österreich jetzt eingeführt worden ist und dann werden alle Karten auf einer Karte zusammengezogen Führerscheinkarte Versicherungskarte Zahlungskarte Bankomatkarte und Baskarte und weil das so wertvoll ist darf man das nicht mehr verlieren damit wird etwas einpflanzen ja so und das schaut dann so aus der Chipchart so groß das ist so groß ungefähr 2 cm der hat eine Spule da drinnen die eine Hochfrequenzenergie aussendet so dass sie von Scannergeräten jederzeit erfasst werden kann zum Beispiel beim Zahlen an der Kasse das heißt wenn ich jetzt da einkaufe dann weggehen die Waren normal wie jetzt über das Förderbantl werden dann erfasst und dann die mache ich so mit einem Haunstrich dann wird meine Identifizierungscodenummer eingegeben das geht bei Fernabfragen natürlich selbstverständlich gleich und über die wird automatisch von meinem Count das Geld abbucht und dann noch bezahlt und wenn ich ein Problem für diese Gesellschaft bin dann bin ich per GPS System überall ortbar da kann ich mich nicht einmal auf dem Klo verstecken oder in der Wüste oder unter einem Baum weil das GPS System so genau ist dass es bis auf Meter genau die Person ausforschen kann über Satelliten da gibt es nur noch eine Möglichkeit kein Chip drinnen haben oder abschirmen mit einem Daten mit einem Handschuh der sozusagen eine voll massive hochfrequente Abschirmungsmöglichkeit bietet was nicht so ganz einfach ist aber nicht unmöglich weshalb die Überlegungen natürlich dahin gehen dass man den Chip langfristig nicht in der Hand einpflanzt weil das kann man nur abschirmen sondern da oben im Nasenwürzelbereich weil ich kann ja nicht den ganzen Tag mit so einer Koppen herumrennen die bis da runter geht und dann bin ich am Präsentierteller und wenn ich systemkritisch bin dann wird einfach das Konto gesperrt ausfertigen dann kann ich nirgends mehr einkaufen und nachdem sonst kein Bargeld geht muss ich dann schauen wo ich zu meinen sieben Zwetschgen komme das heißt es wird einen alternativen Handel geben müssen im Internet oder über andere Systeme die sich da entstehen über Tauschhandelssysteme die unabhängig von diesem System als Antwort auf diese Einführung sich jetzt langsam entwickeln müssen da führt kein Weg daran vorbei ganz sicher ja das ist die Firma Mondex die diesen Chips produziert und die Reichen lassen sich das jetzt schon in die Hände einpflanzen da kommt das rein ja und später soll es dann da eingepflanzt werden weshalb auch schon entsprechend Werbung von verschiedenen Firmen wie Motorola zum Beispiel ja auch Chips für andere Dinge herstellen wie zum Beispiel eben für Computer so die Uhr tickt bei Mastercard so viel sicherer ja es gibt auch ein nettes Institut von den Amerikanern das heißt IAO Information Awareness Office wo es um die Überwachung der Gesellschaft geht mit diesem netten Logo wo das die Pyravide mit dem Allseelen Auge zu sehen ist dessen Licht auf die Erde herunter strahlt und alles beobachtet und da unten halt alle möglichen Szenarien da jetzt erforscht werden mit denen man den Menschen auf Strich und Faden kontrolliert das geht so weit dass man Stimmanalyseverfahren entwickelt dass man die Einzelstimme einer Person über Telefongespräche herausselektieren kann und weiß der und der ist das und der und der spricht über das diese ganze Zeit auf die wir da zusteuern das ist alles die Apokalypse der Bibel da ist das genau beschrieben mit der 666 und welchen Hintergründen und das nennt man auch die Zeit des Auge des Horus wo sich das Auge des Horus öffnet der Horus ist eine Figur die als Falkengott in die Geschichte eingegangen ist und zwar ist es der Sohn der Isis und das hat indirekt mit dem Adler auf der dollernote etwas zu tun denn dieser Adler steht im weitesten Sinn für die Figur des Horus der zu dem Zeitpunkt in die Beobachtungsfunktion geht wo er wegfliegt oder wo er seine Flügel ausbreitet und fliegt und an dem Punkt lässt er aus seinen Grail diese beiden Symbole fallen das bedeutet dann kommt es eigentlich zur neuen Zeit und das alles hat natürlich sehr viel auch mit den Templern zu tun auf die wir jetzt dann in der weiteren Folge eingehen wollen aber fangen wir um einen kleinen Kaffee raus so gibt es da bis zu den bisherigen Gesagten schon irgendwo inzwischen an fangen wir gar nicht an oder? fangen wir gar nicht an oder? oder ist das einigermaßen klar? inzwischen wäre schon viel dabei ja es kommt ja dann wahrscheinlich so und irgendwann verstehst du es dann gut dann setzen wir einfach einmal fort so ich möchte jetzt anhand der Geschichte der Templer das ganze Thema noch auf eine weitere Stufe heben und zwar dergestalt dass wir versuchen den Zusammenhang der Freimaurerei zum Christentum auch herzustellen und dann uns auch mit der Frage beschäftigen welche Rolle die Templer in diesem Geschehen eigentlich überhaupt gespielt haben und in welcher Weise sozusagen dieser Befreiungsschlag von Seiten der Templer dann auch eine neue Ära eingeleitet hat die im Wesentlichen dann auf das Wassermann-Zeitalter hinauslauft denn entgegen landläufiger Meinung die Templer seien an der Begründung des Logentums maßgeblich beteiligt gewesen würde ich das nicht so sehen sondern de facto sind die Templer eine Art Gegenbewegung im weitesten Sinn gewesen die die Strukturen der Freimaurerei in Frage gestellt haben aber insbesondere auch die Strukturen des Christentums weshalb das jetzt dann auf den Punkt kommt mit der Papstgeschichte des letzten Papstes der jetzt als Benedikt XVI in dem Abend ist ja bitte was ist jetzt der Unterschied zwischen ich sage jetzt einmal so Templer und Freimaurer ja das möchte ich jetzt gleich erläutern die Geschichte der Templer beginnt offiziell 1118 mit dem Hugo von Bayerns der diesen Orden gegründet hat und zwar nach offizieller Version als Begleitschutztruppe für hohe Würdenträger die nach Israel gereist sind ins Heilige Land als Schutztruppe praktisch de facto ist es aber so gewesen dass zum ersten diese Ritterschaft der Templer wo hier auch der Name kommt sich von Anfang an als die arme Ritterschaft vom Salomonischen Tempel bezeichnet hat was den Verdacht aufkommen lässt dass das sowieso etwas mit der Freimaurerei zu tun hat weil sie ihr Hauptdomizil beim Salomonischen Tempel in Israel gehabt haben und B später dann bekannt geworden ist dass die Templer dort massive historische Forschungen und auch Grabungen vorgenommen haben und jede Menge von Reliquien und ähnlichen Dingen die auf die Christuszeit zurückgehen von Israel weggeschafft haben mit Schiffen nach Frankreich und dann in Südfrankreich dort versteckt haben und in diesem sozusagen Bereich dieser Schätze der Templer haben sich auch sehr sensible Dokumente befunden die für die katholische Kirche ein großes Problem dargestellt haben wie dieses Problem ausgeschaut hat auf das komme ich dann gleich zu sprechen auf jeden Fall haben die Templer durch diese Historienforschung eine Art Faustpfand gegenüber der römisch-katholischen Kirche in Rom gehabt und es kam dann zu dieser Merkwürdigkeit dass innerhalb kürzester Zeit der Templerorden sehr mächtig geworden ist und dann schon ungefähr 1139 mit 5000 Mitgliedern über 9000 Besitzungen in ganz Europa verstreut besessen hat und wenn man das historisch betrachtet hängt das eben damit zusammen dass sie dieses Faustpfand gegenüber der katholischen Kirche eingesetzt haben und die Kirche mehr oder weniger damit erpresst haben das heißt die Kirche war gezwungen hier eine ganze Menge Geld fließen zu lassen um die Sachen in den Griff zu bringen es ging aber dann so weit dass man das Problem von der französischen Seite her nicht unter Kontrolle gebracht hat und nachdem der damalige König Philipp IV. zudem den Templern auch noch sehr viel Geld geschuldet hat wurde dann unter dem Pontifikat von Clemens V. ein Kreuzzug gegen die Templer ausgerufen und ungefähr 1300 dann die ganze Albigenzer Ecke von Südfrankreich dort mit Mann und Maus ausgerottet das hat dann im Zuge dieser Welle über 140.000 Tote gegeben das war also ganz massiv und es kam zur Gründung der Inquisition die damit einher geht und zur Hinrichtung des letzten Großmeisters der Templer Jacques de Molay von dem Zeitpunkt an 1314 existiert der Templerorden in der äußeren Form eigentlich nicht mehr sondern nur mehr als Geheimgesellschaft die Überreste der Templer sind geflohen in verschiedene Bereiche maßgeblich dann in der letzten Konsequenz nach Schottland von wo aus der Templerorden weitergewirkt hat und sicherlich auch in einer gewissen Weise mit dem schottischen Rittus der Freimaurer dann wiederum verknüpft ist das war das offizielle Siegel von Jacques de Molay das Besondere an diesem Siegel ist dass hier nicht der klassische Malteser Stern oder Malteserkreuz zu sehen ist das sich auf die Christusachse bezieht sondern das ist ein fünfstrahliger Stern wie man deutlich erkennen kann und hat daher eine pentagonale Umstruktur da drinnen man erkennt auch dass neben diesen Sternen die da zu sehen sind auch ein Halbmond in dem Siegel drinnen ist was ebenfalls darauf hindeutet dass da ganz andere energetische Einflüsse aus dem pentagonalen Bereich eine Art Gegenenergie zum christlichen Strahl nämlich eine antichristliche Energie mit eingeflossen ist tatsächlich war es so dass nach der Verfolgung des Templerordens durch die Kirche die Templer auch als Luziferaner in die Geschichte eingegangen sind und dass man ihnen nachgesagt hätte sie hätten den Satan mittels eines abgeschlagenen Kopfes den berühmten Baphomet Kopf verehrt das kann man in gewisser Weise nicht ganz von der Hand weisen da gibt es definitiv Zusammenhänge nur ganz so einfach ist die Geschichte nicht wie sie sich da darstellt es gibt da auch Verbindungen zu den ersten Logengraben den sogenannten Johannesgraben den der heilige Johannes der als Johannes der Täufer Christus ja getauft hat und später ebenfalls geküpft worden ist und da gibt es also die Verbindungen um aber wirklich zu verstehen abgesehen von der rein geschichtlich historischen Betrachtung der Templer was da eigentlich versichtet muss man eben wieder zum Salomonischen Tempel zurückkehren und das beginnt halt wieder mal mit der Hiram Legende der ja eigentlich die Wurzel dieses ganzen Systems darstellt und man muss zunächst einmal die Zusammenhänge zwischen Freimaurerei und Christentum aufarbeiten um überhaupt zu begreifen was die Templer damit zu tun haben das ist der Hiram Abif der als offizieller Begründer der Logen eigentlich gilt und das Wort Hiram beinhaltet noch weitere interessante Aspekte und wird im Sanskrit eben als die höchste Form der Intelligenz bezeichnet aus der die Schöpfung hervorgeht und da hat es in allen Kulturen eine bestimmte mythologische Figur dafür gegeben das nennt man den Januskopf die Sumerer haben das zum Beispiel in dieser Form verehrt da ist es auch noch korrekt dargestellt das ist der goldene Januskopf das war die römische Darstellung des Januskopfes das war die keltische Darstellung des Januskopfes das ist die buddhistische Darstellung des tausendköpfigen Avalokiteshvara und das ist die indische Darstellung des vierköpfigen Brahma gemeint ist damit, dass sich der Schöpfungsakt so vollzieht dass aus einer zentralen Einheitsenergie sich zunächst eine Polarität des Yin-Yang darstellt und dass dieser vier Grundkräfte hervortreten die man als die vier zentralen Aspekte der Schöpfung bezeichnet und deshalb wird auch der ursprüngliche Baumeister aller Welten als der vierköpfige Brahma bezeichnet von dem man sagt, dass die ganzen Galaxen hervorgegangen sind und der einen Körper aus reiner Intelligenz besitzt der auf der siebendimensionalen Ebene angesiedelt ist wobei die Zentren der Galaxen die sechstimensionale Verwaltungsinstanz des Kosmos darstellt auf jeden Fall gibt es über diese Figur sehr viele Geschichten in sehr vielen Kulturen wobei die erhellendsten sicherlich auch in der vedischen Tradition zu finden sind dort gibt es zum Beispiel die Geschichte des Brahmas der zunächst einmal den Schöpfungsakt dahingehend vollzogen hat dass er die ersten vier Energien ausgekoppelt hat in Form vier kleiner Kinder die aus dem Geiste des Brahmas entstanden sind die man auch die vier Brüder oder die vier Kumaras bezeichnet und das ist jetzt sehr wichtig weil diese vier Brüder entsprechen im Prinzip dem vier Christus strahlen wie wir sie auch in der christlichen Mythologie bei uns da in der Philosophie integriert haben das ist die Anlage von Angkor Wat von einer Seite gesendt die vier Erzengel ja, nein, das hängt mit den vier Evangelisten ja auch mit den vier Erzengel zusammen und zwar wird es der Gestalt beschrieben dass als erstes die Herzenergie der Schöpfung stattgefunden hat und wir haben ja heute praktisch auch auf der biologischen Ebene im Herzen vier verschiedene Kammern wobei jede einzelne dieser Kammern mit einem dieser Aspekte dieser vier Kinder da belegt ist und das ist der Bereich der der die innere Wirklichkeit der oberen Chakren da Astralchakra, Geistiges Chakra, Kausalchakra und die äußere Wirklichkeitsebene Aurales Chakra, Sakrales Chakra und Physisches Chakra trennt das ist die Membran aus der heraus diese Polarisierung dieser beiden Bereiche überhaupt entstanden ist das ist also in gewisser Weise auch die Tür zwischen den inneren und den äußeren Wirklichkeitsebenen ja und deswegen hat man folgerichtig in alten Anlagen wie zum Beispiel in Kambodscha diesen vierköpfigen Brahma auf eine Tür oben hinauf gesetzt ja, da auch interessant der Träger dieser Energie des goldenen vierköpfigen ersten Wesens der Schöpfung ist auch der Schwan was in Deutschland ja eine berühmte Stätte hat die hier vom Ludwig II. der Wittelsbacher errichtet worden ist das ist das Schloss Neuschwanstein das ich dann später noch zu sprechen komme und diese vier Kinder die haben auch vier Namen bekommen und die heißen Sanat Kumar, Sanatana Kumar, Sanandana Kumar und Sanaka Kumar und das ist die indische Version der vier Christusstrahlen ja, wobei der Christus in Indien auch bekannt gewesen ist das ist nicht so, dass das nur eine ideologische, historische Authentizität hat die auf Israel zurückgeht sondern de facto haben alle Völker die Christusenergie als Kreuz und in der Kreuzdarstellung mit vier Aspekten gekannt die Mayas haben das über die vier Schlösser des Mayakalenders definiert die Chinesen haben das über die vier I Ching Codes definiert ja das Christentum hat das dann über die vier Christusstrahlen und dann später die vier Evangelisten definiert und jede Kultur hat das für sich beansprucht und in Indien heißt die ursprüngliche Gestalt des Sohngottes der weiße Gott Balram nennt man das ja wobei da auch das Wort aus der nordischen Tradition der Balen kommt mit Doppel A geschrieben ja, das war die weiße Lichtgestalt die in der Urfassung als Bruder des schwarzen Gottes des schwarzen Poles der Göttlichkeit aufgetreten ist und dann später auch als Sohn Gottes im Christentum dann in die Geschichte eingegangen ist Bal ist übrigens die Urwurzel die auch mit dem Tierkreiszeichen Stier zusammenhängt denn daher kommt das Wort Bulle ja was natürlich für das Tierkreiszeichen Stier steht und in der Sanskrit-Wortwurzel heißt Bal der Starke und der Große währenddessen Balram im Sanskrit die glücksspendende Energie bedeutet oder auch die Energie über die etwas aktiviert wird und ursprünglich mit dem Feuer auch in Verbindung gebracht worden ist und das ist natürlich das Tierkreiszeichen Wider denn der Wider ist ja ein Feuerzeichen und das männliche Schaf heißt ja heiter noch Rambok nicht, da steckt es ja noch im Prinzip drin und Balram ist die Energie des großen Starken der gleichzeitig sehr viel in die Praxis umsetzt und als leuchtendes Wesen in Erscheinung tritt und das ist die Figur des Christus und nach dem Wider kommt der Fisch und im Fisch wird die Wiedergeburt der christlichen Energie dann eingeleitet was im Sanskrit ebenfalls bekannt war denn die Fische haben damals heißen im Sanskrit Rohini und die Rohini das ist die bei uns die Mutter Maria die gleichzeitig als Mutter des Balram in der vedischen Tradition auftritt also es kann da überhaupt keine Rede davon sein dass die christliche Mystik nur bei uns Fuß gefasst hätte sondern selbstverständlich hat die in allen anderen Kulturen genauso viel Tradition gehabt und man hat es sehr wohl gewusst dass die Christusfigur einen viel zentraleren Hintergrund bildet als das zunächst den Anschein hat ja das sind diese vier Strahlen diese vier Strahlen der Christusenergie die sind nicht alle gleich die Sanat Energie zum Beispiel und die Sanat Energie die haben eine viel stärkere männliche Ausprägung wie zum Beispiel der Sanandana Strahl der Sanandana Strahl ist die weibliche Energie des Christusbewusstseins die sehr viel mit der Graals Mystik zu tun hat ja und wir gehen ja jetzt in ein Zeitalter hinein wo die Wiedergeburt der Christusenergie im Graal der weiblichen Energie des Schoßes der Mutter Erde passiert und das ist einer der Grunde warum die Sanandana Bewegung und überhaupt das Wissen um den Graal jetzt an Bedeutung zunehmen wird und das hat natürlich wieder mit den Geheimnissen der Blume des Lebens etwas zu tun und das hat wieder etwas mit den Kornkreisen zu tun wo sich dann die Frage stellt wo kommen die her das wird auch im Christentum heute noch so dargestellt die vier Christusaspechte in der griechisch-orthodoxen Geschichte haben wir das so Christus mit einem Heiligenschein und drei Strahlen die herauskommen die für die anderen drei Christusaspekte stehen und der vierte Strahl durch die Figur des Christus der das integriert in sich und alle vier Strahlen zusammenhängt das ist auch der Grund warum später die Bibel in vier zentrale Schriften des Neuen Testamentes kanonisiert ist und nicht in fünf oder sechs oder sieben weil es um vier Hauptaspekte der Christusenergie geht und das sind die vier Evangelisten ja das ist da der Stier für den Lukas dann da der Löwe für den Markus und dann da der Johannes für den Adler oder die Taube und dann der Mensch beziehungsweise die Schlange als viertes Symbol das wird aber meistens nicht dargestellt das hat bestimmte Gründe für den Matthäus ja da sieht man das sind übrigens Originaldarstellungen aus dem Book of Kells eines der ältesten irischen Werke aus der Frühzeit des Christentums denn die Besiedlung Englands durch die Frühchristen geht ja bis auf die Zeit von Joseph von Arimathea zurück der ja als Bruder von Christus bereits 63 nach Christus in England war der ist ja schon heute zur Lebzeiten von Jesus Christus dort aufgetaucht und hat in der Nähe von Glastonbury eine Besiedlungsstätte begonnen und dann später in die damaligen Herrscherstrukturen dort eingeheiratet das war der Pendragon auf das kann ich dann später noch zu sprechen auf jeden Fall diese Werke die da in Irland verfasst worden sind damals die stellen das auch sehr schön dar und im frühen Christentum hat es hier noch ein Gleichgewicht der Urkräfte gegeben die als Hexagramm auch dargestellt werden was dann im weitesten Sinne wieder mit der Blume des Lebens was zu tun hat und da sieht man es auch das nach unten gerichtete Dreieck ist als weibliche Vulva gestaltet währenddessen das nach oben gerichtete Dreieck als männliches Geschlechtsorgan auch dargestellt ist wobei der Adleraspekt für den obersten Teil und die Krone steht beziehungsweise diese beiden dann für den Befruchtungsaspekt stehen und das nennt man auch die sogenannte horizontale Achse zwischen Stier und Löwe weshalb das Gleichgewicht zwischen Stier und Löwe sehr sehr wichtig ist damit der Gesellschaft funktioniert und wenn eins dieser beiden Seiten überhand nimmt dann entartet die Gesellschaft auf der quantitativen Ebene währenddessen die hintergründige Achse da im Hintergrund mit dem Adler und der Schlange etwas zu tun hat die hier nicht dargestellt ist denn zwischen der weiblichen Urkraft der Schöpfung und der männlichen Urkraft der Schöpfung kommt hier zunächst einmal nur der Kopf des Kindes des heiligen Sohnes als Es heraus wobei die Schwingen des Adlers jetzt so heruntergehen dass dieser Kreis dann in der Mitte sich mit den Schwingen verbindet dann zur sogenannten sumerischen Sonnenscheibe auch ausformen aus dessen Mittelpunkt dann später irgendwann die Schlange zum Vorschein kommt aber dieser Zeitpunkt ist noch nicht erreicht weil die Integration zwischen Schlange und Adler dann das Thema der geflügelten Schlange ist und erst das ganze System durchgespült werden muss bevor das zum Fragen kommt und das kann noch dauern und das kann noch dauern und das kann noch dauern Die Zeit der Sinera wann war das? Das war vor 6000 Jahren Ja Wann war das wie die Chaldea? Ja die Moment Also Persien da in die Richtung Ja das ist nicht ganz dieselbe Ecke Ich komme auf Persien noch genauer zu sprechen weil Persien Halt das brauchen wir nicht das gehört da nicht hin Weil Persien in der Wortwurzel Iran und auch der andere Stadt das Zwischenstromland Irak mit den beiden Brüdern die mit der Loge was zu tun haben nämlich mit Hiranyaksha und Hiranyakashibu sehr viel zu tun haben Das heißt die Wurzel der Bruderschaft geht eigentlich auf die beiden Länder Iran und Irak zurück weshalb ja dort jetzt die zentralen Kriege stattfinden und der zweite Bruder jetzt dann angegriffen werden soll mit dem Iran-Krieg um die ganze Sache an der Wurzel auszuboten Ja richtig genau aber diese beiden Länder haben nicht direkt den Bezug zur sumerischen Kultur die mehr oder weniger noch weiter zurück geht aus deren Wurzel sie entstanden ist und das ist der sogenannte Babylonische Löwe der Sumerer und die sumerische Kultur geht auf die alte Geschichte des Gilgamesch Epos zu zurück ja das ist das zentrale Werk das damals geschrieben wurde und das gingheimische Epos handelt von einem König der in Kish-Uhr gelebt hat Kish-Uhr das ist jetzt heute diese Schnittstelle am persischen Golf wo eigentlich Kuwait existiert was ja von Seiten des irakischen Diktators da annektiert werden hätte sollen und der Stein des Anstoßes war wieso die Amerikaner einmarschiert sind und Kish-Uhr war früher bekannt als die große Stadt des Uhrenkönigs Gilgamesch der da in dieser Form als Hirtenkönig dargestellt ist allerdings sieht man dass diese diese Figuren auf den Tierkreis projiziert sind also das ist auf den Sternenhimmel da projiziert und das ist ein kleiner Ausschnitt wo man erkennen kann dass die Orion-Sterne die liegen da unten ja da sind die drei zentralen Orion-Sterne bei denen dann auch die Pyramide von Gizeh zusammenlauft weil die ja Spiegel des orionischen Systems sind durch den Oberschenkel des Gilgamesch durchlaufen und dieses Epos handelt eben davon dass dieser König eine List ersonnen hat um den Stier unter Kontrolle zu bringen das ist auch einer der Gründe warum er selber oft in der Figur des Löwen dargestellt wird in der alten sumerischen Darstellung war der Gilgamescher Löwe ja und das ist auch der Grund warum er mit dem Hurenkönig identifiziert wird weil die Löwenenergie immer als zentrale Hintergrundenergie etwas mit dem Liebesgott Aspekt zu tun hat der dann eben aus der Betätigung des sexuellen Feldes das dann in diese Ecke da hineingerutscht ist das dann etwas mit dem Thema der weiblichen Schöpferkraft zu tun hat und der hat sich also einen Freund zugelegt sozusagen und das war diese Figur da das war der Enki hat er auch geheißen oder Enkidu und das war ein zölibatärer Mönch der im Wald gelebt hat den er dann herbeigeholt hat um mit mittel seiner Kraft das Thema des Stieres unter Kontrolle zu bringen das ist ja auch tatsächlich das Tierkreiszeichen Stier ja und man sieht schon dass die denn von vorne und von hinten da bocken und der das Messer da ausbockt und der dann im Prinzip zu Fall gebracht werden soll und tatsächlich ist es so dass zur Zeit der Sumer die landwirtschaftliche Agrarkultur auf diesem Planeten eingesetzt hat mittels derer die Kornehre hervorgebracht wird die ja da hinten noch zu sehen ist wobei die sieben Sterne da oben die direkt in den Körnern dieser Kornehre zum Liegen kommen das sogenannte Pleiadische Kernsystem sind ja und astronomisch weiß man dass unser Sonnensystem um die Pleiaden herumkreist das ist der sogenannte Anker ja und um diesen Anker sind vier verschiedene Energien gruppiert diese da oben die da hinten die da unten und diese da und da kommt auch wiederum der Hintergrund her der vier Grundenergien die aus dem Pleiadischen System ausgekoppelt wurden und dann später nachdem der Kreislauf vollzogen ist wieder zu diesem System zurückzukehren was dann die Frage aufwirft ob nicht sozusagen die in der Bibel erwähnte Stelle des Garten Edens des sogenannten Himmels der als Vorläufer Energie da im alten Testament existiert wo dann Adam und Eva verbannt worden sind auf dem Pleiadischen System eigentlich liegt und die Antwort ist meiner Meinung nach ja und es geht um die Wiederherstellung der Ära weil es heißt ja schon in der Bibel und im Schweiße deines Angegittes sollst du dein Brot verdienen aber das war jetzt einmal ein kurzer Ausflug zu den Sumerern das passt ja jetzt sehr gut zu diesen vier Aspekten de facto ist das jetzt die korrekte Darstellung der Lukas steht für den Stier der Stier hat die besondere Fähigkeit mittels seiner Produktivität einen Schöpfungsbeitrag zu leisten und der steht in gewisser Weise auch für die arbeitende Klasse für die produzierende Klasse für die Handwerker ja und der heißt Lukas weil in dem Wort steckt auch das englische Wort Lucky Man der Glückliche der den Samen der Produktivität zum Sprießen bringen kann durch sein Handwerk das ist das goldene Handwerk und daher hat er auch direkt Zugriff auf die Bundeslade und so wird das auch in den Bildern der Book of Cales dargestellt da gibt es eigene Seiten was Lukas überlegen der Markus das ist der Löwe der steht auch noch für sich für die Energie der wirtschaftlichen Faktoren für den Handeln und das Bankenwesen ja und als solcher steuert auch die Produktivität dieser Kategorie und hat die Aufgabe das zu überwachen und gibt ihnen das Zeichen woher natürlich das englische Wort Mark us kommt gib uns das Zeichen und dieses besteht in der dreifachen Kralle das ist die Kralle des Tieres und das ist die 666 um die es da geht das hängt sehr eng mit dem sogenannten Markus Evangelium zusammen und läuft bei der Figur des Löwen zusammen der als komplementäre Energie auf der anderen Seite vom Wassermann steht auf das komme ich nachher noch zu sprechen weshalb ja jetzt die Einführung der 666er Struktur geplant wird weil wir uns ab diesem Zeitpunkt dem Löwen jetzt wieder nähern und dann haben wir natürlich die Johannes Energie das ist die die mit dem Adler in Verbindung steht der Adler ist der große Visionär der das im Hintergrund beobachtet so ähnlich wie der Löwe die zwei haben da eine gewisse Synchronicität die hängen miteinander zusammen nur mit dem Unterschied dass der Adler die logistische Aufgabe im Staate übernimmt und für die Politik und das Militär zuständig ist und das ist ein klassisches Militärsymbol wie es auf allen Fliegern insbesondere auf Fliegern dann zum Tragen kommt die sumerische Sonnenscheibe weil das einfach das Symbol für die Beobachtung und das fliegende Wesen des Adlers ist von daher kommt der Auftrag alles zu beobachten ja und dann ein Zeugnis darüber abzulegen was in der letzten Konsequenz dazu führt dass aus dem Johannesstahl heraus dann die Neuzeugung erfolgt die Initiation der Johannes war ja auch der der dann den Jesus eingeweiht hat er hat ihn initiiert und mit der Initiation beginnt etwas Neues wenn etwas Altes sozusagen sich überlebt hat daher ist beim Johannes auch die Fragestellung die das wann ist der Same vor und wann fällt dieser Same vom Stamm herunter drängt sich von diesem und geht einen eigenen Weg was sich in der Geschichte der Köpfung des Johannes dann ausdrückt weil da oben wird die Reifung des Endgliedes der körperlichen Evolution kommt da in der geistigen Matrix zum Ausdruck und wenn der Prozess abgeschlossen ist dann fällt der Kopf und wird fruchtbar ja das ist dann die Geschichte von Johannes dem Täufer ja und dann der Matthäus das ist der letzte Aspekt ja das ist dann der der auch noch für sich nicht so dargestellt wird meistens als Mensch mit Flügeln als Engel aber der eigentlich sich auf den auf die Schlange bezieht die Schlange ist die Struktur die überbleibt wenn sie alle anderen Aspekte des zentralen Christus denn der Christus ist ja alle vier Aspekte zusammen nicht erschöpft hat und dann bleibt nur die zentrale Matrix übrig ohne funktionale Hände Beine und so weiter nichts mehr da ist nur noch die Kernachse die Kundalini Struktur des zentralen Erfassistenz in ihm spiegelt sich die Weisheit ja weshalb der Aspekt des Matthäus mit der Bildungsklasse in der Gesellschaft einhergeht und dort auch eine gewisse Geheimpolitik immer betrieben wurde die etwas damit zu tun hat dass das Bestreben dahin geht die Schlange nicht zu outen weil wenn sie geoutet wird dann besteht die Gefahr dass sie sich erschöpft und das drückt sie in dem Wort aus Matt ich bin ermattet Matthäus Evangelium ja Matthäus ist derjenige der den letzten Aspekt der Christusenergie darstellt und wenn er sich erfüllt hat dann ist der Kreislauf der Lebensenergie des Chiro zu Ende ja dann muss die Erneuerung der Christusenergie die im Graal passieren gewisserweise das hängt natürlich dann in dieser Beziehungsstruktur läuft das dann da läuft das dann zusammen also das ist dann dieses Thema ich meine da gibt es natürlich jetzt noch viele weitere Aspekte ich möchte da auf das neutrales eingehen da komme ich von Hundertst ins Tausendst her aber man sollte zumindest die Grundstruktur kennen ja also Grundstruktur hat das aber nichts mit diesen vier Aspekten mit den vier Elementen hier zu tun oh ja oh ja oh ja selbstverständlich weil das ist ja jetzt der Tierkreis das ist ja jetzt hier der Tierkreis ich habe ja das jetzt einmal da versucht in Farben darzustellen ja zunächst so ist es als Kornkreis im heurigen Jahr erschienen ja man sieht da im innersten Zentrum vier Aspekte die zunächst herauskommen sieht man das ja und dann der zweite Ring der da dunkel ist sind acht Aspekte da zwei, 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 zwei die sind genau verkehrt gepolt sieht man das dann womit angezeigt werden soll dass die acht Aspekte zu diesen vier Aspekten in einem anderen Spiegelverhältnis eigentlich stehen und nicht dazu gezählt werden können oder sollen und das ist sehr wichtig weil im Tierkreis darf man das nicht verwechseln wenn wir heute einen Tierkreis von zwölf Aspekten haben so wie das außen dargestellt ist dann ist das die Summe von den acht in der zweiten Ebene plus den vier in der ersten Ebene und was damit gemeint ist ist folgendes wir haben ja diese vier zentralen Symbole jetzt gehabt das ist der Löwe den kennen wir ja der ist ja im Tierkreis bekannt da ist der Stier aber die anderen zwei kennen wir nicht von Matthäus wissen wir aber dass das eigentlich die Schlange ist und das betrifft das Wassermann-Zeitalter Wassermann ist das Zeichen der Schlange war es ursprünglich auch ja und zwar hat das früher gar nicht Wassermann geheißen sondern Wasserträger ja und der Wasserträger das war der Luzifer der das Weihwasserbecken auf seinen Rücken tragt und der Luzifer das ist der Lutz Lutz ist der Erleuchtete das ist der absolute Wissensträger der den Weisheitsaspekt in sich trägt und das hängt mit der Schlange zusammen nur später wurde daraus der Wassermann und der Aspekt da der dem Stier gegenüber steht der heißt heute Skorpion hat aber früher Adler geheißen ja das war der Adler und damit sind das die vier zentralen Symbole die diesen vier inneren Aspekten einmal da entsprechen und jetzt stellt sich die Frage wie kommen die anderen dazu im zweiten Ring und zwar der Gestalt dass das jetzt die Art Nullpunkt-Energie darstellt im Sinne des heiligen Sohnes im Sinne der Christus-Energie jeweils eines Aspektes der Christus-Energie und jeder von den beiden hat einen Vater und eine Mutter also nehmen wir zum Beispiel einmal das Element Werde das mit dem Stier zusammenhängt was ist die Mutter des Stieres die Jungfrau und der Vater des Stieres der Steinbock das sind die drei gelben Kasteln da ja und die Gegenenergie des Wassers die mit dem Element Adler verknüpft ist hat zum Vater den Krebs und zur Mutter die Fische ja und da oben haben wir die Energie des Feuers die hat als Matrix des Christusbewusstseins der Löwen und der Vater des Löwen ist der Wider und die Mutter des Löwen ist der Schütze und als vierter Aspekt der Weisheit der Schlange ja die da unten dargestellt ist haben wir dann den Vater das ist die Waage das ist ein Luftzeichen und die Mutter des Wassermannes ist der Zwilling das ist auch ein Luftzeichen und jetzt ist es komplett das heißt es sind vier verschiedene Familienstrukturen mit acht Eltern und vier Aspekten die in sich selbst aber gemeinsam eine Art von Christus Struktur eigentlich darstellen deswegen man darf den ersten Ring diese acht Tierkreiszeichen mit den zentralen Tierkreiszeichen nicht verwechseln weil die ja ganz eine andere Funktion haben daher ist es natürlich logisch dass die Jungfrau den Steinbock sucht ja der Wider sucht den Schützen der Gräz sucht den Fisch ja und die Zwillinge suchen die Waage aber der Löwe sucht den Wassermann und der Stier den Skorpion und umgekehrt und da wird es erst interessant in der Astronomie und der Astronomie ja weil man ja jetzt sozusagen die Verbindung herstellt und jetzt erst die Bedeutung der Zusammenhänge da auch erkennt übrigens die Farben habe ich bewusst so eingezogen zum Teil wenn man da einen Farbenkreis einsieht ja in der Mitte dann ist es so dass da beim Wassermann-Bereich der violette Farbenbereich zum Liegen kommt und da oben wo der Löwe ist da ist im Prinzip der hellgrüne Bereich der da vom Gelb ins Blau übergeht also das ist der hellgrüne Bereich und dann dunkelgrün das ist die Achse da oben das wäre der natürliche Farbenkreis wie sich das eigentlich darstellt und da unten beim violetten Bereich sind Transformations- und Auflösungsenergien überwiegend und da oben beim grünen Herzbereich sind Konstitutionsenergien und maximaler Output vorher scheint das ist der Grund warum der Löwe immer mit dem Sonnenzeichen mit der solaren Energie und dem Herzchakra in Verbindung gebracht wird da ist die Sitzung des Löwen da drinnen in der Herzwand ja so aber wieder ein bisschen Zeitgeschichte in der Hinsicht dass es hier natürlich jetzt auch um die Päpste in der Gestalt geht dass er die Papstlinie als eine Stellvertreterfunktion für die Lebenskraft der Christusenergie steht die sich an einem bestimmten Punkt erschöpft und wenn dieser Zeitpunkt eingetreten ist eine Wiedergeburt dieser Energie stattfinden muss was aber dann nur möglich ist wenn die weibliche Energie als Gegenkraft des Universums herangezogen wird und dafür steht der Kral und die römisch-katholische Kirchen mit der Betoslinie steht aber im Prinzip für die noch intakte Form des Christusstrahles die jetzt gerade noch irgendwo einen Rest von Energie in sich trägt so und da gibt es jetzt zwei zentrale Prophezeiungen das eine ist die Malachias-Prophezeiung aus dem 15. Jahrhundert und die anderen Prophezeiungen kommen hier aus dem böhmischen Bereich und aus dem bayerischen Bereich die Malachias-Prophezeiung hat alle Päpste seit dem 15. Jahrhundert mit einem lateinischen Namen versehen der die Amtsperiode dieses Papstes beschreibt und ist lückenlos bis zum heutigen Tage korrekt eingetroffen der vorletzte Papst hatte den Namen die labore solis von der Arbeit oder von der Bedrängnis der Sonne und hat sich auf den Johannes Paul II. bezogen der zu einer Sonnenfinsternis geboren ist und der aufgrund der Tatsache aus Polen gekommen ist und mit dem Kommunismus sich herumschlagen musste ein recht großes Problem in dieser Angelegenheit auch hatte und der letzte Papst, der damals noch nicht bekannt war hat den Namen in der Malachias-Prophezeiung bekommen Gloria Olive, das Friedenszweiglein und das bezieht sich jetzt auf diesen letzten Papst den Papst Benedikt XVI. und das ist sehr interessant dass sich die Prophezeiung dahingehend erfüllt hat dass sich der Kardinal Ratzinger, nachdem er Papst geworden ist diesen Namen gegeben hat weil das bezieht sich auf den Papst Benedikt XV. der ein Italiener gewesen ist und zur Zeit des ersten Weltkrieges gegen den Krieg gewettert hat und eine Enzyklika, die Deus Batem geschrieben hat über den göttlichen Frieden und als Friedenspapst in die Geschichte eingegangen ist und deswegen hat er sich den Namen gegeben und damit ist mit dem Friedenszweiglein die korrekte Bezifferung seiner Amtszeit eingeleitet und auch dargestellt, dass das im Prinzip jetzt der Nachfolger eines Friedenspapstes ist das ist aber in der Malachias Prophezeiung der letzte Papst dann gibt es nur noch einen Schlusssatz der sinngemäß darauf hinauslacht nach diesem Papst kommt nur noch Petrus der Römer der die Hirtengemeinde seiner Schafe in einer sehr schwierigen Zeit leiten wird bis am Ende der Zeit zum jüngsten Gericht die Siebenhügelstadt Rom zerstört wird das ist dann der Schlusssatz von der Malachias Prophezeiung eigentlich in lateinisch beschrieben ja und wenn es der letzte Papst ist dann darf man sich natürlich die Frage stellen wie kommt er dazu öffentlich auszusprechen dass man darum beten solle, dass ihm der Wolf nicht in den Fuß beißt naja, Rom ist von Romulus und Remus gegründet die von einem Wolf aufgezogen worden sind also steht der Wolf für die römische Stadt die dann später am Ende der Zeiten vernichtet wird und der letzte Papst, dem beißt der Wolf im Fuß woher das Sprichwort kommt den letzten beißen die Hunde also man kann mit Sicherheit davon ausgehen dass nach der Amtsperiode vom Kardinal Ratzinger da nichts mehr kommt und es gibt eben eine zweite Prophezeiung die aus dem bayerischen Raum kommt, aus dem böhmischen und die besagt, das Lied von der Linde heißt es da dass der letzte Papst von Rom flüchtet weil es dort ein Attentat gibt ein großes Virenis mit vielen Toten und er flüchtet dann zuerst in die Schweiz nach Genf und später nach Köln und das ist auch sehr interessant, weil gerade in Köln dieses Kinderfest der katholischen Tiere vom Kardinal Ratzinger gemacht worden ist und das natürlich naheliegend ist, dass ausgerechnet der deutscher Papst in deutschsprachige Länder flüchtet wenn es in Italien drunter und drüber geht dazu kommt die Ankündigung von der Al-Qaida dass sie als nächstes ein Attentat in Rom veranstalten wird und es besteht die begründete Befürchtung dass sich das am Petersplatz da abspülen wird da möglicherweise zu Ostern wie auch immer diese vier Aspekte des Christusbewusstseins haben alle Völker gekannt hier ist die Version der Mayas in Mayas haben es die vier Schlösser des Zeugchen genannt die zentral zusammenlaufen bei einer Hintergrundenergie die man das fünfte Schloss nennt das ist das grüne Schloss der Verzauberung und dieses grüne Schloss nennt man die Matrix was übrigens dann auch in dem Film Matrix entsprechend verarbeitet wurde der überhaupt ein sehr genialer Film war zwar nach amerikanischer Machtart wird sehr viel geschossen aber die einzelnen Charaktere sind also ganz intelligent ausgewählt ein hochgradiger Film in jeder Hinsicht alle drei Teile alle drei Teile Matrix die ja übrigens auch grün ist die heißt Matrix und die Matrix ist grün grün? grün, von der Farbe ist sie grün und auch die Chinesen haben es gekannt und haben das über das I Ching ausgedrückt wobei die Schöpfung sozusagen von der zentralen Hintergrundenergie polar ist und dann sich in vier Aspekten darstellt aus denen dann später die acht Aspekte die sogenannten Trigramme werden und wenn man die vier Aspekte und die acht Aspekte zusammenzahlt kriegt man die zwölf Aspekte des Tierkreises beziehungsweise wenn man das dann von acht auf sechzehn und zweiunddreißig ausweitet und vierundsechzig die vierundsechzig die Gene Codes der Hexagramme wobei dann je eine Linie von je einen Hexagramm für je eine Ebene der sechs Dimensionen steht und die siebte Dimension bildet das Zentrum ja und das nennt man die zweiunddreißig Häuser der Dunkelheit und das sind die zweiunddreißig Häuser des Lichtes und daher kommt der Hintergrund der zweiunddreißig Einweihungsgrade in der Losche weil nur der den zweiunddreißigsten Grad für sich beanspruchen kann der dies bewusstseinsmäßig durchbrungen hat wie das funktioniert aber wir kommen nochmal zurück weil wir den Zusammenhang zwischen Freimaurerei und Christentum noch gar nicht herausgearbeitet haben und der hat ein bisschen was damit zu tun wie es nämlich damals weitergegangen ist nachdem dieser vierköpfige Brahma diese Kinder erschaffen hatte waren diese eigentlich nicht gewillt noch weiter innerhalb der materiellen Materie abzusteigen und in die Projektion hinein zu gehen und daher haben sie den Schöpfungsauftrag verweigert indem sie sich selber im vorpubertären Zustand gehalten haben deswegen werden die auch als Kinder dargestellt wo hier der Spruch kommt von Jesus werdet wie die Kinder damit sie im Zuge der Pubertät ja nicht in die sexuelle Energie hineinkommen und dann automatisch dieser Schöpfungsenergie zum Opfer folgen und diese Verweigerung dieser vier Kinder hat dazu geführt dass sich eine Situation ergeben hat am Tore des Herzchakras die unerträglich wurde und der Zorn der vom Vater dieser vier Kinder entstanden ist hat sich zwischen seinem dritten Auge als ein blaues Schreien das Kind manifestiert das in der Sanskrit-Philosophie Rudra heißt weil es fürchterlich geschrien hat da kommt es her dass wenn kleine Kinder nichts zum Essen kriegen dann schreien sie ganz gewaltig und der Ton ist so grausig dass es jedem besonders der Mutter und dem Vater dann durch Mark und Bein geht und man daher seine wichtigste Aufgabe und Funktion erfüllen muss dieses Kind zu stillen das hat einen unersättlichen Durst in dem Sinne und dann eben einschläfert und dieser Strahl der da herauskommt das nennt man das Indigo-Kind das ist das erste Indigo-Kind gewesen und der Brahma hat es dann in den Schlaf gewinnt und seit dieser Zeit meditiert dieses Indigo-Kind da sitzt das Indigo-Kind und man soll so einen kleinen schlafenden Rabauken nicht aufwecken man weckt keinen schlafenden Teufel auf weil sonst beginnen die da einen Tanz der nicht besonders angenehm ist und jetzt wo der Magnetgürtel der Erde herunter geht kommt dieser Indigo-Strahl voll herunter da der hat eine Transformationsfunktion es gibt 11 Indigo-Strahlen von denen jetzt seit 5 Indigo-Strahlen aktiviert werden 5 verschiedene Gruppen kommen herunter ja, gleichzeitig parallel mit dieser Zornesmanifestation hat sich dann am Tor dieses Himmels ein Streit ergeben die 4 Kumaras, diese 4 Christus-Kinder wollten wieder zurück in den Himmel und konnten aber eigentlich nicht in die innere Wirklichkeit hinein weil sie schon draußen waren und es entstand ein Streit mit den Wachen die da postiert waren, das sind 2 Wachen gestanden die gesagt haben, wir lassen euch da nicht ein und dann hat dieser Streit es eskaliert und hat dazu geführt dass die Wachen dazu verflucht worden sind stellvertretend für die 4 Christus-Kinder die Materie herunter zu stürzen und als 2 zentrale dämonische Kräfte hier den Schöpfungsakt selber zu gestalten mit dem Ergebnis dass es seit dieser Zeit zwischen der Freimaurerei und dem Logentum dieser 2 Brüder, die eigentlich Torwachen sind einen erbitternden Streit gibt und das ist wiederum der Hintergrund warum die beiden Logenbrüder seit jeher danach getrachtet haben den Solaren Logos und das Gold das Ausdruck des Solaren Logos ist unter Kontrolle zu bringen weil das die Wurzel ihrer Verfluchung in die Materie herunter eigentlich dargestellt hat daher war es von vornherein immer das Anliegen der Freimaurerei, das Christentum zu unterwandern ja so, da sind die 4 Brüder, die da runtergekommen sind und so stellen die Ägypter das dar das sind die beiden Torwachen die am Herzpunkt den Christus da verhaftet haben diese 4 Brüder verhaftet haben da stehen die 4 Aspekte für diese Brüder oben und da stehen sie unten und das ist der Hammer des Tor und wenn die da am Schnirrl ziehen dann fällt dieser Hammer das Tor um und schwingt als Freimaurer Pendel in der Loge und das Ergebnis dieser Verhaftung war dass diese beiden Brüder selber in die Materie heruntergestürzt sind und die beiden Achsen der Freimaurerei darstellen und in den Wehen werden es dann näher beschrieben wie sie heißen und das hat sehr viel mit dem Iran und dem Irak zu tun das ist die sumerische Achse die heruntergekommen ist ja die Sumerer sind diejenigen die aus dem Paradies vertrieben worden sind und in der Polarisierung dieser beiden Brüder den materiellen Teil abtragen müssen durch die Wiederherstellung ihrer Ehre denn vor dem Fall kommt der Stolz Stolz kommt vor dem Fall und die Demut wird ausgedrückt durch die niedrigste Entwicklungsstufe einer Pflanze und das ist das Gras und das Getreide ist nichts anderes als ein Schachtelhalm das ist ein Gras und durch die Wiederherstellung der Demut konnte der Stolz überwunden werden und deswegen ist das Gras in Form des Getreides das zentrale Ernährungsmittel für den Menschen und da kommt der Spruch her im Schweißen deines Angesichtes sollst du dein Gras zu tun das geht schon tiefer das hat viel tiefere Dimension als ich zunächst den anschauen deswegen auch in der Book of Caves hier wird der Christus da im Torbogen verhaftet von den beiden Wachen und das ist die Geschichte des Gartens Gethsemane wo Christus im Garten Gethsemane von den beiden Römern verhaftet worden ist und dann vorgeführt worden ist und dann ist er ans Kreuz geschlagen worden und zwar verkehrt herum verkehrt herum die Loge selber stellt das auch so dar um die Probe aufs Exempel jetzt darzustellen hier sieht man einen Logenraum da ist ein zugemauerter Türbereich der eigentlich die Verbindung zwischen innerer und äußerer Wirklichkeit darstellt weil der Streit der am Tor eskaliert ist und der ist jetzt zugemauert weil da darf niemand durch und man sieht da eine leuchtende Sonne die das Christusbewusstsein darstellt die praktisch da durchschimmert und bis zu dem Tage bis die Freimauerei nachdem sie in die Materie heruntergefallen ist das Christusbewusstsein vollständig unterminiert hat bleibt die Tür zu und der Großmeister sitzt da drinnen und wir sind in das Innere dieses Raumes eingeschlossen in der Materie wir sind in diesem Bundesladenwürfel drin der ist da überall zugemauert und weil es da drinnen dunkel ist hängt da der sogenannte siebenstrahlige Kerzenleuchter von der Decke herunter das ist die Bedeutung der Minora in der jüdischen Tradition und auch die Bedeutung des Schulterschlusses von Moses mit dem Gott Yahweh dem zornigen Gott der die Bundeslade installiert hat und daneben den Kerzenleuchter bis zu der Zeit dass sich dieses Schicksal erfüllt und so lange wird der Sessel von dem Großmeister da nicht geräumt und hier ist es noch einmal von der Loge exakt dargestellt da sind die beiden Säulen Boas und Yahwin und da sieht man jetzt einen Muskelmann der vier Köpfe hat und das ist der ursprüngliche Baumeister der Welten und der hat auch vier Arme der hintere Arm trägt hier das Pax der katholischen Kirche als stellvertretende Funktion der vier Christusenergien und da im Vordergrund die Trägerfunktion die in der äußeren Wirklichkeit das erfüllt was da im Hintergrund zurückgeblieben ist nämlich Zirkel und Winkelmaß und da oben der Zorn des Brahmas dargestellt durch die Pentagonale die den Luzifer darstellt der entstanden ist aus der Verweigerung des Christentums sich dem Schöpfungsakt hinzugeben weshalb das zentrale Problem des Christentums des Zölibat ist und der Fall des Zölibat ist eigentlich das Thema dieses Zeichens hier und das muss früher oder später einfach kommen weil es nicht geht dass die Welt sozusagen ohne den Christus auskommt und das ist der Grund warum er runter kommen muss früher oder später wenn nämlich diese Logenstruktur ihren Schöpfungsauftrag erfüllt hat und deswegen gibt es auch von dieser Energie einen verlängerten Arm da nach unten der dann als exekutives Organ der luziferanischen Energie hier arbeitet und das Symbol das ist der Granaten das ist der Granatapfel ja der Granatapfel ist der verlängerte Arm der Auflösungsenergie dieser Strukturen und der greift dieses System jetzt an und das heißt in der Fachsprache Alkaida und daher wird da drinnen in dieser Struktur was da überbleibt nach diesem Angriff nur der Kern überleben der Kern des Granatapfels überlebt ja was natürlich dann auf die griechische Geschichte der Persephone zurück geht denn die Persephone war ja die die in die Unterwelt abgestiegen ist in das Reich des Todes und dann später gerettet wurde aber bevor sie gerettet werden konnte hat ja dann der Hades, ihr Ehemann noch einen Granatapfel gegeben mit dem sie beißen musste damit sie auf ewig auch in das Reich des Todes gebunden wurde aber das ist dann nur noch eine andere Geschichte so nebenbei die aber jetzt wieder relevant will weil mit dem Biss in den Apfel hat ja das alles angefangen nicht? die Eva und der Apfel und die Schlange und dieses Thema das ist ja das Ganze worum sich das alles dreht in der vedischen Kultur wird es so beschrieben da werden diese beiden Brüder als Hiran Yaksha der nach Gold Süchtige ja oder der nach Rache Süchtige durch die Kontrolle des Goldes und Hiran Yakashibu der nach Gold und Weichen Betten Süchtige beschrieben das sind diese beiden dämonischen Kräfte die die Achsen der Brunnerschaft darstellen und wenn man das Haar mal wegtut ist klar, dass das mit den beiden Ländern Irak und Iran etwas zu tun hat weil daraus die Sumerische Achse aus der Sumerischen Achse das eigentlich hervorgegangen ist aber sie sind ein bisschen unterschiedlich polarisiert der eine steht für das Licht und daher wird die zentrale Gegenenergie für die Erlösung dieses Flügels der Loge über den Löwen gespielt der übrigens aus einer Säule rausspringt dann am Ende der Zeit und die Säule die hat einen großen Knaller gemacht und dann ist der rausgesprungen und das war am 11.09.2001 als das Wirtschaftsimperium der Amerikaner im Sinne des World Trade Centers das eingestürzt ist und der Löwe rausgesprungen ist in im Herz Chakra in Anahata Chakra in Manhattan ja weil dort der Wirtschaftskreislauf zusammenlauft an der Wall Street ja da sind die beiden Wirtschaftskreislaufe die pumpen da und damit sich der venöse und arterielle Blutfluss des Wirtschaftskreislaufes nicht in die Quere kommt gibt es dort eine Mauer die das auseinander hält die Herzwand und das ist die Wall Street ja hier an der Mauer heißt es dann in dem Film das Vermächtnis der Templer was im Kino gelaufen ist findet man dann unter der Trinity Church den großen Schatz der Templer in dem zentral die ägyptische Kultur des Löwens sichtbar wird und das war der Vorlauf der Film wo zum ersten Mal über diese Dokumente der Tollernoten und das so weiter gesprochen wurde im Kino gelaufen und dann später hat es gekracht und die beiden Türme sind eingestürzt ja der Löwe macht an dem den Garaus und da kommt eine weitere Figur herein das hängt mit dem Wildeber zusammen wobei der Eber dann in der nordischen Tradition der Kelten ganz wichtig verankert ist weil das Spielbild des Wildebers natürlich die Weinrebe ist und da geht das Thema dann auf das Blut Christi zurück das Thema haben wir aber jetzt noch nicht mehr wir sind jetzt im Leib Christi verankert da ist der Leib Christi der mit dem Solarplexus mit der Sonnenscheibe über die Hostie auch vererrt ist und diese Energie die wird jetzt erlöst und dann nach 2008 und 2009 kommt das Blut Christi Thema und da geht es dann praktisch um die innere Essenz des Bewusstseins von Jesus Christus die dann als Flussmittel in der Wirtschaft über das Gold gesteuert wird und dann kommt diese Auseinandersetzung und Perfon läuft beim Iran zusammen was dann wieder in der griechischen Mythologie über die Geschichte von Perseus und Andromeda gespielt wird und dann letztlich damit geendet hat dass die Medusa ihren Kopf verloren hat so die Vorbereitungen sind aber schon am Laufen solche Plakate tauchen im Internet auf das große Szenario für den Schauprozess des Saddam Hussein wird jetzt vorbereitet und wird in den nächsten zwei Jahren über die Bühne gehen was de facto mit der grauslichen Hinrichtung des Saddam Hussein wahrscheinlich abgeschlossen wird stelle ich mir vor könnte ich mir vorstellen so wird es wahrscheinlich laufen und dann kommt das Thema Iran an die Reihe allerdings ist dort der Wurzelaspekt der Zusammenhänge zu suchen und das wird etwas haarig und daran kann sich sehr viel entzünden das ist sehr gefährlich sehr viel gefährlicher als die Situation im Irak und das könnte sich dann ausweiten zu einer größeren Angelegenheit die dann den ganzen Nahen Osten ergreift weil dort einfach der prinzipiellste Aspekt der Zusammenhänge auf den Punkt kommt naja, einige in Amerika sehen das so nur alleine werden sie das nicht machen können und das geht ohne europäische Beteiligung nicht weshalb eben die Al-Qaida jetzt eine ganz wichtige Schlüsselrolle spielt dass es in positiver aber auch negativer Hinsicht zu einer Integration des Islams mit Europa kommt wobei die negative Hinsicht darin besteht das Ego der christlichen Energie des europäischen Blocks anzugreifen und das kann natürlich am besten die Al-Qaida durch einen Anschlag auf Betas Blocks und wenn dort ein Anschlag passiert dann ist die Kernidentität von Europa getroffen und die Europäer können es sich nicht mehr leisten darauf zu verzichten einen Angriff gegen die Arabische Liga zu führen die ja von den Amerikanern so eh schon geplant ist und das brauchen die Amerikaner für den Irankrieg unbedingt und daher wird von dieser Seite wahrscheinlich das wohl so laufen dass wir da jetzt einmal in Italien eine leichte Erschütterung bekommen die ja auch schon vorbereitet wird weil der Romanobroli jetzt die Gegenachse zum Waldosconi aufbaut und alleine von dieser Seite her die beiden Frauen jetzt aneinander tragen ja in der vedischen Geschichte jedenfalls ist die aus der Säule herausspringen des Pfingstern diejenige die dann hier an Akashibur dem einen Bruder dann in Garas zeitigt was übrigens sehr viel mit diesem Kind da zu tun hat man sieht da ein Kind das ist das Kind dieses Dämonen und dieses Kind hat sich auf eine göttliche Seite gestellt und es kam zum Eklat zwischen den beiden der Vater wollte das Kind töten und um zu verhindern dass dieses Kind getötet wird sprang diese Sphinx überhaupt aus der Säule heraus und hat dann den Vater zerrissen in dem da genau mitten beim Soloflexus Chakra sozusagen die Öffnung erfolgt wobei diese Kindergeschichte wieder was mit der Lady D zu tun hat weil die Lady D im englischen Königshaus im Grunde genommen dann beim Löwen Zuflucht gesucht hat in Ägypten in dem sie mit dem Dodi Al-Fayed eine Verbindung eingegangen ist der ja Ägypter war und mit ihm aber dann ein Kind gehabt hat und an dem Punkt übers Ziel hinaus geschossen ist und weil sich die Loge die Frechheit herausgenommen hat die Lady D dann nachher in Paris beim Liebesgott zu Opfern im Hekate Kult in der Hof da unten drinnen war das Ergebnis dass der Löwe dann rausgesprungen ist endgültig und das war der Anschlag vom 11.09.2001 als Antwort auf die Ermordung der Lady D da laufen ziemlich viele Fäden im Hintergrund das Zeichen der Macht für die Loge ist der Obelisk und das Geheimnis des Obelisken ist das aus seinem Inneren der Löwe hervorkommt das ist der springende Punkt der Sache und dann zreißt es den Obelisken und dann ist aber auch der Siegel der Macht dieser Loge gefallen und der zentrale Bereich steht natürlich nicht in Amerika drüben sondern ganz woanders nämlich beim Vatikan dort nämlich am Petersplatz in der Mitte des Maldeser Kreuzes steht der zentrale Obelisken das kann man gleich so sprechen aber die Türme haben indirekt etwas damit zu tun weil das eine Art äußere Verkörperung dieser Energie darstellt und es gibt die berühmte Karte aus dem Tarot die heißt der Turm der Tower das ist die 16 und da schlägt die Energie des Zeus oben ein und der Turm brennt ab und wenn die da einschlägt dann ist das gleichbedeutend mit der Initialisierung der Schwertenergie des Exkaliburschwertes was gleichbedeutend ist mit der Blitzwaffe des Zeus die dann kommt wenn das andere Imperium einbricht und so schaut die Situation am Vatikan im Vatikan aus klar wenn jetzt die Al-Qaida zum Beispiel hier ein Attentat veranstalten würde dass dann das Christentum im Kern getroffen wurde und zwar vom Islam mit der Konsequenz dass man das politisch so ausschlachten kann dass das natürlich jetzt zur Folge haben muss dass die Europäer in irgendeiner Weise auf islamische Staaten reagieren müssen und daher wird es dann nur mehr darum bestimmte Länder wie den Iran mit der Al-Qaida in Verbindung zu bringen dass von dort aus die Fäden gezogen worden sind dass dieser Anschlag erfolgt ist und dann sitzen die Europäer schon im Boot um die große Truppe aufzustellen dass der Iran angegriffen wird und das ist meiner Meinung nach das Ziel der amerikanischen Auspolitik das ist jetzt eine gewagte These aber ich glaube dass es so laufen wird ich meine aber es ist ja bekannt dass der Bruder von Bin Laden ja in der Weltbank ja gut ich meine wenn wir mit diesen Geschichten anfangen da kommen wir ja eh von Hunderten bis Tausendsten ich meine wenn wir jetzt einmal über den Anschlag allein in Amerika reden wer das inszeniert hat wie das abgelaufen ist das ist ja eine Haarsträube das steht ja nur noch die Haarzugberge was da gelogen und manipuliert worden ist de facto ist das alles inszeniert gewesen die Türme sind gesprengt worden und so weiter und so weiter aber bleiben wir einmal bei diesem Thema hier weil eben die Frage gestellt worden ist was machen die anderen Obelisten da diese 13, 14 und zwar ist diese ganze Struktur so geformt dass das einen Schlüssel darstellt wobei das da oben der Schlüsselbogen ist ja und das da ist der Stift der nach unten geht und ins Schloss gesteckt wird gemeint ist aber das Bundesladenschloss für die Versiegelung derjenigen Wesen die in die Materie abgestiegen sind und daher heißt dieser Schlüsselschaft der hineingesteckt worden ist um die Tür zuzusperren und da Petrus als Wache im Hintergrund installiert wird dass da keiner außer kommt bevor die Zeit nicht reif ist auch die Straße der Verdammnis oder die Straße der Verdammten heißt er auch deswegen und die Obelisten die stehen auf dieser Straße deswegen solange bis das Schicksal sich erfüllt solange die Brüder und im Hintergrund eben das Christentum den Zölibatären Anspruch der Kirche aufrechterhalten kann was eine Art Erinnerung eigentlich daran ist womit der Fall in die Materie begonnen hat mit der Polarisierung in männlich und weiblich ja aus dem Hintergrund der Verführung der Schlange und der Eva bla 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 und das ganze Thema wie es im alten Testament dargestellt ist und das ist eine Anspielung darauf dass die Sumerer aus dem Paradies des pleialischen Systems ausgeflogen sind die sind da rausgeflogen und müssen jetzt über die Achse der Landwirtschaft und des Stieres und der Domestizierung des Stieres die Ära wieder herstellen und erst wenn das passiert wird das Reichen aufgeschlossen aber das passiert eben jetzt jetzt das ist das ist ja schön zufrieden weil die erreichen ja genau das wenn sie das inszenieren dann erreichen sie ja genau das was sie nicht wollen und das wissen sie aber ja was das verstehe nicht genau also wenn jetzt sage ich mal das Sprechanschlag ist dann kommt ja genau das ins Rollen was sie eigentlich nicht wollen ja was meinst du was wollen sie nicht mit dem Schlüssel quasi dass das sie nicht anfällt naja die katholische Kirche kann es nicht wollen weil die katholische Kirche ist die aus der Achse der 12er Postel hervorgegangene Runde um den Christus herum da gibt es keine Frauen es gibt aber sowohl eine Frau im Leben von Jesus Christus und das ist die Frage inwieweit er selber eine Familie gehabt hat und diese Frage läuft auf Maria Magdalena hinaus und an dem Punkt steht das Geschlecht das Nachfolgegeschlecht der Maria Magdalena in einem konträren Verhältnis zu den 12er Postel und daher ist es auch ganz logisch dass diese Kräfte die einen Angriff auf diesen Schlüsseldorf starten aus der Ecke der Maria Magdalena kommen müssen und indirekt wiederum mit der Templer Gesellschaft etwas zu tun haben und jetzt erklärt sich wieso der letzte Papst in den Templer Orden eingeweiht wurde um das Moment zu entschärfen dass die Templer da unten massiv vorgehen und das Ganze in die Luft sprengen weil jetzt keine andere Möglichkeit mehr gegeben ist ja so die beiden Schlüssel da um die geht's ja und das ist auch als Kornkreis jetzt erschienen und zwar in dieser Gestalt man kann es nicht so leicht erkennen aber den Bezug kann man herstellen über diese Tafel das ist ein weiteres Blatt aus dem Book of Kells im irischen urchristlichen Werk wo man eine Kaligrafie sieht wo eigentlich da diese Grundform des Parks mit den Kugeln wie es da zu sehen ist da diese ganzen Kugeln die da drauf sind da nach unten und so weiter sehr schön dargestellt ist das ist des Parks des Papstes und aus dieser Darstellung dieser Art der Darstellung kann man sehr schön erkennen dass auch das der Schlüssel des Petrus ist und der ist im Jahr 2004 in den Kornkreisen erschienen ja weil 2004 Herz Chakra Öffnung war und da wurde der Schlüssel zum ersten Mal sozusagen hineingesteckt und jetzt ist das erste Christusschloss besetzt und jetzt werden alle weiteren drei Christusschlösser in den nächsten sechs Jahren je zwei Jahre je zwei Obelisken auf der Straße der Verdammten bis sich das Schicksal des Schlüssels vollständig erfüllte er lässt sich schwer sagen wann dieses Attentat konkret dort passiert das kann jetzt im Zeitraum zwischen 2006 und 2012 irgendwann passieren aber es ist eher anzunehmen dass es in den nächsten Jahren irgendwann passiert weil jetzt auch das zentrale Solarplexus betroffen sein wird wo die Christus-Energie in der zentralen Form ja auch zusammenlacht das weiß man als der Benedikt eigentlich schon weiß was kommt der weiß das ja selbstverständlich da ist ja eine gar keine Frau ist der das weiß selbstverständlich nur nichts ist in dem Sinne vorherbestimmt dass man sagen kann so exakt wird es ablaufen das kann niemand sein aber die Prophezeiung die bayerische zum Beispiel spricht davon dass der Papst mehr oder weniger auch entkommen kann also er wird dem nicht zum Opfer fallen sondern er kann die Flucht ergreifen da ist des Parks eingewoben auch in diese Pfauenfeder da außen ist eine Pfauenfeder rundherum die das beschützt des Parks das steht ja wie wir vorher gesehen haben in der innersten Kernessenz für den letztendlichen Aspekt des Christusbewusstseins an dem sich alle drei anderen aufhängen und das ist die Schlange das P da in der Mitte steht eigentlich für den Kopf der Schlange der dann am Ende fällt wenn sich das Christusbewusstsein erschöpft hat und daher wird das auch außen von den Pfauenfedern bewacht weil der Pfau im weitesten Sinn die intimste Energie des Adlers ist der die Schlange an dem Punkt in Schach hält aber gleichzeitig auch beschützt und das des Fallen der Pfauenfedern am Fächer des Parks das dem Papst der Luft zugewedelt wird Energie zugewedelt wird ist auch gleichbedeutend mit dem Fall der Petrus Figur und wenn der Pfau erscheint und das ist jetzt passiert in den Kornkreisen in Form der Pfauenfeder und auch in Form des Pfauenrades dann ist die Zeit Ultima gekommen dass die Energie der Lebensenergie des Papstes sich erschöpft hat das ist da deutlich abzulassen da ist der Kreis wo man den Pfauenfeder dann nachher geht Zusammenhang zwischen Ankh und diesem Paros gibt es da irgendwas Ja das ist richtig aber das Ankh ist die Urform der Petrus Energie die Vorform in der praktisch die alle Christus Strahlen noch entsprechend aufgehängt waren und das eigentlich den Menschen als Ganzes darstellt wobei dieser dieser Haken da vorne oben eigentlich für den oberen Bereich der oberen Ai Chakren steht der dann den Osiris auch gereicht wird als Mundspende durch den er die Wiederauferstehung antreten kann und dann der Kreislauf der Wiedergeburt des Osiris des Horus dann auch eintritt also da gibt es schon Zusammenhänge das ist schon richtig das sieht man ja das sieht man sehen es gibt ja verschiedene Formen von Vögeln und die intimsten Formen der Vögel gehen natürlich aus den in der Erde verankerten Vögeln hervor das sind die Laufvögel der Strauß und der bunte Hahn der Fasahn der eine Rolle spielt und die Hühner überhaupt und im Hintergrund natürlich der Pfau der ebenfalls ein Laufvogel ist aber auch der Truthahn was auf Englisch Turkey heißt ja der Turkey hängt aber dann mit der Türkei zusammen und im Englischen übersetzt auch mit dem Türki mit dem Schlüssel zur Tür und mit dem Hereinkommen von der Türkei in die EU wird das Tor in die spirituelle Energie des Wissens aufgeschlossen ja und der Fall des Kopfes vom Hahn ist natürlich dann das virtuelle Opfer und so weiter wo dann der böse Hahn der Kaporeshahn mit den Kaporeshahn Opfern auch hervorgekommen ist und so weiter ja ich meine das führt natürlich jetzt da von Hundertsten ins Tausendzentrum so weit müssen wir es nicht treiben man sollte auf jeden Fall wissen wer da im Hintergrund von dem Pfau noch steht da steht nämlich nicht nur die Christusfigur drinnen sondern in der alten medischen Tradition hat es hinter der Christusfigur noch eine geheime andere Figur gebild und das nennt man den Strahl des Skandas ja Skanda heißt eigentlich das Schild was mit dem Pfau was zu tun hat aber Skanda heißt auch der Speerträger ja ja der hat auch den Namen in Indien bekommen Kartikeya und Kartika war der Sanskrit Name für die Plejaden oder das heißt auch das Kind der Plejaden und de facto nennt man die weiße Rasse die Abkömmlinge oder die Nachkommen des Siebengestirns wir alle wir die wir weiß sind in der Hautfarbe kommen eigentlich von den Plejaden herunter ja und auf den Plejaden gibt es eine Instanz die des Kartikeyas die die Aufgabe hat durch Spiegel verkehrt zu dem was dort bei uns im Christusbewusstsein abläuft auf der Mutterebene voranzutreiben nämlich das Ego der Mutter zu bearbeiten und zwar gibt es da auch eine Geschichte dazu wie der Kartikeya auf die Plejaden gekommen ist die Plejaden bestehen aus sieben zentralen Sternen das Siebengestirn heißt das auch das sind die sieben Mütter die am Ufer der Milchstraße meditiert haben und sich eigentlich sehnlichst ein Kind gewünscht haben das aber nicht gekommen ist weil die sieben Väter die sieben Rishis oder sieben Seher wie man sie auch nennt ja auf großer Seefahrt waren mit der Barke des Ra wovon dann später der fliegende Holländer bekommen ist der dann am Himmel fliegt und die fahren schon auch auf dem Ozean aber das ist natürlich im Weltraum da draußen die sind auf Seefahrt und die Frauen haben sich ein bisschen klangweilt zu Hause und dann kam es eben dass ein Kind angespült wurde ans Ufer der Milchstraße und das war dieser Kartikeya der auch gleichzeitig ein Sohn des Shivas ist und deswegen wurde ihm auch die heilige Lanze gegeben und er wurde dann später als militärischer General der himmlischen Herrscher eingesetzt und seine Aufgabe ist es die Militärstrategie des Himmels gegenüber den negativen oder dunklen Kräften des Universums voranzutreiben und das war die Hauptmaxime der Nachkommen des sieben Gestirns die sind auf dem Planeten heruntergekommen um hier den größten militärischen Apparat aufzubauen in Hommage seines Vaters als Pentagonale und das ist das Pentagon in Amerika ja und jetzt nachdem das Pentagon hier steht und eine gewisse Kontrollfunktion für die Entwicklung des Planeten übernommen hat kann der große Rückzug wieder beginnen und der militärische Apparat von Amerika wird jetzt in Bewegung gesetzt und wieder abnehmen und das ist die symbolische Aufbrechung der Pentagonale durch den Schuss auf die eine Seite ins Pentagon mit diese Lanze spielt eine große Rolle die gibt es auch in einer symbolischen Form in dieser Form das ist der Speer des Longinus der Jesus Christus in die Seite gestochen worden ist also am Kreuze hin und der wird derzeit in der Wiener Hofburg mit den Habsburger Insignien aufbewahrt weil die Habsburger Blutsverwand sind mit der Familie von Jesus Christus ja so hier ein weiteres Beispiel für Kaporeshahn Geschichten doch Frankfurter Allgemeines Magazin von 1996 ein kleines Mädchen mit grün angelaufenem Gesicht und gehobenen Rock hat zwei Vogel in der Hand eine Ente und ein Hahn und dessen Köpfe sind da unten weg geschnitten das nennt man das Kaporeshahnopfer daher muss man da wieder blättern da geht es ums freimaurerische Magie im weitesten Sinne und dann kommt dann wieder ein nettes Rezept da geht es um Küchenfreuden und da heißt es der kulinarischen Kaprisi 11. Teil und dieser Hahn liest da im Buch der Rezepte und vor Schreckpflicht im Umstand da kam die Krone weg ja was so viel bedeutet hier wird in den oberen Instanzen des Adels wieder mal jemand abmontiert ja auf wen sich das Dongles bezogen haben könnte im 96er Jahr naja und so weiter das ist ein eigenes Kapitel auf jeden Fall sind 1935 und 1922 diese Postkarten aufgetaucht man sieht hier einen jüdischen Rabi mit einem Hakaboreshahn auf der Schulter der liest aus dem Buch Moses und der Kopf da oben ist kein Hahnenkopf sondern der Kopf des Zaren der Familie der Zaren in Russland um dessen Fall es gegangen ist und naja was den Zaren dann später passiert ist das wissen wir ja ziemlich genau der hat dann das Zeitliche gesegnet nicht? und in ähnlicher Weise war er mit 1935 als dann die Macht die Ergreifung der NSDAP begonnen hat ein Kaporishahn Ritual natürlich in den jüdischen Familien angesagt dass man diesem Hahn den Hitlerkopf aufgesetzt hat mit einem entsprechenden Hakenkreuz das da hinten hinauf montiert wird weil da auf einer sehr tiefgründigen Ebene sozusagen präventiv dieser Energie der Wind aus den Segeln genommen werden sollte auf jeden Fall selbst über den Speer des Schicksals ist sehr viel geredet worden schon man geht davon aus dass er zur Zeit der Merovinger geschmiedet worden ist aber in dem inneren Teil da wo diese Goldplatte drauf ist da ist darunter so eine Schlüsselstruktur und in dieser Schlüsselstruktur sind Splitter des Originalsperres des Römers hineingeschmiedet worden die aus der Zeit vor 2000 Christus 2004 eben kommen die wirklich auf die Lanze des Longinus zurückgehen sollen naja der Hitler war auch versessen auf den Speer und der hat nichts lieber getan als nachdem er 1938 in Österreich einmarschiert ist die Habsburg Insignien einkassiert hat und den Speer nach Nürnberg gebracht hat und dort dann an der geheimen Stelle erst einmal verschwinden hat nach dem Krieg ist er dann wieder gefunden worden und weil er so versessen war auf diesen Sperre den übrigens alle wichtig gemacht haben in Europa immer gehabt haben angefangen vom Kaiser Konstantin über Napoleon bis zum Hitler hinauf noch nah sein Kriegsminister Albert Speer geheißen hat der ja interessanterweise der ja interessanterweise bei den Kriegsverbrechertribunalen in Nürnberg dann zwar wohl eingesperrt wurde aber nicht gehängt wurde also so gesehen mit einem blauen Auge davon gekommen ist obwohl er ja maßgeblich an der Deportierung der Juden aus Berlin und so weiter eigentlich beteiligt gewesen ist und der Himmler der sich ja offensichtlich aufgrund seines Namens schon mit den geistigen Aspekten der NSDAP beschäftigt hat nämlich mit den sieben Himmeln woher die Wurzeln wohin die Wurzeln der NSDAP über die Thule-Gesellschaft gehen der wollte natürlich da die Webelsburg das zentrale Heiligtum der NSDAP mit dem Zentralgebäude als Speer konstruieren wobei dann das umliegende Gebäude als Gralschale fungieren soll so dass dieses auch von diesem Speer dann da das Blut in die Gralschale abtropfen kann das waren die Originalpläne von der Webelsburg wo war die gewesen? im Baderborn die gibt's ja aber die Lanze wurde da hinten nicht verwirklicht das Zentralgebäude gibt's das ist teuer es ist auch eine Gralschale installiert in dem Gebäude in diesem Gebäudekomplex darunter und unten in der Form nicht mehr verwickeln können aber es gibt mehrere Pläne die das in aller Deutlichkeit zeigen können in aller Deutlichkeit die Wurzeln der NSDAP gehen übrigens auf das Aldebaransternensystem zurück und auf die Hyaden das Aldebaransternensystem liegt im Auge des Stiers und die Aufgabe des Strahls von Hitler war es den Stier zu beschützen da müssen wir jetzt wieder weiter ausholen was das eigentlich heißt und wer dieser Mann überhaupt ist der kommt aus einem Strahl das nennt man den Paraschoramschen Strahl oder dem Prigostrahl und der Prigostrahl der hat eben den Stier als Basis und seine Aufgabe ist es diesen zu schützen und aus diesem Grund heraus ist der Prigostrahl auch aktiviert worden das geht aber auch eigentlich auf die Stadt Prag zurück weil in Prag der Prigostrahl verankert gewesen ist und das war über Jahrhunderte ein altes Zentrum der Schwarzen Magie und von dort aus ist der ganze Strahl überhaupt aktiviert worden und hängt dann über bestimmte Regionen im Norden dieser Seengebiete der Kiemsee Wallersee Salz kann man gut sehen im Norden ist die Grenzlinie da liegt Mattsee da ist die Ermattung des Christusbewusstseins dann eingetreten und nördlich davon ist das Reich des Paraschorams oder der Riesen oder des Mannes mit der Sense der im Herbst alles abmäht und dann eben die braunen Blätter zu Fall bringt und so hat er ja geheißen die braune Gesellschaft von Braunakunter und seine beste Freundin hat ja Eva Braun geheißen in seinem Auftrag wird gehandelt der sitzt da hinten auf dem da oben das ist der Mann der auf dem Stier sitzt der übrigens auch einen Namen hat der heißt Nandi und ist bekannt als großer Philosoph und da oben sprudelt das Wasser runter das Wasser der Ganga weshalb man auch sagt dass der Mann immer unter der Dusche steht ja der der schwer arbeitet muss viel duschen hätte ich fast gesagt und der Lucifer ist halt ein bisschen verdreckt stinkt meistens nach Schwefel und fürchtet nichts mehr als das Weihwasser und aus dem Grund brauchen wir jetzt in der Zukunft wenn das Dreizackalter Zeitalter jetzt anbricht ja das beginnt ja jetzt die Poseidonische Achse des Wassermann hat ja auch den Dreizack in der Kernachse drin brauchen wir viel viel Wasser weil sonst dann wird diese Achse übermächtig und wir haben keinen Wassermann sondern einen Schieber auf dem Stier hinten drauf und daher bitte Spritzpistolen einpacken in der Zukunft was man ja mit kleinen schreienden Kindern auch gelegentlich macht wenn es komplett durchtrennt dann wird es abgeduscht es wirkt wunder nicht? so und die Energie unter dessen Banner das läuft ist die Pentagonale das ist ein eigenes Kapitel auf der einen Seite zentral mathematisch verankert im goldenen Schnitt und als solches eine sehr wichtige Energie auf der anderen Seite aber eben auch gefürchtet weil sich aus der Pentagonale das gesamte Auflösungspotenzial des materiellen Bereiches ergibt und alle Ego-Projektionen verschwinden müssen da bleibt nichts übrig und wer irgendwo auf irgendeiner Ebene im Ego verankert ist und der bekommt das mit dem Pentagon zu tun dann kann das sehr schmerzhaft werden das kommt immer wieder ja so das Pentagon hat sich jetzt in Bewegung gesetzt dadurch dass da eine Seite eingeschossen wurde von einer Boeing kann da weit und breit keine Rede sein das passt hinten und vorne zu sein allein das Loch ist viel zu klein ja und selbst wenn die Boeing da reingerascht werden dann müsste dieses Dach da oben hinten hinein geflogen sein ohne da hinterrücks abgestürzt drei Minuten nachdem das eingestürzt wurde das hat man Bilder gemacht nichts war zu sehen kein Fahrwerk gar nichts von der Boeing das Loch ist 11 Meter breit die Boeing hat eine Flügelspannweite von über 20 Meter das passt da dann schon so nicht zusammen das ist es hinten und vorne passt da nichts das Pentagon ist ebenfalls als Kornkreis erschienen in vielen Formationen im Jahr 2005 ja und da sind auch die ganzen Linien da eingezeichnet die diesen Winkel gar stellen in der Winkel da unten sind 108 Rad daher sind da 108 Linien und 108 ist die heilige Zahl denn alles bewegt sich zyklisch nach der Zahl 108 mal 2 ist 216 2061 Jahre dauert der Tierkreis mal 4 ist 432.000 Jahre dauert ein Zeitalter mal 8 ist 86.400 Sekunden hat die Dauer eines Tages 432 mal 72 das ist der Gegenwind oder so nach dieser Zahl 311 Millionen Jahre dauert ein galaktischer Zyklus so lange brauchen alle Sonnensysteme ins Zentrum der Galaxis 272 das ist die Gegenzahl die geht auf die Zahl 18 zurück was der Spiegelwert von 108 ist ergibt die 144 und 144 mal 18 oder auch 2160 mal 12 ergibt 2592 25.920 Jahre hat die Dauer der Präzision alles im Universum läuft im Zyklen der Zahl 18 108 oder 81 ab und die Zahl 81 als Spiegelwert der 18 oder 108 ist die einzige Zahl wenn man sie durch 1 dividiert die interessante Linie ergibt 0,123456789 0,123456789 0,123456789 0,123456789 Das bedeutet dass in der Zahl 81 die exakte Entwicklungslinie der Materie widerspiegelt in der perfekten Auflistung was natürlich dann zu der Frage führt ja wie viele Elemente gibt es eigentlich wirklich im chemischen Periodensystem oder physikalischen Periodensystem der chemischen Elemente nur 81 stabile Elemente gibt es und alles andere als eine Fiktion Der Rest ist radioaktiv ist nicht stabil und ein Chemiker der Chemiker Peter Blichter hat das als Erster herausgefunden dass das bei uns System feucht dargestellt ist weil es nur 81 stabile Elemente gibt und nicht 115 wieder behauptet wird Quersuminolen spielt das auch mit an? Bitte? Mit der Quersuminolen? Ja Die Materie in der Rheinstruktur baut sich als stehende Welle einer der Potenzreihe von 3 auf es gibt 3 Grundkräfte im Universum das ist die magnetische Kraft die elektrische Kraft und die plasmatische Kraft und dann kommt eine sogenannte 4. Kraft dazu das ist eine fraktale Quantenkraft die diese 3 Grundkräfte zersplittert und die Zersplitterung erzeugt dann aus den 3 großen Hauptwellen ja Oberwellen ja und diese Zersplitterung erfolgt dann in einer 2, 4, 8, 16, 32, 64 Struktur und diese Wellen sind dann die Oberwellen aus diesem Strukturspektrum aber die 3 Grundkräfte ergeben die Matrix das heißt es gibt 3 Elementarkräfte 9 Strings ja 9 Strings von denen 6 also 3 6 Strings tatsächliche Strings sind und die anderen sind praktisch die 3 Grundkräfte und aus den 9 Super Strings die im Hintergrund in der Atomtheorie da existieren heute entstehen dann aus 9 x 3 27 Elementarteilchen davon sind 6 Quarks Entschuldige 9 sind Quarks ja 9 sind Leptonen und 9 sind äh äh sogenannte Neutrinostrukturen ja das macht 27 Elementarteilchen gibt es nur ja mit 2 Drittel Ladungen und aus 27 x 3 ja ergibt sich dann 181 stabile Elemente dann kommt eine wieder instabile Struktur das sind 243 Isotope der ersten Ordnung 723 Isotope der zweiten Ordnung und ungefähr 2100 Isotope der dritten Ordnung und dann kommt das erste Molekül ja mit ungefähr 2000 x 3 mit etwa 6000 Reihenmolekülen die dann aus dieser Gruppe entstehen die sind wieder stabil und die dazwischen existierenden äh Isotope die spülen natürlich eine sehr große Rolle dann für instabile Materienstrukturen wie zum Beispiel für die Atombombe mit dem Uran 281 und so weiter zum anderen ja ich darf jetzt nicht bitte ich darf jetzt nicht zum Schreiben ja der Schieber hat auch seinen Ursprung der sitzt da oben am Kailage ja das ist der geistige Energiemeditationspunkt dieses Mannes das ist die Zone des Friedens dort herrscht kein Krieg sondern absoluter Frieden und das nennt man im Sanskrit Shambhala das Reich Shambhala ist das Reich des Friedens und von dort gehen alle weiteren Strahlen der Auflösung der Materie und der Vernichtung des Egos aus von Shambhala kommt zum Beispiel der apokalyptische Reiter der kommt von dort und der kommt in Form von Wellen der Mongolenkriege über Europa herein Türkenkriege und Wohlenkriege und so weiter und so weiter die Logistik liegt aber da weil das ist der absolute Friedenspunkt da wird meditiert und da darf niemand drauf und da ist noch nie jemand oben gewesen der Kirschmann ja Kailage und jetzt hat eine sehr hohe Delegation der Bruderschaft eine Kailage Umrundung gemacht weil sie mit dem Latein und Indus und wenn der Shiba da aufhört zu meditieren auf dem Punkt da oben dann entsteht eben wie gesagt der tanzende Rudra oder der Tanz des Teufels und in dem Fall öffnet sich das dritte Auge des Shibas und es kommen die sogenannten elf Rudra-Strahlen heraus oder die elf Indigo-Strahlen die dann für die Auflösung der Materie zuständig sind und die kommen jetzt in Form der Indigo-Kinder da herunter wenn das Magnetfeld der Erde jetzt umbohlt das passiert im Wassermann-Zeitalter bohlt das Erdmagnetfeld um dann wird das Erdmagnetfeld erst einmal auf null runter gehen und dann kommt die volle Strahlungsbreite von der Sonne herunter auf der einen Seite die Kristallenergie des gelb-grünen Strahls die sich in vier Christus-Energien manifestiert und auf der anderen Seite die fünf Indigo-Strahlen der fünf violetten Anteile und diese werden als sehr große Auflösungs-Energie da manifestiert Indigo-Kinder sind transmateriell die können durch die Wende gehen Materie entzünden auflösen als mögliche anstellen und haben ein emotionales Problem weil sie emotional nicht eingekoppelt sind sie müssen emotional verwurzelt werden und daher ist eben eine gewisse ja ein bisschen Wasser tut der Sache ganz gut bei uns ist das halt so dargestellt ist halt sehr negativ auch in die Geschichte eingegangen nicht ohne Grund denn die Transformations-Energie der Indigo-Strahlen ist gefürchtet weil jeder der im Ego ist der fällt dem zum Opfer und da ist keine Emotionalität drinnen das wird emotionslos durchgezogen da geht es um Genozid-Geschichten und solche Sachen ja aber eben aus einem anderen Hintergrund heraus die der Herr nicht ohne Grund bei uns gefürchtet von Eliphas Levi so dargestellt mit verschiedenen Symbolen die Flamme des Prometheus wie sie heute von den Rockefellers vererbt Ziegenbock der da eine große Rolle spielt der Hermes-Stab bock-physische Energie und dann steht da Sulf und Coagula das heißt Auflösung der Strukturen Coagula Materialisation der Strukturen des Körpers die weibliche Gegenenergie oder Betriebsenergie dieser nennt man auch Prima Mater oder die erste Mutter oder anders formuliert Prima Materia die Ur-Materie die uns als spirituellem Wesen zum ersten Mal einen Körper zur Verfügung stellt und zwar in Form von sieben Gewändern das ist unser materieller Körper in sieben Chakren das wird uns von der ersten Mutter gegeben und das ist die Prima Mater die viele Namen hat bei uns meistens als Maria und ähnliches dargestellt in der indischen Kultur als Durga Shakti die Gemahlin des Shivas Durga Shakti kommt zum Beispiel das deutsche Wort Arg oder Erga her oder auch Zorn und die Durga Shakti ist die strenge Frau die die Aufgabe hat uns die wir zum ersten Mal in der Fragestellung sind eine gewisse Integration zur spirituellen Familie zu bekommen zu erziehen es ist eine Art Kindergarten-Tante im weitesten Sinn für uns die halt dann entsprechende Maßnahmen ergreift wenn es nicht ganz sanft abgeht in dem Kindergarten werden da halt oft andere Methoden aufgezogen wie zum Beispiel eben jetzt die Naturkatastrophe und ähnliche Dinge die darauf hinauslaufen dass das Ganze halt auch jetzt in die Gänge kommt die hat Waffen symbolische Waffen die wichtigste davon sind die drei Pfeile mit dem Bogen das nennt man auch die Pfeile der Dana und das ist das Gegenstück zu den drei Zacken des Shivas des drei Zacks das ist das weibliche Gegenstück und eine andere Waffe die sehr wichtig ist ist auch das Schwert mit dem das etwas zu tun hat das ist übrigens das Energie-Symbol der Durga-Shakti orange Farbe hat etwas damit zu tun dass orange die Farbe für die Reinigung des Sakralchakras ist ja unten ist rot dann ist orange im Chakrasystem und die sakrale Energie wird durch die orange Farbe in gewisser Weise gereinigt da geht es um die Erlösung der sexuellen Energie auch und das Symbol selber ist das sogenannte Pascal'sche Dreieck das dann in der Mathematik eine sehr wichtige Rolle spielt es gibt verschiedene im Prinzip Ausläuferformen die damit zu tun haben das ist die Lilith aus der sumerischen Kultur die im Prinzip die vielleicht engste und direkteste Darstellung des Eva-Themas schlechthin ist wo eigentlich der ganze Fall der Polarisierung in Männchen und Weibchen da auch vor sich gegangen ist aber auch andere Formen wie zum Beispiel die berühmte Hekate aus der griechischen Tradition hier mit Freimaurerklägen dargestellt dargestellt die blaue Göttin mit dem dunklen Mantel Mutter Maria wird mit dem blauen Mantel und Sternen immer dargestellt nicht die dreifache Göttin auch bekannt unter dem Namen Trinity so in der Matrix auch aktiv als Beigesellte des Neo und die Trinity oder in dem Film das Vermächtnis der Templer wo der Schatz unter der Trinity Church an der Wall Street gefunden wird zum Beispiel oder Verkörperungen der Artemis und Diana mit dem Bogen und dem Pfeil was dann zur Frage der Dana führt oder Diana im englischen Königshaus die natürlich selbstverständlich damit etwas zu tun hat und in der Wortwurzel Dan sich dann auch Deneb das Sternensystem der Logistik des Kopfes des Schwanes widerspiegelt von wo ja eigentlich die Dana oder Diana herkommen ja das alles sind verschiedene Formen dieser Muttergöttin die Ägypter haben sie als Isis dargestellt auch das ist die Göttin der Erneuerung die da unten aus dem Kern heraus kommt ja und das ist das Zeichen der Isis weil wenn man die zwei S und die zwei I einmal auseinander tut dann kann man da Isis damit schreiben ja also mit anderen Worten ist der Dollar die umgekehrte Funktion der Isis wo die Isis zusammengeschrumpft ist auf einen Kern der sich über die hinter dem Dollar verbergende Konzentration des Goldes darstellt ja und wenn die Isis dann sozusagen zum Leben erwacht dann ist der Dollar Futsch ja wobei das Spiegelwort der Isis natürlich dann Sisi ist was mit der Ermordung der Sisi im Habsburger Haus dann was zu tun hat die natürlich selbstverständlich freimaurerischen Kreisen zum Opfer gefallen ist weil sie zu einer Zeit bereits diese Energie propagiert hat wo das eigentlich noch gar nicht zulässig ist vor dem Programm mit einer Feile ist sie dann ermordet worden ja das ist auch das ist auch wichtig weil mit Feilen tut man sich die Fingernägel zufeilen und das hängt mit der Kralle das Löwen zusammen und so weiter sehr viel mehr Magie und Ritualistik in der ganzen Geschichte das ist die Isis der Gegenpol was du gesagt hast ist die Isis die Isi Hathor ist das jetzt eine neue die Hathor ist nicht der Gegenpol die Hathor fungiert als Priester in der Isis die Isis hat ihren Sitz auf Sirius Sternensystem und gilt als die Mutter des Sonnensystems währenddessen das Orionische Sternensystem die Gasnebel des Orion als Vater System für unser Sonnensystem fungieren aus dem Orion kommt der Vater für die Sonne und aus dem Sirius System kommt die Mutter für die Sonne dort ist der Vater und die Mutter von Christus ursprünglich verankert die Venus in unserem System ist eine Außenposten Funktion die als Priesterin und als Orakel für das syrianische System arbeitet und das ist der Sitz der Hathor die Hathor hat die Aufgabe die Emotionalität der Gesellschaft zu heilen und deswegen wird sie als Kuhgöttin dargestellt weil wenn der Shiva auf dem Stier hinten drauf sitzt dann wird der Stier belastet und geht in die Knie und das ist gleich bedeutet mit einer emotionalen Verkrüppelung der Gesellschaft weil die vier Beine des Stiers in gewisser Weise auch dafür stehen und die Hathor die Kuhgöttin ist die Beigesellte oder Betriebsenergie des Stieres die diese emotionale Verkrüppelung wieder heilt und deswegen kommen die Hathoren von der Venus und auch die Kuh kommt von der Venus mit der Maria Magdalena auch was zu tun ja selbstverständlich ja die Maria Magdalena ist ja nichts anderes als eine einen weitesten Sinnerweiterung des Isis-Strahls kommt aus Ägypten ja und hatte die Aufgabe das Gleichgewicht der Kräfte im Hause David herzustellen ja über über das Hause Benjamin die Benjamiter sind aber auch gleichzeitig der Stein des Anstoßes ja weil eben das mit der Isis zu tun hat und dadurch dass die Benjamiter als der 12. Stamm Israels mit der Maria Magdalena das Gleichgewicht hereingeführt haben sprengen sie die Bruderschaft deswegen sind sie der Stein des Anstoßes im salomonischen Tempelbau was hat das mit der Hathor zu tun? ja die Hathor ist die Priesterin der Isis ja das ist sozusagen die Funktion hat sie ist auch ein Trägerstrahl es gibt immer eine Aufgabe und einen Inhalt und es gibt einen Träger praktisches Beispiel nehmen wir mal einen Lastwagen der von der Spedition XY kommt transportiert Güter die die Dinge die transportiert werden sind das eigentliche Moment um das es geht aber der Träger ist das Fahrzeug von der Spedition XY das diese Energie also diese Wagen von einem Ort A zum Ort B bringt und genauso fungiert die Isis als das inhaltsträchtige Prinzip worum es eigentlich geht aber der Träger davon ist die Hathor die das herein bringt ja genauso ist es auch in der Hochfrequenz Technik für jede bestimmte Typologie gibt es einen Träger zum Beispiel Polizeifunk hat eine eigene Trägerfrequenz Flugfunk hat eine andere Trägerfrequenz Radiosendungen haben wieder andere Trägerfrequenzen in einem bestimmten Band und das sind die Träger die die Absicht bekunden worum es geht aber die Radiosendung selber ist ja das eigene Thema ich will mir ja nicht den Träger anschauen sondern die Radiosendung oder den Polizeifunk ja man sieht das hier auch sehr schön dargestellt die Isis sitzt auf der Bundeslade dort drauf die Bundeslade stellt das Samenpotenzial der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft dar das sind wir und wenn die Isis den Schleier lüftet heißt das dass ihr Mann sie begattet und an dem Punkt werden diese Samen fruchtbar im Leib der Isis und es beginnt eine neue Genesis und zu diesem Zeitpunkt fliegen diese beiden Cherubinengel die da unten dieses Bundeslade Potenzial bewachen auch weg oder sie werden aktiviert und das geht aber nur wenn im Hintergrund der Mann in gewisser Weise der Isis als Trägerfunktion des Solaren Lagos irgendwie da in Erscheinung tritt besser gesagt der Sonne das ist eigentlich dann die Energie des Sonnes die dort aktiviert wird weil die Frage wie sich der Mann von dem unterscheidet also der Vater von Sonne um die geht es ja eigentlich dort das ist auf jeden Fall die Christusenergie die als grüne Matrix da herunter kommt und sich da im Schoß der Isis zu manifestieren beginnt im Graal ja wie gesagt das sind die vier Kernenergien die das tragen die alte Energie war die Energie des Seed und der Nephtois die neue Energie ist die Energie der Isis und des Osiris ja und die Maria Magdalena ist die sozusagen jetzt historische Figur als stellvertretende Funktion für die Isis die das übernommen hat ja und zwar als Ehefrau von Jesus Christus das ist der springende Punkt ja sie war die Ehefrau von Jesus Christus und das hat natürlich die Bruderschaft der Apostel rund um Jesus Christus versucht solange zu verhängen solange es geht aber jetzt geht es eben nicht mehr und jetzt bricht es auf ja und das tagiert natürlich in zentraler Ebene das Zölibat der Priesterschaft das ja zwangsläufig dann in die Ecke der warmen Brüder rücken musste weil ja weit und breit keine Frau in Sicht war also die Frage wie geht der Priester mit seiner Sexualität um kommt jetzt auf den Punkt und es kommt zum Fall des Zölibats es wird zum Fall kommen der einzige der das überlebt ist der Hermes Trismegistus weil er aus dem Herz heraus Priester ist er ist aus dem Herz heraus natürlich dazu veranlagt den Zölibatären Gedanken in der innersten Kernenergie des Baumeisters der Welten zu tragen nur ihr seht wird das überlegen aber der Rest der Priesterschaft kommt jetzt in ärgste Bedrängnis und das Zölibat muss fallen wird auch fallen Tja womit wir natürlich bei diesem Thema sind denn mit der Verfolgung der Templer die ja mit der Maria Magdalena in Südfrankreich gewirkt haben das ist ja der Punkt die Maria Magdalena in Südfrankreich gewandert und hat ja zusammen mit den Templern die Familienstruktur der Nachkommen von Jesus Christus weiter sozusagen verfolgt wurde natürlich auch die Inquisition erstellt gar keine Frage ja es ging also nach der Vernichtung der Templer zentral auch um die Frage der Frau am Christentum und durch die durch das Schreiben des Hexenhammers das war eines der ersten Werke der dann verfasst worden ist kam es dann zur extremen Verfolgung der Frau durch die Inquisition und damit war das Thema vom Tisch hat man gedacht aber da hat man sich ganz gewaltig getäuscht weil natürlich dadurch das Rachepotential der weiblichen Achse im Kalistrahl immer stärker angewachsen ist und das bleibt nicht das wird nicht vergessen sondern das wird in einem morphogenetischen Feld abgespeichert weil auf einer höherdimensionalen Ebene dann noch ganz andere Archetypen im Hintergrund bewusstseinsmäßig wirken und das ultimative Feld in dem alles was der Frau angetan wird einmündet ist das sogenannte Kalistrahl oder die Rache Göttin siebenfach ist die Rache der Frau heißt es dann auch in der Bibel nachdem der Kain und der Abel da ihren Bruder Zwist gehabt haben wird genau das heranführen und der Sitz der Kalis in Südamerika die südamerikanische Frau ist im Prinzip die Verkörperung des Kalistrahls für die Erlösung dieser Ungerechtigkeit die er diesbezüglich auch angetan wurde und von Südamerika heraus wird auch die Energie in Ägypten der ISIS gespeist und dann kommt das eigentlich und eine sehr nette Vertreterin dieses Genres ist natürlich die Kondolina Rice die als Außenministerin des amerikanischen Imperiums den Falken unterstützt das sind ja die Falken heißen die ja auch von der Bush-Dynastie wobei natürlich der Bush mit dem Adler gegen die Schlange kämpft nicht? und das ist ja der heilige Geord mit der Lanze der heißt ja schon so Geord der Lanzenstoße George Bush wusste man eigentlich mit Rottenberg schreiben ne? aber Südamerika ist ja wieder der Kondor also diese Herzenergie und ähm na, nicht wirklich Südamerika hängt eigentlich mit dem Löwen zusammen ja ja weil der Strahl des Löwen ist in Südamerika nur nicht ausgeprägt und findet dort seinen Niederhalt oder Widerhalt im Jaguar das ist der Träger des Regengottes der Jaguar Gott ist ja auch bei den Mayas der Regengott gewesen was wieder mit dem Zeus identisch ist und der Jaguar oder auch der Leopard im weitesten Sinn ist die schnellste oder am weitesten entwickelte Energie des Katzenstrahles und der ist immer mit der Mutter zusammen die Mutter in Indien reitet heute noch auf einen Löwen oder auf einen auf einen Tiger ja die Durga-Schacht die sitzt am Tiger um und die subtilste Energie dieses Strahles die ist der Jaguar das ist die sechstimensionale Ebene nur äh der Löwe kann sich in Südamerika nicht etablieren können solange die Befreiung des Sohnes als afrikanischer Kontinent nicht vorangeschritten ist und deswegen wirkt er in Afrika er wirkt in Afrika und jagt den ein Stier im Sinne der dort vorhandenen Rinder und so weiter die da laufen da gibt es die Bluse und die Kanzellen und das alles und das wird vom Löwen solange gejagt bis das Ego des Sohnes und der Stier steht einmal für Afrika weshalb ja auf dem Gehörn von dem Stier da hinten oben die Europa sitzt Europa ist ja oberhalb vom Stier als zentrale Matrix was dann wieder zum Zeus zurückführt auf einer anderen Ebene aber so ist es eigentlich Südamerika steht für den Löwen der aber jetzt noch nicht manifest ist solange sich dieses Schicksal von Afrika auch nicht erfüllt hat was natürlich mit dem Stier zu tun hat ja hier haben wir und der Condor der steht für Nordamerika der steht eigentlich für den Nordamerikaner der Adler steht für den ja der Adler aber alle Formen eigentlich im weitesten sind die mit dem Vogel etwas zu tun haben sind ursächlich mit der Nordamerikanischen Kontinent vergriffen nicht mit Südamerika das sind nur Ausläufer aber der eigentliche Zentralbereich des Adlers ist Nordamerikaner ja aber der Kunde ist ja der wirkt dort auch weil es eine natürliche Achse zwischen dem Löwen und dem Adler auch gibt und da gibt es verschiedene Erweiterungsformen die dort auch hineinwirken das ist schon richtig weil die zwei sind miteinander verknüpft ebenso wie Schlange und Stier eine Verbindung miteinander haben wobei die Schlange mit dem Drachen der zentralasiatische Bereich ist und der Stier dann für Afrika steht das ist der siebente Kopf des siebenköpfigen Drachen ja sieben Köpfe hat der Drache zwar sein Abklang der eine ist Grönland und der andere ist England ja Grönland und England sind die beiden Strahlen das sind zwei Köpfe die sind bereits gefallen und seit dieser Zeit hat dieser Drache nur mehr fünf Köpfe und vier werden von diesem noch abgeschlagen und der letzte Kopf bleibt über das ist der indische Subkontinent der dem Vaterstrahl entspricht weshalb man auch sagt dass die Wiege der göttlichen Vaterschaft in Indien liegt aber das ist ein Kapitel das führt dann noch wo ganz woanders das hängt dann mit der indiergemeinischen Völkerwanderung zusammen der Mann hat das jetzt in Bewegung gebracht auf der Vordergründig Ebene der hat nämlich zwei Romane geschrieben und heißt Dan Brown verdächtig nahe wieder beim Hitler irgendwo weil da geht es auch um Brown die braune Energie ja auf jeden Fall der hat zwei Bücher geschrieben das eine Buch heisst Illuminati und das andere Buch heisst Sacrileg im englischen der Da Vinci Code wurde das Sacrileg allein in deutschsprachigen 22 Millionen Mal verkauft auch von der Bestseller und von der Kirche natürlich auf den Index gestellt weil in diesem Buch das Opus Dei angegriffen wird als eine Mörderbande die es darauf abgesehen hat die Geheimnisse der Maria Magdalena die Dokumente die sicherstellen dass es diese Beziehung zwischen Maria Magdalena und Jesus Christus gegeben hat unter Kontrolle zu bringen und Anna von Opus Dei tritt halt nur das dann höre darauf Vorläuferbuch war allerdings Illuminati eine interessante Geschichte wo es um die Papstwahl geht und zur Zeit des Konklares von CERN aus das ist die große Kernforschungsanlage und auch von Genf wo Anti-Materie hergestellt wird jemand einen Anti-Materiebehälter stiehlt und unterhalb vom Vatikan am Petersplatz in der Gruft von Petrus versteckt was natürlich symbolisch ist denn die Anti-Materie steht natürlich für den Anti-Christen der den materiellen Verkörperungsbereich der Christus-Energie auflöst indem er halt dort eine Art und Art platzend in die Luft sprengen will auch eine Verwegnahme dieses Ereignisses das dort unter Umständen stattfinden könnte in einer anderen Form allerdings aber das wird dann sehr interessant entwickelt weil die vier zentralen Anwärter auf die Papstschaft dann dort gar nicht auftauchen weil das sind vier Kardinäle die dann entführt werden die stehen natürlich für die vier Phasen des Christus-Bewusstseins und werden dann in dem Roman an vier verschiedenen Kultplätzen das ist ein Rituell in Rom ermordet alle Nacht da rein und der hat es schon ganz gewaltig entsichtlich denn am Ende stellt sich noch heraus dass der Papst ein Kind hat und dieses Kind die Interimsfigur darstellt die die Geschäfte führt solange der alte Papst tot ist und der neue noch nicht durch das Konklare gewählt ist ganz eine interessante spannende Geschichte das muss man unbedingt lesen da werden viele Dinge aufgerührt das wird jetzt verfilmt und kommt sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren in die Kinos und wird nachher erst so richtig in der Bomben einschlagen das ist ein großes Problem für die Kirche die beiden Bücher wurden auf den Index gestellt ebenso wie der Harry Potter der natürlich auch auf den Index gestellt wurde weil es ja dort auch um den Antichristen geht der sich in der Figur des Voldemorts als nicht manifestierter ätherisches Wesen letztlich im vierten Band dann über das Blut des Harry Potter herunter materialisiert und in Erscheinung tritt also die Materialisation des Antichristen ist das Thema des Harry Potter und der erste Teil ist ja noch durchaus nett der zweite geht auch noch einigermaßen aber nachher rutscht das ziemlich ins Negative ab und der vierte Teil ist ja dann nur mehr negativ bis in die Fugen und ja, was zu einer heftigen Reaktion der katholischen und auch der evangelischen Kirche geführt hat dass einer dieser Bände von einem Pfarrer von der Kanzel geworfen wurde der hat das auseinandergerissen und als Werk des Satans bezeichnet und dann von der Kanzel die einzelnen Blätter runtersegeln lassen also soweit geht das jetzt schon mit dem Harry Potter ja, ist ja ein Kapitel für sich ja, es ist ja kein Wunder, dass der Spiegel dieses Thema dann aufgreifen musste aufgrund dieser Popularität dieses, wie soll ich sagen von Artikels dieses Buches und der hat dann eben einen Leitartikel daraus gemacht Mythos heilige Qual die Legende und Jesus Christus, Maria Martina und die Temptorita Tja, und da geht es natürlich in dem Roman auch um ein Bild von Leonardo da Vinci das normalerweise als das Abendmahl dargestellt ist und hier Jesus Christus mit dem Zwölfer Post um zu sehen sind und der Dan Brown stellt aber da die freche Behauptung auf dass diese Person hier nicht der heilige Johannes ist sondern eben die Maria Martina und ehrlich gesagt schaut das aber noch aus das kann man jetzt drehen und wenden wie man will ja, aber es ist ganz offensichtlich dass das eine Frauengesicht ist und der Leonardo hat sich in Anatomie sicher genug ausgekannt um zu wissen wie man eine Frauengesicht von einer Männergesicht unterscheidet dieses Bild war der Stein des Anstoßes für die katholische Kirche und ist über die letzten Jahrhunderte ständig umgemalt und restauriert worden damit da nicht zu viel darüber spekuliert wird und auch der Zusammenhang dass diese Figur als der heilige Johannes dargestellt wird hat natürlich Zusammenhänge weil ja der Johannes im Prinzip mit der Zeugungsenergie in Verbindung zu bringen ist und als solcher in einem sehr starken Naheverhältnis zu Maria Magdalena steht und in gewisser Weise da ein kleines Fenster aufgeht wo man sich ein bisschen spürermäßig bewegen kann das gut zu interpretieren dass das halt nicht in Maria Magdalena ist was aber dagegen spricht ist dass sie ein blaues Unterkleid und ein rotes Übergleid hat und Jesus Christus ein rotes Unterkleid und ein blaues Übergleid und das ist komplementär zueinander und ist praktisch spiegelbildlich durch dargestellt außerdem hält der Petrus der da mit dem Bart deutlich erkennbar ist die Hand, seine linke Hand so an den Hals der Maria Magdalena was nichts Gutes verheißt denn das heißt so viel wie ja und hinten kommt auch eine unbekannte Hand heraus zwischen den Jüngern die einen Dolch in der Hand hält und es ist schon sehr viel darüber spekuliert worden zu wem der Dolch wohl gehört ob das nicht irgendwie die Hand von Petrus sein könnte der ja auch geschichtlich gesehen mit dem Paulus zusammen als Frauenhasser eingegangen ist in die Geschichte das hat man ja vergessen das ist nicht ohne Frau ja was dann zu der Frage führt hat es eine Beziehung zwischen den beiden gegeben da gibt es jetzt wieder eigene Leute die Bücher geschrieben haben unter anderem der von den Stuarts beauftragte Lawrence Gardiner der auch in der Ritterschaft des Saint Germain eingeweiht gewesen ist und ist und nun offensichtlich die Aufgabe hat die Stammbäume rund um dieses Thema Maria Magdalena und Jesus Christus näher aufzuholen was mich noch interessiert ist aber das passt jetzt eigentlich gar nicht so dazu aber wie du das siehst mit es geht ja um die vier Strahlen unseren Christlichen hören wir ja nichts von der Kirche her also ich habe zumindest noch nichts gehört ja bedauerlicherweise von vier Strahlen aber man hört von dieser heiligen Reinigkeit also wie kann man das verkaufen ja grundsätzlich ist es so dass die Basis beginnt mit der Polarität dann kommt die Trinität und dann kommt die Quadropolität im Sinne der vier Strahlen und weil ein Großteil der Bevölkerung mit der Trinität noch nicht einmal irgendwie besser gehört hat wird dieses Thema der Vierer Energien überhaupt gar nicht tangiert weil die Leute erst einmal mit dem Trinitätsgedanken vertraut werden müssen und dann kommt erst der Vierer Strahl und wenn man diese Ebene gemeistert hat dann kommt auch der Strahl der ja noch komplizierter ist und dann kommt der Zwölfer Strahl und dann ist man erst einmal in der Christusmatrix verankert wenn man alle zwölf Strahlen des Christusbewusstseins mit dem Familiengefüge der Eltern und Strahlen auch integriert hat das heißt das ist ja ein sehr weiter Schritt und die der Großteil der Bevölkerung die 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 kommen mit der Trinität noch nicht klar die ganze Entwicklung des Planeten ist ja noch gar nicht einmal so weit de facto hat die technische Revolution des Planeten mit der Erforschung des Feuers begonnen das war zentrale Erfindung der Dampfkessel von James Watt von England der einfach ein Kessel mit Wasser voll gefüllt hat und dann unten Feuer gemacht hat um das anzuheizen und den Druck dann ausgenutzt hat um dann die erste Dampflokomotive zu entwickeln so hat das angefangen also Wärmeenergie in der Nutzung dann kam Wärmeenergie als Explosionsmotor über Brennstoffe das haben wir heute noch wir sitzen immer noch in der dritten Energie ja die vierte Energie die sogenannte Quantenenergie der Resonanz die haben wir ja noch gar nicht verstanden wir haben überhaupt keine Ahnung das wäre die freie Energie Atmung mit der vierten Energie atmen wir der Körper wird er nicht durch Verbrennungsstoffe allein aufrechterhalten indem wir Fette essen ja sondern indem wir diese Fette verbrennen durch den Sauerstoff nicht so diese Ebene der freien Energie die dann mit der Atmung und dem Pranischen sehr viel zu tun hat und dann aber auch mit der Lichtnahrung im höheren Sinne das wir sind noch gar nicht so weit wir sind nicht so weit wir schlagen uns noch auf der untersten Ebene der Trinität herum auch das Licht ist erst so weit erforscht dass Sie jetzt angekommen sind beim Laser wir haben jetzt angefangen die letzte Ebene des Lichtes zu durchdringen indem wir realisieren dass das Licht in der Lage ist Daten zu transportieren Informationen das ist nicht nur gelb, grün, rot und blau als Trägerenergie sondern da sind Datenströme dringend da sind Informationen dringend und jetzt ist das Ende des Feuerzeitalters erreicht und jetzt kommt das Zeitalter der unsichtbaren Energieresonanzen und jetzt werden die interdimensionalen Tore aufgestoßen und dann kommt die freie Energie als nächstes und mit dieser aber dann auch die Loslösung von der planetaren Ebene im Sinne der Weltraumfahrt weil dann kommt die Überlichtgeschwindigkeit nicht über dem Licht oben drüber stehende Möglichkeit den Raum zu verkrümmen und dann durch die interdimensionalen Stargates durchzugehen die gibt es ja schon das ist ja alles schon da nur wir sehen es nicht wir nehmen es nicht wahr es ist auf einer anderen Ebene so der Trinitätsgedanke ist nach wie vor das zentrale Thema und wenn wir weiter voranschreiten dann wird der Quadropolitätsgedanke der die vierte Energie auch integriert dann zentrales Thema sein aber das hängt von der Entwicklung der Gesellschaft das ganze sagt mich hat bloß interessiert was du die Trinität jetzt erklärst in deinem Sinn bitte erklärst du die genauso wie eine Kirche oder naja Trinität ist ja nicht nur eine Frage der göttlichen Trinität zwischen Vater Mutter und Sohn so muss man es erst einmal sehen wir haben uns jetzt so dargestellt Vater Sohn und Heiliger Geist genau das wollte nicht die Mutter keine Mutter ohne Mutter keinen Sohn bitte da wird immer von der Jungfräulichkeit Maria in Bezug zum Sohn gesprochen ja das ist schon richtig aber das hat etwas damit zu tun dass das Thema des Heiligen Geistes nicht erlöst ist weil der Heilige Geist steht eigentlich für die Tochter die dann hereinkommt als dritte Kraft und stellvertretend momentan für die Mutter steht weil das Thema des Sohnes nicht erlöst ist aber wie gesagt die vierte Energie ist eigentlich der Heilige Geist das ist die vierte Energie nicht die zweite oder die dritte sondern die vierte weil die Mutter als zentrale Figur aus dem Geschehen hinaus geflogen ist und da stimmt das Verhältnis nicht zuerst kommt Vater Mutter und dann kommt Sohn und dann kommt Tochter das sind die vier Familienmitglieder die es da geht das ist ja da der Befreiungsschlag das kommt ja da jetzt über die Tochter herein als die Ehefrau von Jesus Christus in Form der Maria Magdalena die Tochter wird die Maria Magdalena richtig genau wobei sich dann das Verhältnis noch abklären muss dass Jesus Christus ja nicht mit seiner mit seiner Schwester eine Beziehung gehabt hat sondern dass es da noch einmal eine Zwischenebene dazwischen eingezogen gibt dass die zwei miteinander das zweite Liebespaar neben Vater und Mutter sind ja und dass dann in der weiteren Folge noch ein sozusagen drittes Liebespaar existiert was dann auf der fünften Ebene existiert aber dort werden die Probleme dann kompliziert weil dort geht es dann in die Energie des Shivas hinein und dann fängt die Perversion der Problematik auf einer tieferen Ebene an aber ich meine da müsste man jetzt über Strahlen sprechen das können wir gerne morgen machen wir morgen haben eh das Thema aber da Strahlen und da geht es eh um Strahlen das ist das Strahlen Thema das würde jetzt vielleicht an dem Punkt einfach zu weit führen ja auf jeden Fall Jesus und Maria haben sich nach Lawrence Gardiner der dieses Buch geschrieben hat das Vermächtnis des Heiligen Kral wo alle Stammbäume darüber drinnen sind 30 nach Christus verlobt und 32 nach Christus geheiratet und 33 nach Christus kam die erste Tochter zur Welt mit dem Namen Tamar die Dunkelhäutige dann ist es nach jüdischer Tradition so gewesen dass die drei Jahre keinen Kontakt miteinander hatten auf der Intimebene und dann 36 nach Christus ist sie wieder schwanger geworden und dann 37 nach Christus den ersten Sohn Jesus Justus zur Welt gebracht und dann kam die Situation wo es dann im Zuge der Kreuzigungsgeschichte notwendig wurde dass die Maria Magdalena dann nach Frankreich geflüchtet ist und zwar zuerst nach Ägypten und dann über Ägypten nach Südfrankreich wobei das Schiff dann in der Nähe von Marseille an Land gegangen ist und da ist heute noch eine Kirche die heißt Marie de la Mer und da ist die Marienkirche wo diese drei Frauen an Ort gegangen sind die Tochter und so weiter und der Josef von Malmater und der letzte Sohn sie waren dann 43 nach Christus noch einmal schwanger Josephus der ist dann 44 nach Christus in der Provence zur Welt gekommen also südlich Landak heißt er ja und das ist jetzt sehr wichtig weil von dem Sohn dann weitere Blutslinien hervorgegangen sind und diese Stammbäume über diese Blutslinien sind da alle da drinnen und dass die zwei miteinander was gehabt haben verheiratet waren das geht auch aus den Apokryphentexten von Nag Hammadi hervor und zwar insbesondere im Philippus Evangelium da heißt es nämlich und die Gefährtin des Heilands ist Maria Magdalena doch Jesus liebte sie mehr als seine Jünger und küsste sie häufig auf den Mund die restlichen Jünger nahmen Anstoß daran und fragten warum liebst du sie mehr als uns der Heiland antwortet ihnen warum ich euch nicht so liebe wie sie groß ist das Geheimnis der Ehe denn ohne sie würde die Welt nicht existieren die Existenz der Welt hängt von den Menschen ab und die Existenz der Menschen von der Ehe damit eigentlich ziemlich klar ist wie das Beziehungsverhältnis zwischen Maria Magdalena und Jesus Christus ausgeschaut hat und das steht immerhin in den Nag Hammadi Texten und das sind antike Texte die bis auf die Zeit von Jesus Christus zurückgehen zählen zu den ältesten Texten noch älter als die überlieferten Evangelien die heute noch zu diesem Thema existieren und wenn das dort so drin steht dann wird das wohl eine gewisse Relevanz haben also das ist jetzt die Landkarte da von Frankreich von Spanien das ist die spanische Iberische Abysel und da verläuft in etwa der Pyrenäische Gebirgszug der auch den Jakobsweg inne hat und ungefähr in dieser Region von Marseille und dem Gebirgszug da sind die an Land gegangen und die ganze Bewegung der Maria Magdalena hat sich dort ausgebreitet und das hat auch etwas mit den damals angesiedelten Stammeskönigen zu tun die damals direkt in Frankreich regiert haben und zwar wie ich das schon erwähnt habe in der Pause waren das die Sugamba die kommen vom Schwarzen Meer und waren dort als Sküpten bekannt und sind nach der Eroberung von Treue sowohl in Italien als auch in Frankreich einmarschiert und haben dort bis 400 Nachkriegs das Königsgeschlecht bestellt bis zum Genobaut und der Genobaut hat eine Tochter gehabt das war die Prinzessin Agotta und die hat eine Ur-Urenkle vom Jesus dem Zweiten mit Namen Faramund geheiratet und so kam es dass die Familie von Jesus und Maria Magdalena in die Königslinien von Frankreich eingeheiratet hat aus der Verbindung zwischen der Prinzessin Agotta und dem Faramund sind weitere Königsgeschlechter entstanden die man dann als die Fischer Könige bezeichnet hat und der Name kam dann vom zweiten also vom Enkel vom Faramund der den Namen Mero wegbekommen hat und daraus ist abgeleitet dass die Fischer seit dieser Zeit die Merovinger heißen ja die Merovinger Dynastie ist in gewisser Weise die blutsverwandte Linie der Königsgeschlechter in Frankreich aus der Linie von Jesus Christus und Maria Magdalena und jetzt war natürlich klar nachdem sich das jetzt auch in gewisser Weise machtpolitisch ausgebreitet hat in Frankreich dass das zur Folge hatte dass die katholische Kirche jetzt ein Problem hat weil auf der anderen Seite ist es so gewesen dass die Apostelrunde sich unabhängig von der Familiengeschichte Maria Magdalenas über Rom mit dem Kaiser Konstantin arrangiert hat und der Kaiser Konstantin ihnen die Möglichkeit gab zur Staatsreligion erhoben zu werden und dann in Rom die zentrale Schnittstelle für das Imperium der 12 Apostel errichtet worden ist mit der Betoslinie und die aber die Geschichte vertreten haben und das ist jetzt Dogma der katholischen Kirche dass Jesus Christus am Kreuzer gestorben ist und in den Himmel aufgefahren und 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 von irgendeiner Familie und Kindern ist da nicht die Rede im Gegenteil das Zölibat ist die oberste Doktrin der katholischen Kirche und jetzt kommt da von der französischen Seite ein Adelsgeschlecht herbei das sich dann immer weiter ausbreitet dass die direkte Blutsnachfolge in der Linie ist das das ist zum unabdingbaren Problem geworden ist ganz klar also ist man zur Tat geschritten und hat dann 679 nach Christus den Tagobert den Zweiten um die Ecke gebracht durch eine rituelle Ermorgung mit einem Stich da oben ins Koninschaft hinein und dann ist die Merovinger Linie von Frankreich demontiert worden und anstelle dessen trat das Karolinger Geschlecht dessen wichtigster Vertreter mit 800 nach Christus der Kaiser Karl ist der aber nach den Forschungen von Heribert Illig der ein Mittelalter Spezialist ist und wie ihr wisst eine Erfindung war der war eine Erfindung und das ist natürlich jetzt wieder ganz besonders interessant auf das komme ich dann gleich zu sprechen was es mit dem nämlich auf sich hat und wieso überhaupt das Karolinger Geschlecht offensichtlich zu diesem Zeitpunkt dort in Szene gesetzt hat also wir haben heute die Landkarte früher einmal so ausgeschaut da und da hat es zwischen diesem Kernbereich von Narbon runter da wo also die Merovinger auch sehr stark eine zentrale Schnittstelle gehabt haben und dann später die Alvingenser Bewegung und alle anderen Bewegungen dort auch auf dem aufgebaut haben ein Gänzgebiet gegeben und das war Lothringen das Haus Lothringen und Burgund und die Lothringer haben selbstverständlich in die Königsgeschlechter der Merovinger eingeheiratet und aus diesem Grunde waren sie blutsverwandt mit den Merovingern und nachdem die Habsburger dann später in das Haus Lothringen eingeheiratet haben ist es natürlich klar dass auch die Habsburger in einer gewissen Weise blutsverwandt mit der Linie der Maria Magdalena und Jesus Christus sind zwar nicht in einer Hauptlinie aber immerhin in einer Nebenlinie und das ist wieder der Grund wieso in Österreich die Politik der Habsburger die des Einheiratens insbesondere Weise war und da heißt er heute noch und du glückliches Österreich heirate ja was natürlich auf die Ideologie der Maria Magdalena zurückgeht und das ist auch der Grund warum der Speer des Schicksals heute noch in Wien liegt weil das ja der der Durchstoß also der Schwert also der der Lanzenstoß in die Seite von Jesus Christus gewesen ist der ja diesbezüglich dann auch in einem diametralen Verhältnis zur Familie von Jesus Christus steht und die Habsburger hat natürlich immer großes Interesse daran gehabt diesen Speer im Besitz zu haben damit er sozusagen nicht seine Kraft entfalten kann in der Wirklichkeit und dem Christusbewusstsein schadet und immer dann wenn es aber zum Krieg gekommen ist ist der praktisch gestohlen ja das ist der Scherl von Dagobert den zweiten das sieht man auch da oben den Schnitter und der wird heute immer noch von der Priore des Sion in einem Kralsgefäß aufbewahrt als Erinnerung daran dass der Zyklus von Leben und Tod eben ineinander übergeht verbunden ist und daher steht für das Leben das Kralsgefäß und für den Tod der Totenschädel was heute in der Summe zwei Bewegungen hervorgebracht hat die als Überbleibsel der Bruderschaft mehr oder weniger sich herauskristallisiert haben das ist die Kralsbewegung um den König Arthus der Round Table und auf der anderen Seite die Skull and Bones Gesellschaft die in Amerika Fuß gefasst hat und eben mit dem Bush-Imperium zu tun hat die Merovinger Könige sind auch mit Schwertgriffen bestattet worden und zwar ohne Klinge weil die Klinge zu diesem Zeitpunkt und auch heute noch immer im Gestein der Logenmauer steckt so wie der König Arthus da sein Schwert erst einmal rausziehen muss ja und erst jetzt der Zeitpunkt kommt dass dieses Schwert aus dieser Mauer herausgezogen wird und das hat natürlich eher ideologische Bedeutung als dass es da um ein handfestes Schwert geht was herausgezogen wird mit der Aktivierung der Klinge des Schwertes sondern der Licht der Lichtsäule dieses Schwertes wird der Hammer des Zeus installiert und die Funktion des Königs des Zeus oder des König Arthus ist die dass er die Energie die jetzt die Logen verkörpert ablöst und das ist die Prometheus-Energie des Feuers und das andere ist die Energie der Kälte das hängt auch mit den Kältern und den Kälten zusammen oder die Kalten die aus dem Norden kamen und das ist das Gegenteil der Prometheus-Energie das ist die Einfrierungs-Energie ja und die freie sogenannte freie Energie ist eine Kältetechnik ja weil wir können nur auf zwei Orten Energie gewinnen entweder indem wir einen Stoff zersetzen und zur Explosion zur Verbrennung bringen oder indem wir einen Stoff abkühlen verdichten und erzeugen die Zukunft des Autofahrens schaut so aus wir fahren mit einem leeren Tank los und nach 800 Kilometer ist der Tank voll und wir müssen was rausnehmen und dann fahren wir wieder mit einem leeren Tank 800 Kilometer weiter und nachher ist er wieder voll und wir müssen wieder was rausnehmen aus dem Tank das kann sich heute keiner vorstellen aber so wird das sein in der Zukunft das ist freie Energie sogenannte freie Energie es hat aber einen Preis weil eben ein Nebenprodukt entsteht übrigens biologische Systeme arbeiten auch so also ein biologisches System arbeitet nach dem Prinzip der freien Energie und der Verdichtungsfaktor ist immer größer als der Entdichtungsfaktor mit dem Ergebnis dass der Preis den wir für das Leben in diesem Zyklus bezahlen das Wachstum des Körpers ist und die Verdichtung des Körpers und an einem bestimmten Punkt erstarrt der Körper als Preis für den Lebenszyklus dieser freien Energie und das Endergebnis ist dass wir diese tote Substanz zurücklassen müssen um das Leben wieder neu beginnen zu können ja so ist das und das ist auch das Wesen der freien Energie ist die Einfrierung des Planeten die Erstarrung des Planeten im Eis und früher hatte der Eismanzer von Norden heruntergereicht bis zu den externen Steinen am Teutelburger Wald und dort ist eigentlich die Irminsul installiert gewesen und das ist das alte Zepter des Zeus die Irminsul ja das ist die eigentlich die Blitzwaffe des Zeus und da kommt auch das Wort Teutoburg heraus weil das hat nämlich früher Teus geheißen und geht auf die alte griechische Wurzel Zeus zurück Deutschland heißt eigentlich Zeusland Ja Zeusland heißt es eigentlich und da ist die zentrale Matrix bei den externen Steinen installiert gewesen und die wurde jetzt wieder neu installiert vom Josef Neumann der heißt das schon so Josef Neumann hat auf geheime Weise die Irminsul wieder bei den externen Steinen installiert und in den nächsten Jahrhunderten und Jahrtausenden wird werden die externen Steine wieder an Bedeutung gewinnen aber noch ist es nicht so weit das erste Schwert ist noch nicht heraus aber es wird demnächst demnächst herausgezogen und dann beginnt der Endkampf der König-Athos-Runde gegen die Prometheus-Energie und der Prometheus wird diese Schlacht verlieren das steht schon fest So das ist der Heribert Illig der dieses Buch geschrieben hat das erfundene Mittelalter die größte Zeitfälschung der Geschichte und da geht es darum dass er dort ganz kühl die Behauptung aufsteht der Kaiser Kali ist eine Erfindung des Papiers den hat es gar nie gegeben und er führt das dann in allen möglichen Schattierungen aus warum weshalb wieso und es war bis heute unwidersprechend die Fachwelt hat sich nicht getraut dieses Buch in Frage zu stellen und da es fix und fertig zu machen sondern die mussten mehr oder weniger zugeben dass er recht hat und da stellt sich jetzt die Frage warum ist das so und er geht sogar noch weiter indem er behauptet dass damals im 600 n. nach Christus so viele Dokumente gefälscht worden sind dass man 300 Jahre buchstäblich auf Papier dazu gemogelt hat um eine Legitimation für die Nachfolger des Karolinger Geschlechtes aus der deutschen Dynastienlinie des Ottomanischen Reiches zu generieren dass die auch einen Backgrund haben weil das geht ja nicht dass die praktisch nahtlos da übergehen es gibt keinen Backgrund und den Backgrund den liefern eben die Karolinger aber sie existieren die Faktor nur auf dem Papier und dass das genau zur Schnittstelle des Verschwindens des Mehrrominger Geschlechtes stattgefunden hat das ist natürlich schon hochinteressant weil das ja wieder den Verdacht erhärtet dass es ja eigentlich um etwas ganz anderes gegangen ist nicht einfach nur um reine machtpolitische Spiele sondern um die Tatsache dass die eigentliche Bedrohung aus dem Karol aus dem Mehrrominger Geschlecht von Frankreich ausgegangen ist das ist vermutlich der wahre Hintergrund warum da so viel gemogelt worden ist ja auf jeden Fall dann die Gegenreaktion der damaligen Mehrrominger war natürlich dass die erst einmal untergetaucht sind der Sigismund war der Nachkomme von Dagobert der hat überlebt und auch andere haben überlebt die sind aber untergetaucht und haben dieses Geschlecht weitergeführt das ist dann über Irland nach England auch gekommen ist das ein Übergang von den Templern oder nichts ja die Templer kommen etwas später und es war natürlich klar dass das Mehrrominger Geschlecht danach gebracht hat die Macht in Südfrankreich wieder in irgendeiner Weise in andere Bahnen zu lenken zumal ja dort alle Königshäuser mehr oder weniger damit verbandelt gewesen sind und so kam es dass eine Geheimorganisation gegründet worden ist und das war die Priore de Sion die die Aufgabe hatte dann 1100 nach Christus die Templer ins Leben zu rufen und über die Templer diese Konsolidierung der Energie wieder herbeizuführen und gleichzeitig auch Forschungen in Israel anzustreben und die Dokumente herbeizuschaffen die das alles beweisen und mehr Druck auf die Kirche ausüben zu können und so kam es dann dass dann nachher die Templer diese Dokumente nach Frankreich gebracht haben dort versteckt haben aber die Kirche damit erpresst haben und der Kirche nichts anderes übrig geblieben ist als wieder locker zu machen bis das Ganze wieder eskaliert ist in der zweiten Welle und dann nachher ein Kreuzzug von Gregor V. gemacht worden ist um das Ganze komplett platt zu walzen und diese Schlacht hat dann in Südfrankreich stattgefunden die Endschlacht gegen die Alwin Jenser war dann bei der Schlacht von Mont-Ségur hat es geheißen die Burg war Mont-Ségur in Südfrankreich und da hat es entscheidende Dokumente gegeben die wiederum Hinweise darauf liefern wo die Fundstätten sind für alle anderen Dokumente die dort schon versteckt waren sind die Artefakte und diese Dokumente die sind dort aus der Burg heraus geschmuggelt worden und 20 Kilometer weiter südwestlich in einer kleinen Kirche versteckt worden und das war die Kirche von Rheinlöscher Thau das ist dieser Ort da ein winziges Nest völlig unbedeutend aber da gibt es eine ganz kleine Kirche mit einem Turm Magdala und unter dem Hauptaltar von dieser kleinen Kirche haben die damaligen Nachfolger der Tempelritter und Albin Gänse die zentralen Dokumente versteckt die die ganzen Fundorte belegt haben wo das alles eigentlich lagert ja und das hat dann geruht weil das hat keiner gefunden und das hat dann dauert bis zum 18. Jahrhundert dass der damalige Dorffahrer Umbauarbeiten an der Kirche vorgenommen hat und bei diesen Umbauarbeiten diese Dokumente entdeckt worden sind und dann hat er wieder ein Reigen von Dingen und Ereignissen eingesetzt die ja ganz interessant waren es kamen dann von ganz Europa verschiedene Leute herbei die die ganze Kirche erst einmal umgebaut haben aus der Steinmetztradition und auch lauter Rätsel eingebaut haben die Habsburger haben sich eingeschaltet viele Millionen sind geflossen in alle möglichen Richtungen und die zentralen Dokumente und Artefakte die dort angegeben waren die sind natürlich alle geborgen worden unter anderem gibt es ein Grab hat es ein Grab gegeben in der Nähe dort am Beskadot wo man jetzt nur spekulieren kann wer da in dem Grab wirklich drinnen war die Spekulationen reichen von der Tatsache dass dort die Maria Magdalena begraben war bis zu dem Umstand dass auch das Grab von Jesus Christus dort existiert hat oder eines von beiden jedenfalls und wenn sich natürlich herausstellen sollte dass es einen Leichnam von Jesus Christus in dem Sinne gibt nachher fällt die Kirchendoktrin endgültig in sich zusammen weil dann ist mit der Wiederauferstehung nichts mehr dann ist endgültige Fahnenstange nicht? und das ist natürlich ein Riesenproblem für die katholische Kirche und das hat sich aber bis jetzt noch nicht erhärtet weil die Priorision die Behauptung aufgestellt hat nach Recherchen von anderen Leuten die das Buch geschrieben haben der Heilige Graal und seine Erben auch ein sehr interessantes Buch zum lesen dass diese Dokumente jetzt in der Schweiz in irgendeinem See fliegen und zum geeigneten Zeitpunkt der Öffentlichkeit vorgestellt werden naja auf jeden Fall da bei der Tür da steht gleich einmal der Spruch Locus est terrible dieser Ort ist schrecklich und wenn man dann hineingeht in die Kirche sieht man gleich als erstes einen Teufel mit Weihwasserbecken da drauf und das ist eine ganz mysteriöse Kirche auf jeden Fall der da dieser Abt A.B. Saunière Pérenscher Saunière der hat also diese Dokumente zum ersten Mal wieder unter dem Altar gefunden und rund um ihn herum hat sich dieses Geheimnis von Renly Chateau sozusagen etabliert und dargestellt da sind sehr viele Rätsel auch hinterlassen die Kirche ist auch sehr rätselhaft gebaut der Teufel der da mit dem Weihwasserbecken abgebildet ist der hat so einen Stirnblick und der schaut so auf den Fußboden was in der Mitte des hinteren Bereichs der Kirche zu sehen ist und dort ist ein Quadrat Schachbrett Quadrat mit 64 Feldern drin und von der gegenüberliegenden Seite da ist die Taufe von Jesus Christus mit Johannes dem Teufel dargestellt schaut der Jesus mit dem selben Stirnblick auf dasselbe Quadrat mit den 64 Feldern was in der Mitte dieses Bereiches dargestellt ist Vorne auf dem Altar nein noch was anderes Oberhalb von diesem Teufel da stehen vier Engelsfrauen die das Kreuzzeichen in einer Rumpenstruktur machen jede eine andere Phase und dieselben vier Frauen die tauchen dann auf der diametralen Seite da gegenüber wieder auf und zwar indem diese vier Frauen den heiligen Antonius von Badua tragen und von unten stützen es ist also einmal umgekehrt einmal stützt der Asmodeus Teufel die vier Frauen und einmal stützen die vier Frauen den heiligen Antonius von Badua am Zentralaltar sieht man dort dort Jesus mit einem Kind in der Hand und Maria mit einem Kind in der Hand wobei sich sofort die Frage stellt wieso gibt es da zwei Kinder wer ist überhaupt das zweite Kind nicht die Kirche ist wie gesagt voller Rätsel am Seitenaltar sieht man die Maria Magdalena dargestellt mit einem Christuskreuz in der rechten Hand und in der linken mit einem Balzgefäß zu ihrer oberen im oberen Bereich und zu ihren Füßen einen Totenkopf wo es wieder eine Anspielung auf diese Thematik zwischen Leben und Tod ist und auf der gegenüberlichen Seite der Kirche ist ein Fenster eingearbeitet mit der Jesusfigur die zu Ostern so von der Sonne beleuchtet wird dass dieses Licht die Lichtgestalt von Jesus am Boden erscheint und dann langsam in der Osterzeit bis zu Maria Magdalena hin wandert bis sie dann bei der Auferstehung direkt neben ihm steht und dann er eben verschwindet also wirklich sehr sehr interessant es gibt ja viele Darstellungen der Maria Magdalena eine davon die ist sehr wichtig das ist dass sie meistens nackt nur mit Haaren dargestellt wird das hat verschiedene Gründe weil sie gilt als die Verkörperung der Prima Mater der Materie die in gewisser Weise auch als tote Energie dargestellt wird und die tote Energie die bei uns aus der Körperlichkeit der Biologischen herauskommt das sind da oben die Haare und die Fingernägel das ist die Energie die sowohl mit dem Leben als auch mit dem Tod gleichzeitig in Verbindung steht und dafür steht eigentlich die Materie die materielle Sphäre der Körper und aus dem Grund heraus wird sie auch immer mit diesen Haaren dargestellt sie ist auch die Frau mit der die erste Genesis wieder beginnt weshalb da ein Boot zu sehen ist und mit dieser Genesis beginnt auch wieder der berühmte Turmbau zu Babel ja und da sind wir jetzt in Glästenberg das ist die Parallelgeschichte dazu die genauso wichtig ist weil der Jesus Christus auch einen Bruder gehabt hat und das war der Josef von Arimathea und der verkörpert in einer gewissen Weise das Gegenstück zur Jesusenergie also wenn der Jesus den Lebenskern der Lebensenergie verkörpert dann verkörpert er die Energie der Umwandlung dieser Lebensenergie über den Tod und ist daher zentral mit dem Gral immer verknüpft also mit der weiblichen Energie und in dieser weiblichen Energie wird die Energie des Christusbewusstseins wieder erneuert und das nennt man die Erneuerung des Lebens oder der ewige Strom des Lebens und das heißt da im Sanskrit Amrita der heißt ja auch Josef von Arimathea nicht und in der Wortwurzel spiegelt sich vieles wieder unter anderem auch zum Beispiel Maitrea ja oder Mater-Ei die Mater-Ei auf der einen Seite aber auch Mater-Ei in dem Sinne dass das das Ei der Mutter ist oder die Fruchtbarkeit der Mutter und das alles ist mit dem Josef von Arimathea zentral verknüpft weshalb er zusammen mit der Maria Magdalena nach Südfrankreich begangen ist und von dort aus möglicherweise mit einem Sohn oder einem Nachkommen aus dieser Dynastie auch noch nach England gezogen sicher ist dass er auf jeden Fall schon 63 nach England da in Gleistenberg aufgetaucht ist und damals hat der Pendragon dort regiert das war ein Rat aus fünf weißen Druiden Stämmeshäuptlingen und der hat ihm ein Grundstück gegeben und gesagt ich kann sich da ansiedeln und über die Generationen entstand dann eine Blutslinienverwandtschaft zwischen dem Pendragon und dem Nachkommen von Josef von Arimathea und das sind wieder ganz eigene Blutslinien die auch interessante Personen hervorgebracht haben unter anderem den König Arthus das war ein Ururenkel vom Josef von Arimathea das ist ganz wichtig und der Josef von Arimathea hat sehr intensiv auch in die Pendragon Struktur jetzt politisch hineingewegt über seine Nachkommen weshalb dort die Idee geboren wurde dass man die damaligen Lords die da praktisch als Provincies aktiv gewesen sind an einer Runde zusammengezogen hat in Form von 24 Rittern und eine Tafelrunde installiert hat die in Winchester ihr Domizil hatte das war die alte Hauptstadt von England und dort der zentrale Faden eingezogen worden ist für die Regierungsinstanz von ganz England und erst sehr viel später ist das nach London gekommen früher war die Hauptstadt in Winchester auf jeden Fall da ist der Stammsitz auf dem Hügel da ist dann später auch eine Michaelskirche errichtet worden weil die ortsansässige Bevölkerung der Meinung war dass es da eine Öffnung in die Unterwelt hinunter gibt und das hat natürlich auch wieder was mit dem Graal zu tun denn die Konzeptionsgefäße der Frau die liegen ja im Inneren im Verborgenen da geht es nach innen hinein das ist eine Art Unterwelt Aspekt Energie die sehr wohl etwas mit dem da zu tun hat und weil man eben die Unterwelt auch mit dem Drachen immer in Verbindung gebracht hat deswegen hat man da auch mal eine Michaelskirche hineingebaut die aber immer wieder im Zuge verschiedener Auseinandersetzungen kaputt geschlagen worden ist und das einzige was überblieben worden ist das ist einfach nur noch dieser Turm von der Kirche und das nennt man heute das Glastonbury Tor auf jeden Fall auf jeden Fall soll angeblich auch das Grab vom Josef von Arimathea vom König Arthus dort unmittelbar in Glastonbury in der Kathedrale die dann später erst gebaut worden ist um 800 n. Chr. tatsächlich dort liegen das Grab vom König Arthus Am untersten Teil dieses Hügels auf jeden Fall steht da auch eine Glocke bei der man anläuten kann um Einlass in die Unterwelt zu erlangen also da sieht man es gibt da Artefakte aus der Urchristenzeit und 63. nach Christus war der schon dort diese Symbolik der heiligen Taube mit dem Kral mit den Flügeln ist ganz zentral mit diesem Hügel mit der Gegend von Glastonbury verknüpft man sagt auch dass das früher zur Zeit von Josef von Arimathea Sumpfland gewesen ist wenn man da oben auf dem Tor steht sieht man das auch dass da außen so ein Simms rundherum geht wie ein Gebirgszug und dass das wie eine Suppenschüssel eigentlich ausschaut und wenn das früher Sumpfland gewesen ist dann war das so wie die Nebel von Avalon und man sagt dass das das Zentrum der Nebel von Avalon auch gewesen sein soll wobei der Kamelot wieder relativ frei weg war dann ja, richtig genau naja, dort laufen alle Fäden der Kralsrunde im weitesten Sinn zusammen wir besuchen das wenn wir unsere Englern und Kornkreisreisen machen natürlich fahren wir dort hin ja dieses diesen Dornbusch angeblich war ja ich hab gemeint es war nicht das Bruder von Jesus weil angeblich war er mit Jesus drüben überschattet ja es gibt auch verschiedene Versionen sicher ist dass er drüben geblieben ist und dass er sich dort angesiedelt hat und dass es von ihm Nachkommenslinien gibt auf jeden Fall die ganze Ideologie der König-Arthus-Runde und der Roundtable-Gesellschaft die zentral mit dem Kral immer verknüpftes Ticket auf Glästenberry zurück auf die Wurzel und jetzt ist es natürlich auch so dass da diese Geschichte um die Beziehung zwischen König Arthus und seiner Schwester der Fee Morgana auch auf einen gewissen authentischen Hintergrund zurückgeht denn nachdem was man heute aus den Stammbäumen zumindest was der Lawrence Gardiner da veröffentlicht hat der Merovinger-Dynastie und der Dynastie des Josef von Amadea weiß ist dass der König Arthus ein unmittelbarer Ur-Urenkel von König Arthus äh von Josef von Amadea war und die Fee Morgana über die Ygyrner von Arx das war ihre Mutter aus dem Merovinger-Geschlecht hervorgekommen ist und die Merovinger gehen aber auf Jesus Christus zurück und weil die zwar brüderschaftlich miteinander verwandt waren hat man immer die Auffassung vertreten dass die Fee Morgana und der König Arthus eigentlich geschwisterlich miteinander verwandt sind und diese Beziehung nicht erwünscht war und aus dieser Beziehung aber dann der Mordred hervorgegangen ist der auch als erster Ritter heute noch in der Tafelrunde am obersten auf der obersten Position neben dem König Arthus sitzt sich dann später aber die Schlacht mit seinem Vater geliefert hat und die Dynastie dann zu diesem Zeitpunkt ausgelöscht wurde andere Linien der Merovinger-Geschlechter über den Lancelot und den Gawain sind aber weitergegangen auch in England und haben dann später die High Stewards begründet die heute noch existieren und die direkte Nachkommenslinie aus der Verwandtschaft von Jesus und Maria Magdalena eigentlich sind weshalb die Stewards und die Mary Stewards immer einen Anspruch auf die englische Krone gestellt haben und dieses vom Kontinent her abgelehnt wurde weil da hat es eben zwei verschiedene Königshäuser gegeben die einen waren über Frankreich mit den Stewards verbandelt und die anderen waren über Hannover mit der Kirche verbandelt die Hannoveraner sind ja die Winzer die haben sie ja später noch umbenannt die kommen ja von Hannover und die waren sozusagen mit der römisch-katholischen Kirche im Boot und die anderen waren aber über das Merovinger-Geschlecht mit der Maria Magdalena und der Familie von Jesus Christus im Boot das waren die Stewards und die haben sie natürlich gegenseitig dann dort Saures gegeben was in der Folge immer dazu geführt hat dass das Geschlecht der Stewards den Kürzeren gezogen hat und nach Schottland verdrängt wurde und nur dort in der äußersten Zipfelgegend dort oben im Hochland die Passionen halten konnte aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen dass die Stewards wieder stärker herunterwirken in die englische Krone herein und die Entschärfung dieser Politik dieser Auseinandersetzung wollte man herbeiführen indem man den Prinz Charles der mit dem Winters aus Hannover kommt mit einer Frau aus dem Hause der Stewards verbandelt und das war die Lady D und der Nachkomme von den beiden ist der Prinz William aber nicht der Henry weil der ist nämlich wahrscheinlich der Sohn vom Rittmeister möglicherweise das ist ja der andere ja Verfilmungen zu dem hat es ja viele gegeben auf jeden Fall da ist die Arthusrunde das ist der Original Roundtable der dann später erst bemalt war der war ursprünglich nur aus Holz kommt aber aus dem 13. Jahrhundert und die Tudors die dann später die Amtsgeschäfte dann in England übernommen haben die haben das dann nach ihren Vorstellungen bemalt und da sieht man 24 Ritter das ist direkt in Winchester Castle also wer einmal nach Winchester kommt sollte unbedingt die große Halle der Ritter besuchen weil der Originaltisch vom Roundtable dort immer noch zu sehen ist und dieses Emblem was man da sieht mit dem König Arthus und den 24 Rittern die da drauf sind das ist heute noch immer dasselbe Original Emblem der Roundtable Gesellschaft weltweit in der Mitte ist übrigens eine fünfblättrige Rose einmal in Weiß und einmal in Rot so dass sich ein zehnblättriger Strahl ergibt weil die Zahl 10 für den Gral von großer Bedeutung ist ja das ist jetzt in gewisser Weise die Verbindung wir haben also da von Josef von Almatheer über den Gabran den Schotten über den Edan Meg Gabran deshalb später kam dann den König Arthus das geht von der Linie von Josef von Almatheer heraus und da über den Faramund der ja das Merovinger Geschlecht betrugelt hat und die Yigirne von Arx die die Mutter von der Morgana war und dann nachkommen von Faramund diese Verbindung dass die eigentlich geschwisterlich miteinander verwandt waren aus der Verbindung weil das zwei Brüder waren und aus dieser Verbindung kam dann ein Mordrecht hervor der dann die Dynastie des König Arthus im Prinzip ausgelöscht hat aber andere Linien eben weitergegangen sind wenn man die Jesuslinie über die Faramundlinie der Merovinger einmal weiterverfolgt dann sieht man dass das an einer bestimmten Linie dann über den Lanzelot und den Lionel zum Frohen Nidrus gegangen ist über 602 das war der Graf der Brentania und die weiteren Nachfolger waren dann 1177 Fitz Walter Fizerland das war der erste High-Stewart der aus dieser Linie hervorgegangen ist und alle weiteren Steuarts in der Folge natürlich auch das heißt das sind eigentlich die rechtmäßigen Erben aus dieser Familie ja und daher spielt das sehr wohl eine große Rolle was da an Symbolen rund um die Arthuslegende herumgeistert und alle Figuren seien sie im Barsival beschrieben was von Wolfram von Eschenbach geschrieben wurde oder auch im Le Conte Graal eines der ersten Werke über den Graal alle Figuren haben eine historische Authentizität die sind nicht erfunden es sind keine frei erfundenen Figuren die haben tatsächlich gelebt die meisten von denen auch der Barsival ja alles spielt eine Rolle die Lanze die Tarnkappe die werden wir bald brauchen weil wenn wir da den Chip eingepflanzt kriegen dann müssen wir da eine Tarnkappe schaffen eine Abschirmung die Abschirmungskappe das ist die Tarnkappe die übrigens dann mit der Narnkappe was zu tun hat eine Sperre Schicksal das heißt das Schwert Exkalibur früher hat es geheißen Kalibörn das drückt es besser aus die dunkle Energie brennt oder auch mit der Zeit erfüllt sich das Schicksal und das Schwert steht für die Erfüllung des Schicksals und auch für die große Gerechtigkeit des jüngsten Gerichtes wird auch dargestellt dass die Justitia die Heilige blind ist und in einer Seite hat sie die Waage in der Hand und in der anderen Seite hat sie das Schwert der Gerechtigkeit das hängt natürlich auch damit zusammen weil sich das darüber auch ausdrückt und Exkalibur ist dann der spätere Name der dann daraus entstanden ist das ist das Schloss das Schloss Camelot hängt auch mit dem Sanskritwort Cammala zusammen Cammala die Lotusblume aus der heraus die Seerose aus der heraus sich die größte Kraft der Erneuerung etabliert wo es natürlich dann mit dem grünen Schloss etwas zu tun hat und auch mit der Basilika das Heilige Basilikum von der Hildegard von Bingen ist ja die zentrale Matrix des grünen Waldes die ja in Indien heute noch die Göttin des Waldes heißt Vrinda Devi heißt die Göttin des Waldes und die wird als Dulasipflanze was eine Verwandte des Basilikums sie ist heute noch in Indien verehrt und über die Dulasipflanze oder das Heilige Basilikum öffnet sich das Herz Chakra das ist ganz wichtig und das ist der wahre Tempel der inneren Wirklichkeit der mit dem Tempel der äußeren Wirklichkeit der Basilikas die die Christen ja gebaut haben zur Erlösung der Welt natürlich synchron läuft und das hat was mit dem grünen Schloss oder dem sogenannten Gralsschloss dann auch zu tun ja die Ritterschaft natürlich und so weiter das sind alles lauter Symbole die da auch alle spielen also im Grunde könnte man sagen dass die Erben der Bruderschaft diese zwei Organisationen sind die eine stehen für die Verkörperung des Todes und die anderen stehen für die Verkörperung des Lebens und die beiden bilden die Achse zwischen Tod und Leben das wandert aus und hin und her das eine ist das Skull and Bones Orden und das andere ist die Raumteber Gesellschaft und diese ist heute noch ohne den König der ist jetzt noch nicht manifest weil noch immer in der Mauer der Loge das Excaliborschwert drin steckt und nur der rechtmäßige König der von Merlin aber bereits ausgesucht ist und der auch mit der Fähigkeit geboren wurde das Schwert herauszuziehen wird die Arthusrunde aktivieren nur der rechtmäßige König ist dazu in der Rolle und um das geht es heute das heißt aber jetzt nicht dass einfach nur ein Schwert herausgezogen wird sondern das heißt vor allen Dingen dass der Energiekreislauf des alten Systems auf ein neues umgestellt wird das heißt anders formuliert weil die Leute die in der Lage sind eine neue Energietechnologie von Europa vor allen Dingen ausgehend weltpolitisch durchzusetzen und umzusetzen und zwar verkehrt herum zu dem Erdöl das sind die natürlichen Erben die in der Königsriege des Königates sitzen das ist der Punkt warum ist da unten oder ist und bitte ja weil solange diese Mauer nicht einstürzt weil das Schwert nicht herausbezogen ist kann auch die Erneuerungsenergie der ISIS hier nicht Platz greifen deswegen ist das dort eingebaut ne und die Vertreter von der Dynastie das sind die da das sind unsere Herzbuben ja die hängen da alle im Skull & Bones ordentlich vornehmlich die Familie Bush Bundy Tuft Harriman und die Dynastie der Rockefellers ja und naja Tod ist eben Tod da fällt mir dann nichts mehr dazu ein nicht und die Philosophie des Todes ist alles zu vernichten was nicht in der inneren Essenz der Spiritualität steht das ist so und das wird ihre zentrale Matrix für die Zukunft auch sein und sie werden dann immer härtere Maßstäbe auffallen und es wird daher die Aufgabe der Kralls Energie sein auf der anderen Seite ein Gegengewicht zu schaffen und so ja naja die haben auch ein Heiligtum das ist an der Yale-Universität ja das ist die berühmte die berühmte Hagal-Rune aus dem Runa-System und gleichzeitig auch das Y für die Splittung des Baumes der Erkenntnis zwischen Gut und Böse ne wo dann der Fall eigentlich in die Materie dargestellt wird an der Yale-Universität da wurde die Skull & Bones Gesellschaft ja gegründet und das ist die berühmte Gruft in der sich die Skull & Bones Mitglieder auch treffen nur noch einmal eine Tür ja Tür und das hat wieder mit der Ermordung des Caspar Hausers was zu tun der aus dem Hause Baden-Baden gekommen ist und eigentlich die Matthäus Figur in der deutschen Politik darstellt ne sag ich jetzt einmal so und weil er halt schon der Ermordete aber auch der Weise war hat man gewusst das wird zum Problem also hat man ihm vorzeitig aus dem Geschehen genommen und als Wilden aufwachsen lassen um zu schauen was aus dem wird der war aber leider zu intelligent und weil er intelligent war und dann später den Anschluss wieder gefunden hat musste man ihn dann rituell ermorden und auf dem Dolch des Caspar Hausers waren dann diese Symbole drauf ja da sieht man auch zum ersten Mal diese Darstellung des Gallen Bones und man sieht auch da wie da die Sanduhr abläuft und da oben das Schwert herunterkommt was uns natürlich an die rituelle Ermordung von Garobert erinnert der ja im Prinzip auch mit einem Stich ins Kronenchakra oben getötet worden ist aus dem dann später in einer anderen Variante auch der Stich oder besser gesagt der Lanzenwurf des Hagen kommt der dann in den Rücken des ähm am ersten Siegfried dann dort eingedrungen ist wo das Lindenblatt war ne weil der ja als Drachentöter in die Geschichte eingegangen ist naja war ja ganz klar dass die Identität des Drachen mit dem Siegfried auf der Hand lag und der Hagen dann den Rest erledigt hat indem er den Drachentöter wiederum umgebracht hat durch den Lanzenstich in den Rücken hinein was dann in der weiteren Folge dazu geführt hat dass dann die Frau äh die nicht rechtmäßige Frau von Siegfried die Klim-Hilne dann beim Attila Zuflucht gesucht hat der aber schon aus dem ecklerosmanischen äh 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 von Tronja eigentlich hereingefahren wurde und auch dort spielt die Tarnkappe eine große Rolle und der Nibelungenschatz selber ist ja im Rhein versenkt weil im Rhein wird alles wieder rein und das ist die Grenzlinie zwischen dem Schlangen-Drachen-Strahl der in Europa drüber lauft und dem Franken-Strahl der dann in Elsass-Lothringen da runter geht ne das ist ja genau die Grenzlinie weshalb sich ja auch das Schicksal dieser beiden Parteien am Rhein erfüllen muss und die zentrale Schnittstelle wo sich dieses Schicksal erfüllt das ist Karl oder Köln dort erfüllt sich das und da steuern wir jetzt unwirkerlich drauf zu ja das ist halt nur eineinhalb Frage der Zeit wohin das jetzt dann passiert wenn der Dreizack des Schiebers in drei Lanzen Stößen von Russland hereinkommt als die drei Sperrspitzen von denen da gesprochen wird als drei militärische Formationen die dann Deutschland überrennen auf gut Deutsch gesagt von heute auf morgen ohne dass jemand damit rechnet das ist jedenfalls die Prophezeiung also holt's Auge sei wachsam ja das ist jetzt das Rockefeller Center in New York und vor dem Rockefeller Center von New York da steht der Prometheus da ist er die Prometheus-Energie ist die Energie des Feuers noch nahe hätte ich gesagt das Rockefeller in Beryl ist ja durch das Erdöl groß geworden die Geschichte des Erdöls ist nicht so alt wie es zunächst den Anschein hat denn die ersten Baul-Lizenzen sind ja erst 1940 in Bachrhein und so weiter vergeben worden und erst seit den 50er Jahren werden da ungefähr eine halbe Million Tonnen Beryl Rohöl gefördert das ist 50 Jahre ist das her seitdem das begonnen hat und die erste Organisation hat geheißen American Arabian Oil Company Aramco und die ist später in die Texaco umgewandelt worden und die Texaco ist dann später unter Beteiligung der Bush-Dynastie die Rotbefehlers waren ja die Begründer dann in die Exxon umgewandelt worden und das ist heute der weltgrößte Konzern für Erdöl und weil das der Nährstoff für die brennende Flamme ist ist der Prometheus zum Symbol des Rockefeller Imperiums geworden deswegen ist die griechische Mythologie so wichtig weil der ist dann vom Zeus eingefangen worden weil er ja eigentlich illegalerweise den Menschen das Feuer gebracht hat und die Welt wurde entzündet und die Götter haben von oben runter geschaut und waren ziemlich sauer dass dort alles aus den Fugen gerät und dann haben sie einige Leute runter geschickt und gesagt jetzt fangst du den aber endlich ein weil jetzt ist dann Schluss mit dem Zirkus sonst explodiert der ganze Hefen da unten noch da stehen wir ja unmittelbar bevor mit der Klimaerwärmung wir müssen jetzt auf eine alternative Energie umschalten und jetzt ist die Flamme des Promettas bald aus in Wien haben sie dann eine große Installation gemacht weil dort ist natürlich die Geschichte so gelaufen dass man da diese ganzen Pferde aufgestellt hat über die ich schon einmal berichtet habe unter anderem das Einhorn das ja im Ziegel der Rothschilds auch zu finden ist und dessen Horn dann demonstrativ abgenommen wurde was dann so ausschaut und dann nachdem dieses Horn abgenommen wurde der apokalyptische Reiter der blaue aufgestellt wurde ohne Kopf da ist er jetzt der kürzlose Reiter hat mit dem Basival was zu tun hat da ist das feuergefährliche Zeichen da ist der Strichkot hinten drauf und der tritt natürlich gegen den roten Ritter an und der ist aus Ziegeln gebaut und da steht drunter der Text another brick in the wall ein anderer Ziegelstein ein weiterer Ziegelstein in der Mauer oder auch anders formuliert ein Loch in der Mauer ja so offensichtlich wird dieser rote Ritter fallen und das steht für die Loge und wenn der gefallen ist dann kommt dieses Pferd zum Einsatz das auf der gegenüberliegenden Seite zum Einhorn aufgestellt wurde und das war der grüne Heinrich der da hinten den Froschkönig drauf hat das ist der große Erneuerer und dessen Siegel mit der Gralsrunde ist ja vorne schon drauf da ist es ja schon Henry der grüne oder glückliche Heinrich mit den ersten sechs Schwertern der Arthursrunde ja das gemacht die müssen ja auch wissen tja das waren die Logen die das abgestellt haben und übrigens die Löwen auch die da stehen das ist ja das selbe Strickmuster die jetzt da die Logen oder wie wie muss ich sagen also wo wir die Templer und wo wir die das ist nicht von den Templern aufgestellt doch das ist nicht von den Templern in dem Sinn das geht schon von den zentralen Logen aus weil das Rothschild Imperium einen Fuß in Österreich immer drinnen gekauft hat und über Bayern noch und in Frankfurt und so weiter da gibt es jeder Ort hat eine bestimmte Energie mit der er verknüpft ist und in Wien ist das weiße Pferd zentral auch das Bibergestüt mit den Lipizanern und Wien hat eine Energie die mit der Trägerschaft des weißen Pferdes verknüpft ist ebenso wie München mit dem Löwen ja München hat eine zentrale Schnittstelle mit dem Löwen und daher laufen die Bankensysteme in München zusammen das ist ganz zentral das läuft dort in München zusammen weil die Logistik für die Wirtschaftstreibenden ja mit der Bank über den Löwen verknüpft ist das Pferd hat aber auch eine andere Funktion das steht in einem ganz anderen Verhältnis dazu genauso wie die Wasserträger in Hamburg aufgestellt worden sind weil ja von dort die Brandung des Meeres hereinkommt von der Ostsee und dort sozusagen die Belastung auf den Rücken des Drachen zum Tragen kommt und das ist der Wasserträger das ist der berühmte Wasserträger von Hamburg und so weiter oder zum Beispiel in Salzburg war der Stier weil der Stier mit der Produktivität verknüpft ist aber dort zu seinem Ende kommt was mit dem Salzburger Stierwaschern wieder was zu tun hat und so weiter so aber noch zurück ja und wie gesagt Skull & Bones in Höchstform kann man dann wieder im Time Magazine nachlesen und zwar diesmal vom April 1999 auf Seite 15 eine Skull & Bones Darstellung, wie sie im Bilderbuch steht und zwar in der Form des Slobodan Milošević, dem da schon die Hörneln ausgewachsen und der offensichtlich als Lucifer dargestellt wird und diese Achse da vorne so dargestellt, dass das um einen Kopf rotiert, der als tote Person da in der Mitte abgelegt ist das man deutlich erkennen kann also das ist eine Art Drehkreuz, das sich da dreht wobei diese beiden Hackerl, die da rausgehen, mit der Sichel der Kalle etwas zu tun haben und eh schon andere, was es ist es ist eine Art Hackenkreuzstruktur und die Hacken selber sind da vorne als Pferd und als Hahn dargestellt wobei dem Hahn da ein Messer hineinschneidet und den Kopf abtrennt und das Pferd aber dunkel ist, weil der Kopf des Pferdes noch nicht sichtbar ist weil ja noch keiner weiß, wer der apokalyptische Reiter ist weshalb auch das Pferd in Wien keinen Kopf hat weil man ja noch nicht weiß, wer das sein wird auf jeden Fall in Deutschland sind schon merkwürdige Bücher aufgetaucht nach bevor die Merkel-Präsident von Deutschland geworden ist nämlich in einer norddeutschen Zeitung kam plötzlich ein Pferdegaule mit dem Kopf von der Merkel drauf naja, da habe ich mir dann gedacht, das ist ja was ja, wirklich, das war so ja, und da sieht man ja, dass da eine Verbindung zu Milosevic da über diese Tintenfleck-Geschichte da nach unten geht und da ist das Bild vom Schröder ja, und die Tintenfleck-Geschichte deutet wohl an dass man mit dieser Geschichte, und das ist ja der Jugoslawien-Krieg jemanden besudeln möchte, und zwar nachdem es der deutsche Kanzler war, damals Deutschland man möchte, also andersherum, dieses Bild symbolisiert die Wunschvorstellung der Loge oder besser gesagt des Kalendons-Ordens dass Deutschland in den Krieg, den Jugoslawien-Krieg mit hineingezogen wird damit beschmutzt wird, ja weil die Beschmutzung Deutschlands durch den Jugoslawien-Krieg durch den Jugoslawien-Krieg die Legitimation liefert einen eventuell größeren Krieg-Ansatz-Zettel aber der Schröder hat sich dann und darf das eingelassen und ist ausgestiegen weshalb die Nachfolgehefte, die man bestellen kann beim Time-Magazin, keine Tintenspuren mehr haben wir haben einige Exemplare nachgestellt, alles gerade im Spuren mehr drauf, ist weg das war die Unfallstelle von der Lady G das ist dieser Tunnel, Pantel-Alma, in der Nähe da vom Eifelturm und oberhalb dieser Unfallstelle wurde da ein Pentagramm installiert mit der Flamme des Promentals nachher bitte? nachher ja, und das ist jetzt die Roundtable-Gesellschaft, wie sie heute so lebt und lebt man sieht es ja in Session das ist das Original ja, eine Figur, über die müssen wir schon noch reden wir werden heute dann bald Schluss machen, weil wir ein bisschen verkürzt haben das ist eben die Hathor, über die ich schon gesprochen habe die als Priesterin der Isis fungiert und mit dem Venus-Kult zentral in Verbindung steht und die Hathor ist traditionellerweise auch als Kuhgöttin bekannt und wenn wir schon bei der Kuhgöttin sind, dann müssen wir natürlich auch von einer Frau sprechen die auf dem Stier da oben sitzt und die in einer gewissen Weise den Liebesaspekt zum weißen Stier darstellt und es ist natürlich die Europa man sieht, da ist eine Frau oben abgebildet, die macht so über dem Stier Victory das heißt, die Europa besiegt den Zeus, der als weißer Stier sich verkleidet hat oder umgekehrt, er rettet die Europa, indem er sie dann entführt und dann im Wasser verschwindet und da oben ist auch das eingetragen, damit man weiß, wer die Frau ist, da steht Europa drauf und dann der Text daneben, das war auch in der FAZ abgedruckt Sie kennen den Vater des Wirtschaftswundes, hier ist die Mutter, Ihre Bank will heißen, der Euro ist die Mutter des Wirtschaftsimperiums der Zukunft das ist es, was es eigentlich ausdrückt und daher wird es natürlich zentral auch um den Euro gehen ja, in der griechischen Mythologie so dargestellt die Europa auf dem Stier mit der heiligen Flamme des Prometheus auch da in der Hand, die aus dem Bauch des Pferdes ja gerettet wird dort ist sie noch sehr feurig und dort ist sie noch sehr zornig, aber danach wird sie entschärft, weil die Emotionalität befriedet wird und durch die Befriedung der Emotionalität dann diese Flamme letztendlich auch gerettet werden kann und da hinten ist der Morgenstern ja, der Venus und da ist die Tarnkappe mit denen die drei Christus-Kinder da spielen der eine spielt da oben, das ist der Sanandana mit den Pfeilen und den Daumen ja, und die anderen tun da unten mit die Ritter spielen und dann sind sie da unter der Tarnkappe verstecken und da hinten sitzt eben die Hathor in gewisser Weise als logistische Energie des Venus-Sternes für die Erleuchtung der Europa und gibt ihr die nötige Energie ein, damit das auch richtig funktioniert und so hat es dann der Spiegel abgedruckt 2004 im Mai ja, da sieht man den weißen Stier diesmal übrigens als Bruderkette freimaurische Bruderkette da geben sich zwei die Hand Ost gibt West die Hand und da sitzt jetzt die Europa drauf das ist natürlich jetzt sehr sinnfällig weil das will uns eigentlich sagen dass unter dem Deckmantel der Europa die Erneuerung der Bruderschaft im Hintergrund stattfinden kann weil die Europa die Mutterschaft für die beiden Brüder die sich jetzt im Graal erneuern übernimmt was natürlich auch den Grund hat dass da die Heuerbrust nicht ganz bedeckt ist weil es ja um die Ernährungsfunktion der beiden Brüder gibt die sich im Graal erneuern und die Europa diese Mutterschaftsfunktion übernimmt und sie nährt und das ist die Funktion des Euros nur, die Situation ist noch nicht so weit fortgeschritten dass diese beiden Kinder bereits auf der Welt sind sie sind noch nicht auf der Welt weil die Europa ist noch nicht Mutter geworden oder anders formuliert sie trägt diese beiden Kinder noch im Mutterleib und diese müssen sich jetzt aber manifestieren die müssen abgenabelt werden und die eigentliche Mutter ist mit dem amerikanischen Kontinent verknüpft und durch diese Geschichte in New Orleans kam es zum Platzen der Fruchtblase sagen wir mal da kam das große Wasser ausgeschossen und der ganze Stadt ist im Wasser versunken und jetzt haben die Wehen eingesetzt von der großen Mutter und diese beiden Kinder werden jetzt dann nachdem die Wehen ihren Höhepunkt erreicht haben auf die Welt kommen das heißt das System des großen Adlers der Mutter in Amerika hat jetzt einen Niedergang das geht jetzt in Wellen rauf und runter und wird immer Ärger das ist einfach eine Wehenbewegung die wird immer Ärger und immer Ärger und immer Ärger die Press wehen und dann nabelt sich der Euro vom amerikanischen Dollarsystem ab die Nabelschnur muss durchtrennt werden es gibt dann auch keine energetische Versorgung mehr von Seiten der Amerikaner mit dem Ergebnis dass diese beiden Kinder dann selber atmen müssen und unter dem Deckmantel des Euros eine neue Identität bekommen weil sie übernimmt die Mutterschaft und deswegen, weil sie diese Mutterschaft übernimmt ist sie eine Anwärterin auf das reine Herz der Mutter und deswegen nimmt sie einen von den Sternen des Sternenkranzes der Mutter da herunter das sind natürlich die Euro-Sterne und zwar den siebenten Stern nimmt sie herunter weil es sieben verschiedene Körper gibt um deren Erlösung es in diesem Programm geht ja, das ist schon nett was das so im Spiegel dann wieder abgeguckt wird so, jetzt machen wir noch einen kleinen kosmologischen Ausflug nachdem das ja schon Kosmologie, Artikel, Kulturen heißt wie schaut das im Größeren aus? Spannen wir den Bogen noch zu den Pleiaden und machen dann Schluss De Faktor ist es so dass im Großen die Situation so ausschaut dass wir eigentlich als Sonnensystem nicht einfach nur so wahllos im Universum sind sondern wir sind eingebunden in einen Spiralnebel den man Milchstraße nennt der besteht aus Millionen von Sonnensystemen wo es einen zentralen Bereich gibt den man auch als Zentralsonne beschreibt aber unsere Position ist da heraus und ist ziemlich weit am Ende dieser Arm, der da heraus gibt das nennt man den Orion Arm und wenn man das jetzt weiter auflöst diesen Kreis, da kommt das da dabei heraus das ist die sogenannte lokale Gruppe rund um unser Sonnensystem herum da sind wir mit unserem Sonnensystem und da daneben ist zum Beispiel das Sirius System da vorne ist Alpha Centauri Proxima Centauri und so weiter und so weiter das sind die lokalen Sterne die da rund um uns herum probiert sind und eins dieser Systeme sind die Pleiaden um die wir da auf dem Spiralarm herum kreisen das ist das sogenannte Ankergestirn und so schaut das Pleiadische System aus da gibt es sieben Zentren und das Hauptzentrum, das ist da das nennt man Alzione das ist das reine Herz der Mutter und die anderen sechs Systeme kreisen um dieses herum und übernehmen die Funktion für die Überwachung der Sonnensysteme im Umfeld das schaut dann in der Praxis so aus da ist das Zentrum der Galaxis da gehen die Spiralarme heraus auf diesen Spiralarmen hängt da das Pleiadische System drauf das ist das Muttergestirn System und von diesem hängen da die Sonnensysteme drauf und die kreisen da so rundherum und wir treten jetzt in den Pleiadischen Strahl ein da, 2012 tritt die Sonne in den Pleiadischen Strahl ein und dann beginnt das sogenannte goldenen Zeitalter das sind auch die Namen der Sterne da siehts da, da ist Alzione da ist Merope Asteroope Kaleone Elektra, Maya Pleone, Atlas das sind sehr viele Namen die mit Europa was zu tun haben weil die Europa wie sie bei uns da als europäischer Kontinent existiert eben eine Anwärterin auf das reine Herz der Mutter der Mutter Gottes ist und von dort her kommen die Kornpässe weil in der alten Tradition das Pleiadische System als Kornehre dargestellt wird denn die Kornehre erhellt den Körper sie erhellt den Körper und alle sieben Körper werden von der Kornehre ernährt und solange wir von dem Getreide abhängig sind solange ist die Körperlichkeit nicht erlöst und die Symbole für die Erlösung des Getreides der Körperlichkeit kommen von den Pleiaden und deswegen heißen die Kornkreise und deswegen erscheinen die auch mit Getreide das sind Muttersymbole die dazu beitragen sollen dass diese sieben Chakren, diese sieben Körper erlöst werden so ist das Pleiadische System früher dargestellt worden sechs Mütter um eine siebente die das reine Herz darstellt und diese anderen sechs Mütter haben die Aufgabe diese Körperlichkeit zu erlösen und so ist es bei den Sumerern dargestellt gewesen die Kornehre als das Pleiadische System jetzt geht der Schlüssel auf und eine Dimension nach der anderen wird geöffnet da ist der Bundeslandmürfel da das ist die erste Dimension so kann man den auch darstellen das möchte ich jetzt ein bisschen aussparen weil das führt vielleicht an der Stelle zu weit aber de facto ist es so gewesen dass 2004 das Herz Chakra aufgegangen ist das war ein Kornkreis der 2004 in der Nähe von Pursuit beim weißen Pferd erschienen ist und das steht für das Herz Chakra da und das sind die oberen drei Chakren da und das sind die unteren drei Chakren da und man sieht dass dieses Chakra ist noch unberührt das ist noch nicht offen das ist ein Solar Plexus und das wird von dem Feuerrad eröffnet das sind vier Aspekte und das reicht von da oben vom Herz Chakra bis da runter zu dem Pol zur Öffnung des Sakral Chakras und jetzt in den nächsten zwei Jahren 2006, 2007 wird jetzt das Solar Plexus geöffnet das ist jetzt ein Überblick welche Chakren schon geöffnet sind in der chronologischen Reihenfolge da sieht man das Chakrasystem 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 99 hat der Prozess begonnen da oben da erschien der Bundesladenwürfel der für die Öffnung des chronologischen Chakras steht da erschien die siebenstrahlige Menora der Kerzenleuchter der jetzt abgelöscht wurde und das Karabeus der die Tür öffnet da erschien der Oktaeder des Herzens der zeigt dass jetzt die Energie des interdimensionalen Tores zwischen den inneren und äußeren Dimensionen aufgeht und da erschien auch die Darnkappe das ist die 14-strahlige Kappe des Narren die jetzt in der Zukunft eine große Rolle spielen wird damit wir untertauchen können dann das Jahr danach, 2000 bis 2002 gab es dann die Öffnung des dritten Auges das ist das Auge auf der Allseelen Pyramide gewesen das ist das berühmte Durga-Auge mit den Krallen des Tigers oder des Löwen das ist das Auge der Yogamaya-Schakt die der inneren Energie, der Göttlichkeit das ist das Auge, das da als Bindi da oben drin ist der Durga-Schakt, das hängt mit dem zusammen und als Strahlenengel erschienen ist mit 4x19 Strahlen, die da herunter kommen das sind lauter Augen erschienen und dann, 2005 war dann dieser Chakrenbereich äh, 2003 war dann dieser Chakrenbereich fällig, da sind lauter Pentagramme erschienen das 5. Chakra ist aufgegangen die Sprengung der Pentagonale, die 108 Strahlen der Pfau, der mit dem Sperrträger zusammenhängt lauter Pentagram-Strukturen, alles macht da rein und wie dann der Prozess abgeschlossen war da ist dann das 4. Chakra geöffnet worden da kam der Petrus-Schlüssel da kam der Hermes-Schlüssel da kam die Herz-Chakra-Öffnung ja, und da kam die Zerspringung des Christus-Bewusstseins in der alten Form das nennt man auch dann den Spiegel den Christus-Spiegel da ist ein Kreuz drin das jetzt zersplittert ist das zersplitterte Christus-Kreuz und das ist in einer 9er-Formation dargestellt das sind 9 Kasteln und die kann man drehen und die ergeben 9 verschiedene Formationen das nennt man das Siegel des Saturn und das ist ein Siegel das kann man 9 mal drehen und da gibt es 9 Tore aus dem Reich der Schatten in das Reich des Lichtes auf der Grundlage eines sehr berühmten Buches geschrieben vom Aristide Torchia 1660 die 9 Pforten in Prag und dann dafür 1666 am Scheiteraufen von Babs dafür verbrannt weil das Werk angeblich nutze verranisch ist aber das hat auch gewaltig in Sicht das Buch in den Antworten kann ich nur sagen das gibt es nicht? ja, da gibt es 3 Exemplare noch davon es ist ein gleichnamiger Film danach gemacht worden mit dem Johnny Depp in der Hauptrolle und der Film heißt die 9 Pforten da geht es unter anderem um 9 Holzschnitte die eine Art satanisches Rätsel darstellen und die Übergänge dieser 9 Pforten eigentlich symbolisieren jeder dieser Holzschnitte gibt ein Rätsel auf ja, mit lateinischen Texten darunter sehr interessant also wirklich hochinteressant wobei das aber nur eine Bearbeitung eines ganz anderen Buches ist weil der Aristide Torchia angeblich die 9 Pforten geschrieben hat als eine Art Kommentar ja, zu einem Buch von dem man sagt es sei direkt von Lucifer geschrieben worden und das ist das berühmte Telomelanikon die Summe alles Dunklen heißt es übersetzt nicht zu verwechseln mit die Summe alles Bösen ja von allem Bösen weil Dunkel und Böse nicht gleichwertig ist die Summe Telos Melanikon heißt einfach die Summe des Dunklen und dieses Buch war gefürchtet von allen und angeblich hat der Francis Bacon und andere eine Kopie des Buches besessen die der Aristide Torchia einsehen konnte und aufgrund der Übersetzungen dieser lateinischen Texte, die da drinnen sind hat er dann dieses Buch, die wir im Pforten in Prag geschrieben die heute aber eben nur mehr in drei Exemplaren, in drei Bibliotheken existieren Film anschauen kann man da mehr darüber erfahren ja und heuer die Besetzung des ersten Christusschlosses das ist ja letztes Jahr aufgesperrt worden und jetzt an das erste Schloss nicht also hier sieht man es hier sieht man es da wird etwas schwanger man sieht dass der zentrale Christus im keltischen Kreuz da schwanger ist da drinnen hier eins dieser vier Schlösser ist besetzt hier die 20er Formation der 20 Elementale des Krals ja die dann zu den 20 Tarotkarten führen sind da bereits aufgezeigt mit 16 plus 4 Strukturen was da mit den Hofkarten was zu tun hat das führt dann zum Tarot alles lauter Symbole die das erste Christusschloss eindeutig besetzt haben und im nächsten Jahr geht es ins zweite Christusschloss und damit ist ganz klar dass jetzt zentral das Solarplexus geöffnet wird da in der Gegend übrigens erscheinen da die Kornkreise das hat sehr viele Gründe weil eben England eine Insel ist die auch als abgetrennter Kopf des Drachen gilt das ist auch die Gegend des weißen Pferdes als solches bekannt Wiltshire ausgedehnte Kornkammer Englands wo am Vose dieser weißen Pferde immer diese Kornkreise erscheinen hängt mit dem apokalyptischen Reiter zusammen das ist das Originalpferd von Affington das eben 5000 Jahre alt ist und wie gesagt die Bedeutung Englands kann man eher sehen wenn man sich mit diesen beiden Symbolen beschäftigt das ist der große Drache der in der metaphysischen Bedeutung als Doppeladler mit dem Schwert im 32. Grad der Loge dargestellt wird auf dem Hintergrund vom Maldeserkreuz mit den acht verschiedenen Strahlen das ist die siebenköpfige Schlange oder der siebenköpfige Drache um dessen Abtrennung dieser Köpfe es eigentlich geht wobei der zentrale Kopf Afrika ist der für den heiligen Sohn steht und das ist der große Adler da der da der diese Schlange angreift und das ist einer dieser Drachenköpfe da das ist Skandinavien und das ist der andere Drachenkopf und das ist der dritte Drachenkopf da ja da wird fleißig gesäbelt da marschieren wir hin und her am heiligen Jakobsweg der Kopposteller und deswegen ist da in der Mitte der heilige Marienerscheinungsort Lourdes weil die Mutter Maria ein großes Interesse daran hat dass der Kopf irgendwann mal abbricht und die Iberische Halbinsel dann Südamerika zufällt im weitesten Sinne und Nordamerika eben mit diesem Kopf verknüpft ist deswegen kam auch die Kolonialisierung Amerikas von England aus und deswegen ist, weil das bereits mit dem Flügelwesen eine Verbindung eingegangen ist und nicht mehr mit dem Drachen heißt es auch Engeland Engeland weil ja dort die Flügel der Mutter sich bereits ausbreiten aber der größte Kopf ist natürlich Afrika und der steht für den heiligen Sohn und die Trennlinie zwischen diesem Bereich und dem Vater dem Vater und dem Sohn oder der Bruderschaft die geht direkt beim Sinai durch das ist die Nulllinie zwischen den beiden Häusern der Mutter nämlich Ägypten und dem Haus des Vaters das ist Israel das steht für den Steinbock und dann in der weiteren Folge auch für das Opfer der Ziege also das ist dann das berühmte Ziegenbock um den es da auch geht der in die Opferrolle kommt und die Nulllinie die ist da beim Roten Meer direkt beim Sinai weshalb dort der Moses die 10 Gebote empfangen hat und die Teilung des Roten Meeres eine so große imminente Bedeutung in der ganzen Angelegenheit auch hat wir sieht uns dann besser das ist das Reptoide Empire da hinten da ist der Drache eigentlich zu Hause und die Urstruktur schaut eben so aus dass diese Energie mit dem Vater verknüpft ist da das ist der Drache diese Energie über den Arla mit der Mutter diese Energie mit der Tochter und diese Energie mit dem Sohn und erst wenn Afrika sich von Eurasien trennt und die Schnittlinie ist genau da da ist das Erlösungsprogramm vollzogen das bedeutet aber auch dass die Tochter von der Mutter getrennt ist das ist da in Panama die dünnste Stelle wo der Panama Kanal auch getragen war jetzt ist es so der Drache hat seinen maximalen Außenposten da in Mexiko das nennt man die Völker der Drachenhaut wenn er sich häutet bleibt nur der intellektuelle Aspekt übelnd und das ist die Kultur der Mayas die aus der Energie der Drachenhaut die Emanzipation der Tochter von der Mutter die Trennung darstellt und die andere Energie ist die Energie des Löwen die da in Ägypten als maximaler Außenposten der Energie der Tochter dieses Kontinentes da hinein projiziert worden ist um da die Trennlinie zu trennen zwischen Afrika und Europa das ist das fünfte Rad am Wagen das hat der Sonderfang zu sagen ja jetzt wird ein neues Gitter installiert auf der Erde das ist das Kryon Energiegitternetz der Herzenmutterkristall der Mutter Erde können wir morgen vielleicht ein bisschen mehr darüber hören es gibt jetzt 52 Ankerpunkte in denen das Christusbewusstsein etabliert wird von denen eine sehr wichtige Stelle da in Brasilien auch ist das liegt dann mit der rotierenden Christusmatrix zusammen aber wenn der Kral jetzt aktiviert wird und der Schwert rausgezogen wird entsteht aus dieser rotierenden Christusmatrix da oder auch da jeder 52 solche Zonen gibt es auf der Welt und damit ist das grüne Gitternetz aktiviert installiert ist es schon aktiviert worden ist es seit letztem und halbem Jahr und jetzt fließt die Energie in dieses Gitternetz hinein das wird die grüne Bewegung in allen Formen stützen zentraler Außenposten ist Grönland was früher Grünland gehören zu Gott und Grün oder Kryon, Energiegitternetz hängt natürlich auch damit zusammen weil wenn wir das jetzt nicht wenn wir jetzt den ökologischen Gedanken entdecken dann wollen wir ein paar Dörfer sinken oder Dörfer sinken der grüne Strahl ist präsent in vielen Werken bei uns als Peter Pan das indische Werk heißt Ramayana die zentrale Figur ist der grüne Mann der heißt Ramachandra kommt auch in der Matrix vor im zweiten und dritten Teil kommt er dann vor bei einem auf und es ist der indische Mann der auf dem Bahnhof steht mit der Frau und der Tochter und der Neo nicht mehr weiß wie er rauskommt aus dem Bahnhof und dann ein Gespräch mit dem Ramachandra beginnt als grüner Mann ganz interessant, der braucht er schon auf der Affe spielt der Rolle und so weiter und so weiter auf jeden Fall mit dem Bild möchte ich das heute beenden das illustriert die Geschichte in der wir stehen das Siegel der Rotschild ist jetzt nicht mehr intakt es ist in eine ruhende Position übergegangen weil der Bundesladen würfelt über das Oktagonale des Herzkristalles der Mutter Erde in Bewegung gekommen ist und das Zeichen der H-Tor sich aktiviert hat die Kralstür als Herztüre geht auf und da drinnen wird das hermetische Prinzip der Engelwesen sichtbar dass die Matrix der DNS erleuchtet so wie es hier dargestellt ist und der erneuerte Mensch sich in Form des Gleichgewichtes zwischen der weiblichen und männlichen Energie an diesem Stab festhalten kann und dann über diese Engelsflügel in die höheren Dimensionen hineingetragen wird und dieses Tor durchqueren kann und das Tor selber ist die Kontrolldinstanz des alten roten und blauen Drachens des rot-violetten und blau-violetten Drachens dessen Köpfe abgetrennt sind und da als Prüfinstanz hinein projiziert werden als Skull and Bones Orden um zu prüfen wer überhaupt reif ist da durch die Tür hindurch zu gehen und an dessen Stelle der Doppeladler getreten ist da oben aus dem 32. Grad der Loge und deshalb auch die Symbole des Winkelmaßes und des Zirkels da in Händen hält ja das ist die sogenannte geflügelte Schlange die die Rahmenstruktur für den Aufstieg des neuen Zeitalters bildet und auch die Prüfinstanz ist und da kommen auf der einen Seite die Engelwesen herunter und da kommt der grüne Mann herunter die zusammen die Bewältigung des Aufstiegs in die neue Zeit praktisch bereitstellt und alle die die sie dort in dem Stab nicht festhalten vor allem diesen U da hinten zum Opfer das ist der Nebel der illusionierenden Energie was dann in weiterer Form für die sogenannte große Hure vom Babylon steht deswegen ist das ein U und kein A und über diese dann praktisch diese Tür nicht passieren können weil sie sich nicht an der Matrix des Kerbbewusstseins des Hermes Trismegisters orientiert haben so, ich will sie sehen hoffe ich, das waren ausreichende Informationen das war zu Dankeschön Dankeschön